Gut. Aufrufe an Verbündete. Oh, das ist diese Kontrastoption, Alter. Die brennt mir ja schlimmer, die Netzhaut weg, als die Bastion, wenn man reinfliegt. Uh, okay. Kontrastoption ist eine super Sache, aber ich glaube, nicht für mich. Die mache ich wieder raus. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Mann, ich sitze ja in meiner Dunkelkammer. Alle Rollhofs unten auf einmal. Leuchtet mir der Questlock in die Schnauze. Kodeti. Bäm. Desintegration. Einmal schön rüber. Was ist geschehen? Wer hat uns das angetan? Etwas stimmt hier nicht. Wir müssen unsere Flügelkameraden finden. Hier entlang, Flügelkameraden. Alles klar. Hat ja ein bisschen was vom Verlies der Wächterinnen wahr. Hier ist meine Gleitenfähigkeit. Verringert eure Fallgeschwindigkeit. Ihr könnt die Fähigkeit einsetzen, indem ihr beim Fallen springt. Ah. Jo. Lässig, Alter. Grisou ist gelandet. Sehr nice. Und da ist Lapisagos. Die Traktür brechen aus. Beschworener Wächter. Aber wir sind ja auch schon Level 58, ne? Aber an meine Spezialisierung komme ich noch nicht ran. Der Rüstmeister. Dich hole ich auch raus hier. Njum. Läuft. Täterlasch. Was geht? Ich erinnere mich, einen Befehl befolgt zu haben. Ach, die wissen alle nichts. Hallo? Ihr sollt ein heftiger Lore jetzt droppen. Das haben die wieder nicht verstanden. Kriege ich so einen Hals. Was liegt hier noch so rum? Irgendwas zum Einsammeln? Ah ja. Das sieht aber nicht so gesund aus. Hör mal. Uff. Diese Gebeine sind durch den langen Verfall brüchig geworden. Wie lange sind sie schon hier? Jahrzehnte? Jahrhunderte? Unmöglich zu sagen. Ein schwacher Hauch der Arkan-Magie, die Ketan in Stasisbande, verbleibt. Ihr fühlt den Schmerz seines Verlustes. Er war euer Freund. Oh nein. Kralle Ketan. Ich hasse da aus. Gar nicht wenigstens in die Waffe mitnehmen. Die sieht ja auch sehr sick aus. Holy shit. Sehr, sehr nice. Es hieß ja ein Draktür pro Server. Was ist, wenn man beide Specs spielen will? Ja, wie Shai sagt, ne? Dann speckst du um. Dadä. Weiß ich nicht, wie lange diese Regelung interessant und attraktiv bleibt. Siehe Beispiel Todesräder und so ein Bums, ne? Aber ja, wenn du da mehrere haben willst, dann gibt es da jetzt keinen Trick oder so, dass du dann ein Ticket schreibst und sagst, bitte, bitte. Das wird vermutlich auch dir helfen. Wer ist das hier eigentlich? Los, gleich Duell. Gleit-Duell. Wie so ein Tanz-Duell, nur halt im Draktur-Style. So sieht es aus. Kann ich jetzt überall gleiten? Oh, kann ich. Sehr, sehr nice. Hui. Junge, Major-Alpha-Gameplay, ja. Was geht ab? Moin, Craft, bin neu bei dir, liege geschillt auf dem Bett und schwitze aus allen Poren und dich zu sehen macht die Situation viel besser. Das freut mich sehr. Ich grüße dich und deinen Schweiß. Hier sind unsere geretteten Freunde. Wie lange waren wir in Stasis? Sehr lange, so wie unser Hort aussieht. Das ist alles, was wir in Infos haben. Keiner weiß irgendwas. Naja, vielleicht der Bruder, der Obsidian-Wächter, der Kommandant. Ja. Ja. Zack. Mein Kopf. Wir müssen, ja, wir müssen alles fertig machen, ne. Wir müssen unsere wichtigsten Stücke hier rausholen. Wir müssen Leute retten. Wir müssen klarkommen auf unser Leben. Guck mal, der ist mit seiner Waffe eingefroren geworden. Eingefroren geworden. Ja. So sieht's aus. Mega. Erwachte Dracke, Tür. Drache, erwache. Junge. Let's fucking go. Er hört sich unseren Report an. Seine Erinnerungen sind so gebrochen wie unsere. Grisou, dass er einfach Grisou sagt. Ich raste aus. Ey, Mann. Aber das hat momentan nicht so die Priorität. Wir müssen erst mal einen Plan machen und gucken, wie es hier weitergeht. Und ich bekomme Desintegration. Greift einen Gegner mit einer Explosion blauer Magie an, die 2000 Zauberfrostschaden im Verlauf von 2,7 Sekunden verursacht und die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels für 3 Sekunden um 30 Prozent verringert. Klingt wild. Und das haben wir denen ins Gesicht geschossen, um sie aufzuwecken. Alles klar. Na denn. Nehmen wir mit. Aufrüsten. Ja, wir wurden angegriffen hier. Unsere Leute, die sind in dieser Stasis gefangen und wir müssen eben gucken, dass wir sie da natürlich rausholen, bevor ja alles zusammenbricht. Haben wir ja schon gesehen. Steine regnen von der Decke und, und, und. Das ist, warum wir trainiert haben und wofür wir trainiert haben. Insofern gucken wir, was wir machen können und im Zweifelsfall wissen wir eben, was zu tun ist. Als erstes allerdings Waffen, Rüstung, Vorräte. Wir müssen zusammensuchen, was wir finden können und wir müssen gucken, was wir damit anstellen können. Und dann werden wir den Erdwächter lokalisieren. Oh. Oh. Ich habe schlechte Nachrichten. Leute. Sicherlich wird Neltarien uns Antworten geben können. Hm. Wird er das können? Wird er das können? Ich weiß nicht genau. Lieber Schuppenkommandant. Okay. Sie waren eine ganze Weile in dieser Stasis. Wir wissen schon aus dem Vorfeld, dass Neltarion aka Todesschwinge die Trakteur erschaffen hat, um irgendeiner Bedrohung entgegentreten zu können. Und anscheinend waren die ziemlich lange nicht aktiv. Also richtig lange. Scheiße. Es schafft Waffen, Rüstung und Vorräte. Wir kriegen einen verzierten grünen Stab, der aber sehr nett aussieht. Hör mal. Cool. Kann man mal mitnehmen, würde ich meinen. Na denn. Geht los. Wen haben wir hier noch? Der Vigian. Akanwächter. Diese Konstrukte patrouillieren hier und werden nicht vom Erdwächter animiert. Das ist nicht seine Magie, sagt er hier. Wir können nicht zulassen, dass Gegner hier unterwegs sind. Zerstört sie und macht den Weg frei. Alles klar. Ich bin der fucking ADAC-Drache, Leute. Rüstet euch. Dann treffen wir uns mit dem Erdwächter. Neltarion kann erklären, was passiert ist. Da bin ich sicher. Ja, ich hätte das aber schon gern gesehen, wie sie dem verdorbenen Todesschwinge gegenüber treten. Was ist denn jetzt eigentlich meine rote Azur-Stoß? Ne, wo war denn der Slow gerade? Das war Desintegration. Das heißt, damit würde ich jetzt eigentlich starten wollen, dass sie ein bisschen verlangsamt sind. Denn vielleicht die Flamme. Oh, dann haben wir noch AOE hier jetzt mit diesem Frostangriff. Ah, den kann ich richtig spammen, ne? Ah, boy. Das sind richtig hier die Schlitzer und die Gegner machen auch noch Schaden. Warte, Windstoß. Bam. Und wieder Desintegration hinterher. Das dürfte den jetzt hoffentlich umhauen. Und nicht mich direkt. Ah, ich muss hier raus. Scheiße, Junge. Und Desintegration wieder. Wenn sie nicht schlafen, dann müssen sie sterben. Was ist denn dein Problem, Kollege? Ich fürchte, der tötet mich gerade. Oder auch nicht. Er ist zersplittert. Bitte helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Sterbe ich jetzt an so kleinen Splittern, Mann? Ich glaube, ich hätte den Großen nicht pullen sollen, oder? What's? What's? Easy, Leute. Not even close. Not even close. Major Draktur-Gameplay. Maybe, wenn ich die Fähigkeiten nicht kenne, sollte ich einen entspannteren machen, ne? Aber nein, das geht so nicht. So geht das nicht weiter. Dann gucken wir mal, ob die lebende Flamme brauchbar heilt. Ja, geht so, ne? Ich meine, für die Mana-Kosten ist das schon okay. So sieht's aus. Zack. Oh nein, sind wir wieder gut dabei. Hätte ich aber nicht erwartet, dass die Mops am Anfang so reinschallern. Deswegen stand auch beim Erstellen vom Hufer. Das ist nur für fortgeschrittene Spieler, ne? Dabei ist das doch mein erstes Mal WoW, Alter. Das wäre ja unangenehm hier. Was ist das? Ein Kristallschlüssel? Nehmen wir mit. Oh Gott, das ist ja wie bei God of War, Junge. Habe ich auch einen Begleiter, der Pfeile schießt? Ne, ne? Darf ich alles selber machen? Naja, ich nehme jetzt den Schlüssel und packe den einfach da rein, bevor noch mehr Wächter irgendwie eskalieren. So, das war Hardcore-Rätsel aller. Da liegt schon mal was. Geheimnisvoller Zauberstab. Nice. Und, den habe ich jetzt mitgenommen, der hat was gemacht. Nach Erhalt zehn Minuten lang mit blauer Magie ermächtigt. Beim Verursachen von Schaden besteht eine Chance, das Ziel mit Arcan-Schaden zu überziehen. Aha! Das sind genau die Buffs, auf die ich Bock habe. Schöne Drachenstatue. Liegt hier sonst noch irgendwas? Frage für einen Freund. Hier liest sich ein Buch selber. Das ist die Zukunft hier. Edikt der Erdwächter. Oh shit. Meine Drakteur wisst, dass sie existiert. Wegen mir, wegen meinem Willen, meiner Aufgabe und und und. Und durch euer hartes Training werdet ihr in der Lage sein, die besten Soldaten von Arzeroth zu werden. Erstens, Neltarion, der Erdwächter, verstärkt und gesegnet vom Titankas Goroth, um als Wächter eben der Erde zu dienen, hat euch erschaffen als Instrumente seines Willens. Während andere Draconiden loyal sind, warte was, fehlt ihnen die Cleverness und die Möglichkeit, sich anzupassen und das ist natürlich scheiße, wenn es um Krieg geht und deswegen, deswegen, deswegen hat er die Drakteur ins Leben gerufen. Aha, weil er spricht von einem Krieg, der mit Sicherheit kommt. Interessant. Ein Krieg gegen die, die die Herrschaft der Aspekte quasi, naja, aufhalten oder beenden wollen. Mhm. Das ist spannend. und mit all dieser Macht von allen Drachenschwärmen kommend, ja, und dem daraus erwachsenen Potenzial, werden wir quasi in der Lage sein, unseren Einfluss auf der Welt eben auszubreiten. Sehr cool. Und er spricht auch davon, dass er das Potenzial der sterblichen Rassen mit drin hat, ne? deswegen haben wir ja diese beiden Formen. Okay. Interessant. Never Surrender, da hat er kurz eine Runde LOL gespielt. Okay, das gibt uns tatsächlich noch ein paar zeitliche Anhaltspunkte, denn eine der großen Fragen war ja auch, warum hat Neltarion als gesegneter Erdwächter die Nötigkeit gesehen, Dracke-Tür zu erschaffen und er sah anscheinend einen Makel in den Drachenschwärmen. Ja, ihm hat irgendwas gefehlt und dann hat er dieses Potenzial genommen, dass er in den sterblichen Rassen sah und das eben mit dem Feinsten vermischt, was er in allen Drachenschwärmen finden konnte, um eben einem Krieg gegenüber zu stehen oder für eben jenen gewappnet zu sein, den er hat kommen sehen und er spricht in diesem Zusammenhang von Feinden, die die Herrschaft der Aspekte anzweifelten und das deckt sich überraschend gut mit der Lore zum ersten Raid, wo wir ja Protodrachen haben, die eben damals auch sagten, nee, hier irgendwie titanisch ermächtigt werden, seid ihr bescheuert, wir sind Kreaturen der Elemente, wir ermächtigen uns am Elementaren. So, dann wurden die Aspekte von den Titanen gesegnet und die Protodrachen, die dagegen waren, von den Elementen und dann kämpfen die gegeneinander. Die Aspekte haben dann knapp gewonnen, eigentlich waren die gleich auf, aber sie haben es geschafft, diese Elementar ermächtigten Protodrachen wegzusperren. Jetzt, wo die Dracheninseln aber wieder erwachen, wachen die auch auf und wir haben das Problem, dass die Protodrachen noch genauso heftig sind wie damals, die Aspekte seit dem Eddon Kataklysm ihre Mächte aber verloren haben überwiegend, plus der ein oder andere ist sogar gestorben. Also sind die Draktür anscheinend die, die das jetzt ausbaden dürfen, weil das letztendlich der Konflikt ist, den Todesschwinge schon damals gesehen hat, als er noch nicht mal Todesschwinge war. Okay, wow, und das steht auf so einer Random Schuppe. Alles klar, alles klar, und hier sind noch welche, warte mal, habe ich noch eins übersehen, ne, hier ist tatsächlich noch eins, ist da was anderes? Edikt, was für ein Ding, Werns, was ist ein Werns? Alle Draktür sollen sich einem Werns verschreiben, der am besten ihren Skills entspricht und jedes davon hat einen bestimmten Fokus, einen bestimmten Aspekt, dem er folgt, Angreifer, Verteidiger, Heiler, Taktiker und Infiltratoren und zusammen werden all diese Einheiten eine ultimative Armee formen. Aha, und jeder von diesen, was ist denn das, Unterschwarm oder so, irgendeinen Einheitennamen, oder irgendeine Gruppe, glaube ich, alles davon soll unter der Autorität von einem Schuppenkommandanten stehen, den haben wir ja schon kennengelernt für unsere Einheit und der sorgt dann eben dafür, dass die Draktür wachsen, ja, und dass sie eben auch im Namen des Erdwächters dann sprechen können und dass sie eben immer besser, immer höher wachsen. Sagt er gerade, dass sie sogar für die Position des Erdwächters dann in Frage kommen irgendwann? Äh, nee, sagt er nicht. Er sagt nur, dass die Schuppenkommandanten vom Erdwächter ausgewählt werden. Dachte schon, Junge, das wäre auch ein heftiger Lorebreaker, dass Todesschwinge quasi seinen Nachfolger heranzüchten wollte. Nee, 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 ist aber nicht so. Die Mitglieder dieser Gruppen, die werden dann diese, warte, wie hieß es auf Deutsch, Flügelbrüder oder so, das war ja super gerade, die werden dann mit so einer besonderen Bezeichnung gesegnet, die sind quasi verbunden, ja, und das ist ein Bund, der niemals brechen darf, der quasi geschmiedet wurde durch Pflicht und Ehre im Service, im Dienst der Drachenheit, ja. Ich hoffe, genauso wird es übersetzt, wie ich es gerade gemacht habe. Die Flügelbrüder schwören einen Dracheneid. Geil, gut, dass ich nicht beim Lokalisierungsteam bin. Auf deinen schuppigen Nackenflügel, Bruder, ganz genau. Ey, Mann. Ja, cool, Schmelke, hi. Sehr interessant schon mal, dass wir direkt bei den ersten Schritten solche Loredrops bekommen. Mega nice. Was ist denn hier in dem Raum? Da hängt noch so eine Schuppe. Oh Gott, ich raste aus, Mann. Überall hängt hier irgendwas. Naja, erstmal müssen wir eh den Dicken wegmachen, wa? So, dann kicken wir dich gleich mal zurück. Dann gibt es hier schön die lebende Flamme hinterher. Oh ja, das macht Schaden. Hier hüpfen wir schön raus. Bisschen fliegi, fliegi. Und dann mehr Flammen. Boom. Okay, das lief schon mal deutlich besser als der Fight davor, würde ich sagen. Das lief schon mal deutlich besser. Damn, was haben wir hier noch? Irgendeine Waagschale? Bettchen? Jetzt muss ich hier aber ein bisschen schneller machen, nenne ich das. Der spawnt gleich. Dark Talents. Dunkelkrallen oder so? Okay. Wo die Feinde des Erdwächters wandeln, da sind die Darkkrallen, die Dunkelkrallen nicht weit. Die verdecken dann die Himmel und zerstören ihren Willen und zerreißen ihre Anführer und so weiter. Das ist quasi wieder so eine Art Edikt, ne? So heißt es auch. Okay. Und die sind dafür verantwortlich, dass alle Feinde leiden, ja? Dass sie sich in ihren eigenen Festungen niemals sicher fühlen können. Und für jeden, der in unseren Reihen steht, werden zehn von ihnen fallen. So wird es hier geschrieben. Einfach geheimnisvoll. Still, still von hinten. Ja, weggemessert, Junge. Darum Dunkelkralle ist quasi der SI-7 von den Draktür. Und diese Abteilung, die ist momentan unter der Autorität von Schuppenkommandant, wie heißt der Bruder? Sind Retrash. Okay. Und die sind dabei zu trainieren, um die Elite zu werden, die bei allen Gegnern für Angst und Schrecken sorgt. Und vor allem bei den Gegnern vom schwarzen Drachenschwarm. Sehr, sehr krass. Okay. Ich liebe diese kleinen Lore-Einschübe. Auch wenn mein Englisch nicht immer das Beste ist, Freunde. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass die kleinen Übersetzungen eher spontaner Natur sind. Nagelt mich da nicht drauf fest. Aber sehr cool, was man hier schon in Erfahrung bringen kann, ja. Mega nice. So. Die Draktür sind Relikte einer vergessenen Vergangenheit. Auf Arzeroth ist kein Platz für sie. Sollen das heißen, Junge. Nach dem Startgebiet direkt gecancelt wieder, oder was? Kriege ich so einen Hals, Junge. Jetzt muss ich hier immer die Wände begutachten, dass wir nichts weiter vergessen. Und hier sind die ersten Vorräte. Verrottete Rationen. Ja, geil. Der Konservierungszauber auf diesen Speisen hat vor Jahren versagt, wodurch das Essen zu Staub zerfiel. Oh nein. Nicht das Essen, dass sie meine Freunde töten. Okay, aber warum auch die Suppe, Bruder? Warum auch die Suppe? Hier stehen sie alle in Stase versetzt. Warum wollen die Blauen das denn zerstören? Was ist mit denen? Das ist bestimmt so eine Einzelmission. Oder wir sind auch in einem ganz interessanten Zeitabschnitt. Aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir ja wach geworden, weil die Dracheninseln jetzt aufwachen. Da dürften wir jetzt in diesem Moment nicht in der Vergangenheit sein. Käste mit Draktürrüstung. Na, die ist noch intakt. Super. Dann fighten wir gleich den nächsten hier. Bam! Oh. Wait. Die Steine können mich wirklich interruption, die hier runterfallen. Alter. Was soll denn das? Da kriege ich ja so einen Hals. Oh mein Gott. Und nochmal desintegrieren hier. Zack. Zack. Sehr cool. Kallek ein bisschen wütend, weil Jaina Schluss gemacht hat, ja. Darum töten wir jetzt alle anderen Drachen. Weil sie es verdient haben, die Schweine, die sind nicht zu meiner Hochzeit gekommen. Rums. Zurückgestoßen. Sehr wilde Attacke. Ey, ich weiß jetzt schon mit den wenigen Moves, die ich habe, dass PvPler Draktür lieben werden. Ist einfach so. Hältst du schön im Stunlock? Denkst du zumindest mit deinem Schurken? Ziehst du in die Bürstphase rein? Und dann fliegst du einfach auf die andere Seite der Arena, ne? Oh, Junge. Das Salz ist ja jetzt schon einfach endlos. Mann, ey. Was haben wir hier? Verbogenes Metall. Oh, noch eine Schuppe. Die Rufer. Ah, das sind wir quasi, ne? Wer ist die Mama der Draktür? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist vor allem, ob es eine Mama gibt in dieser Form, ne? Wenn wir uns an die Experimente auch von Nefarian erinnern, ist er ja der prominenteste Sohn von Todesschwinge zumindest lange Zeit gewesen, ja? Dann war das ja ein kunterbuntes Durchmischen auch mit Reagenzgläsern und Co. Deswegen, ja, ist irgendwie alles mit drin. Er hat ja Essenzen aus allen Schwärmen genommen. Insofern, wenn das auf natürlichem Wege irgendwie sein musste, dann war es ein tolles Rudelbumsen. Und wenn nicht, dann war es eher so eine Laborgeschichte. Ja, was ich mal eher vermute. Die Evoker, die Rufer. Jawohl. Jeder Draktür ist ein Soldat, ein Experte. Egal welcher Gruppe man dient, alle nutzen ihre Talente, um die Drachenheit im Namen des Erdwächters zu verteidigen. Allerdings ist es so, dass wir ein paar wenige haben, die ganz besondere Skills haben, ja? Die über ein besonderes Skillset verfügen. Und zwar die, die einfach die Spezialitäten aller Gruppen in sich vereinen und die zwischen denen wechseln können. Und damit meinen sie, das sind wir Spieler und wir können umspecken. Das haben sie for real mit in die Lore eingewoben. Wie geil. Wir sind die Experten. Wir sind die Rufer. Die Evoker. Die Besten der Besten. Die Feinsten der Feinsten. Ja, mega. Diese Eliteeinheiten, die haben das sehr seltene Potenzial, ihre Essenzen zu fokussieren. Und zwar in ein Instrument der Erhaltung oder in eine Waffe der totalen Zerstörung, der absoluten Vernichtung. Und die Reise, um das zu meistern, ist sehr lang. Nur wenige Draktür können diesen Pfad überhaupt sehen, geschweige denn ihn bestreiten. Oder beschreiten, besser gesagt. Bestreiten, das können bestimmt viele. Aber die, die lernen, damit umzugehen und das volle Potenzial zu entfalten, die kriegen dann den Titel Evoker. Also quasi Rufer. Sehr cool. Gefällt mir mit diesen Schuppen hier an der Wand, weil das ist wieder Lore, die ist direkt da. So Dudes wie ich werden einfach sieben Jahre für dieses Startgebiet brauchen. Und wer sagt, ey, pass auf, hab ich nicht so Bock drauf. Oder guck ich dann halt dein Video mal, wenn ich Bock habe, ne. Die können ja einfach durchballern. Und man muss hier nicht stehen und dann sieben Stunden im Dialog zu hören. Also das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Oh, da war der Tausender-Krit, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Bäm! Und spür die Flamme. Und dann gehe ich ein bisschen zurück. Und dann gibt's wieder die Desintegration. Jawohl. Cool. Also uns fehlen noch sehr essentielle Fähigkeiten, die man ja auch schon in diesen Trailern sehen konnte, ne. Mit diesem Fliegen und diesem Aufladen. Aber spielt sich jetzt schon ein bisschen flüssiger als eben beim ersten Ranspringen, ja. Was haben wir hier? Ein paar Waffen. Wunderbar. Junge, diese Steine. Wie viele werden an diesen Steinen sterben, Mann? Da gibt's dann bestimmt so eine Position, wo sich die Skelette einfach türmen nach den ersten Fights, weil da einige AFK gegangen sind und dann von Steinen erschlagen werden. Let's go. Ja, aber eigentlich hatten wir alles, oder? Evoker, Dunkelkrallen, wo wir herkommen mit Todesschwinge. Hm, ich guck mich mal noch ein bisschen um. Da geht's auch noch lang. Ansonsten sind die Kammern ja eigentlich verschlossen, ne. Ich hab Angst vor dem neuen Talentsystem. Du hast Angst? Nein. Nein. Angst musst du da nicht haben. So eine gewisse unsichere Vorfreude, ne. Weil man noch nicht weiß, wie sehr es einen erschlägt. Aber was ich davon bisher gesehen habe, das sah doch eigentlich ganz wunderbar aus. Aber gut, auch da ist natürlich jemand, äh, jemand. Da ist natürlich jeder anders, ja. Flapperstar, der dritte Monat. Vielen Dank. Spielt irgendjemand live? Habt seit gestern durchgehend Probleme beim Einloggen und beim Serverwechsel? Instanzen gehen auch nicht. Ist ein bekanntes Problem. Ja, Blizzard hat sie noch nicht dazu geäußert. Aber wenn man in den sozialen Medien auf den auch deutschen Support-Accounts schaut, häufen sich da, ähm, die Meldungen diesbezüglich. Also habe ich leider keine gute Nachricht im Rahmen von Ist in drei Stunden gefixt. Aber da sich die Meldungen häufen, seid ihr schon mal nicht allein. Und Blizzard wird es vermutlich mitbekommen haben, ne. Das ist ja erst mal Schritt eins. Diese Konstrukte wurden durch die Magie des blauen Drachenschwarms belebt. Der Erdwächter hätte das nie zugelassen. Ja, ihr seid da auf einer heißen Spur, Leute. Ich sag's, wie es ist. Stand hier noch was? Kisten mit Stäben und Mana-Kristallen. Kistenkisten mit Trakturausrüstung. Wenn euer Gedächtnis euch im Stich lässt, dann greift auf euer Training zurück. Dieses Gier, das ist uralt. Toll. Und das Essen ist zu Staub zerfallen. Es macht keinen Sinn. Diese Rationen sollten ein Leben lang halten. Also, ne, im Rahmen von, was weiß ich, hunderte Jahre so. Naja, wir werden sehen, was wir mit dem Rest machen können. Ja, die wollen das natürlich jetzt auch nicht glauben, ne. Das alles, was sie irgendwie ausmacht und das, woran sie glauben, dass das jetzt alles weg ist, weil sie so lang gepennt haben. Oh, oh, oh. In den Kessel. Eure Skills werden gebraucht, Rufer. Und zwar haben wir hier vorne Probleme. Und wir haben wenige Vorräte. Ja, die Versorgung ist ganz schön im Eimer. Das heißt, wir müssen erstmal durch diese Arcane Barriere brechen. Und in der Kammer dahinter sind Raktur, die Hilfe brauchen. Da werden wir versuchen, ihre Wunden zu versorgen. Und wir werden alle Gegner umhauen, die uns im Weg stehen. Es könnte das letzte Mal sein, dass wir zusammen in diesen Hallen wandeln. Grisou. Ja, mach sie platt. Ich will Feuerwehrmann werden, Vater. Oh. Damn, mit Sequenz. Okay. Ja, Glodrash. Könnt ihr diese Barriere einreißen? Suri. Genau die Verstärkung, die ich brauche. Ja, er reißt die komplett ein, Mann. Er macht einfach Licht an. Zack. Habt ihr den Erdwächter gefunden? Nein, er ist nicht in dieser Kammer. Aber dort ist... Dort ist... Oh, der Blaue. Ein anderer Drache. Moin. Auch schickes Modell. Komm, treue Diener von Maligos. Aha. Zeigt diesen Missgeburten keine Gnade? Bruder, siehst du dich noch selber? Na, das wird lustig. Da haben sie Böcke jetzt, die Elite-Soldaten, ne? Wild. Kann ich aber nochmal zurückgehen? Könnte ich auch. Okay, ich hab Angst, irgendeine Tafel noch übersehen zu haben. Aber ich schätze, ich kann hier jetzt auch runtergleiten, ne? Zurückwusehen können wir ja im Zweifel zwar immer nochmal. Wieso sabbelt er jetzt von Maligos? Oh, damn. Die werden genauso in der Zeit eingefroren gewesen sein wie wir, ne? Oh, das könnte natürlich sein. Ach, du Scheiße. Was ist da unten mit der Tür? Die sind alle verschlossen, ne? Sonst hätte ich ja jetzt versucht, da unten mal hinzukommen. Naja, dann springen wir wohl erstmal runter. Drückt während des Fallens Springen, um zu gleiten. Das ist sehr nett, dass sie das immer wieder da hinschreiben. Auch wie ich mich heile, wenn ich verwundet bin. Weil die wissen, dass ich das gerne vergesse sonst. Ah, was für coole Modelle, Mann. Kann ich nicht auch so aussehen mit meinem Draktur? Ja, ich finde diese bulkigen einfach viel geiler. Also das Draktur-Design ist nice und ich liebe die ganzen Optionen. Aber scheiße, Blizzard. Gönnt mir noch fettere Drachen, okay? All needed. So, liebe Kralle, ich heile dich mal ab. Pass auf, ja. Bam. Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Natürlich spürst du das, wenn ich dich heile. Das ist ja wohl immer und überall so. Maligos ist aber dead. Ja, das wissen die genauso wenig, wie wir das mit Todesschwingen irgendwie auf dem Kasten. Oder auf dem Schirm. Desintegration again. Erfüllter Stoß auf Range. Boah, sieht das auch fett aus, Mann. Was sind die Animationen? Ach, du Scheiße. Hier eine dicke Schmiede. Und den kann ich ja schön heilen. Ich kann die sicherlich auch auf Range heilen und dann erst in den Kampf gehen. Meinen Dank, sagt er. Das heißt, ich könnte jetzt mal dahinter gucken. Der Bruder ist ja hier am Fighten. Und da müssen wir ja gar nicht so nah rangehen. So sieht's aus. Zack. Die Drakteur wurden vorher schon eingefroren. Nur die Erweckung erweckt alle wieder, was nicht so vorgesehen war. Ja, so würde ich das in der Tat auch interpretieren. Dass sie in Stase gehalten wurden. Sicherlich für den Moment, für den sie ursprünglich angedacht waren. Hallo. Der ist sehr wichtig. Der ist so eine Art Exolotl. Nice one. Und dadurch, dass die Inseln jetzt aber aufgewacht sind, ne, hat das natürlich alles einmal durchgerüttelt und alle Pläne irgendwie vereitelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der Wahn von Malygos und Netarion nicht eingeplant war. Bei diesen ganzen Aktivitäten hier. Und somit ist natürlich eine Menge durcheinandergewirbelt worden, ne. Bin ich höchst gespannt, wie sie das jetzt auflösen hier. Oder ob sie sagen, nö, nö. Das lösen wir einfach gar nicht auf, Alter. Streng geheim. Ist dann einfach ein Cut und wir stehen in Sturmwind oder so. Gut. Die habe ich soweit geheilt. Das ist schon mal nice. Dann können wir weiter. Warum machen die die ganzen Drakteur platt? Ich denke, wir sind hier die Super-Elite. Aber wir sind auch gerade erst aufgewacht, ne. Stell dir vor, Montagmorgen. Und auf einmal stürmen hier irgendwelche blauen Draconiden rein. Ja, da wäre ich aber auch alles andere als vorbereitet. Malygos ist dead und hat viele Kinder. So ist es nämlich, ja. Die True Lore, Leute. Der Kriegshort. In den Kessel. Ihr habt unsere Leute geheilt. Gut gemacht. Nun müssen wir uns um den Drachen kümmern. Jawohl, direkt Bosskampf. Was geht? Der Drache auf der Schwelle. Er steht unserer Flucht im Weg. Lapisargos. Dieser blaue Drache, der wird alles hier zum Einsturz bringen und uns gefangen halten. Er sagt, er dient Malygos. Dieser Name sagt mir etwas. Aber warum würde irgendein Drache wollen, dass wir Gefangene bleiben? Hör zu, Grisou. Wir wurden trainiert, um zu kämpfen. Mit Drachen, aber nicht gegen Drachen. Aber jetzt haben wir leider keine Wahl, ne. Zeit zu tun, was getan werden muss. Und wir bekommen einen Schmuck. Kristalliner Lapis. Wir haben eine Chance mit Fähigkeiten, das hier in Flammen zu hüllen. Ja, geil. Dann hauen wir den mal um, war. Kommt ihr mit? Ah, ihr geht sogar vor. Wir wurden trainiert, Drachen zu verteidigen. Nicht zu, sie zu bekämpfen. Das ist falsch. Lapisargos lässt uns keine Wahl, Suri. Er muss getötet werden. Oder was hat er gesagt? Er will uns vernichten. Ja, ist ja so ähnlich, ne. Beruht jetzt auf Gegenseitigkeit. Heute kämpfen wir füreinander. Für alle Draktür. Gut gesagt, mein Freund. Da ist er schon. Was macht der da? Ausgang erreicht. Achso, der kämpft schon gegen andere. Naja, dann. Gehen wir mal ran. Da war. Lebende Flamme. So. Ihr wagt es, den Willen Maligas herauszufordern. Wie hieß der Angriff von Argumon? Das war kleine Flamme, ne. Hör ich immer. Mit so einem Echo im Hinterkopf. Mehr Desintegration. Jawohl. Ich liebe einfach die Animation dieses Angriffsmann. Oh, er kann Ads beschwören. Okay. Bam. Easy going. Ich mach die Ads weg, Leute. Und ihr macht den dicken Drachen. Zack. Das ist schon lässig hier. Bam. Jawohl. Und dann selber heilen schnell. Ich hab ja immer noch Agro. Hör mal. Was soll das denn? Ich denke, ich hab gar keinen Tank-Spec. Frech halt, Junge. Oh, shit. Da muss ich raus. Vorsicht. Ja, und dann noch nicht mal Kaffee hier, ne. Der ganze Hort wird überrannt. Und Kaffeemaschine ist auch noch kaputt. Das sind schlimme Zeiten hier auf den Dracheninseln. Ey, wirklich. So. Den würde ich gern noch umhauen. Dankeschön. Und dann würde ich mich gern noch mal heilen. Für die Sicherheit. Weil der haut ja doch ganz gut zu. Und dann wird noch mal rein desintegriert. Und dann kommt die Todesflamme geflogen. Jawohl. Rums. Da ist er weg. Nice. Eure Zeit ist abgelaufen. Nö. Ein bisschen staubig hier. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Uuuuh. Uuuuh. Städte des alten Wern. Krass. Unsere Trainingsgründe sind komplett überwuchert. Wir müssen sehr lange in dieser Stasis gewesen sein. Ja. Dann können wir jetzt erstmal Rasen mähen oder was? Ah, der Tarion ist irgendwie weg oder tot. Keine Ahnung. Hier ist ein Rasenmäher, Alter. Let's go. Der Drache auf der Schwelle. Wir werden das alles sauber machen und wir werden sicherstellen, dass kein Draktür zurückbleibt. Aber zuerst müssen wir diese Area, dieses Gebiet hier sichern. Jawohl. Nice. Der Kriegshort. Guck mal. Erfolgsteil. Und wir legen den Schmuck natürlich an. Sehr nice. Sehr nice. In Tempo. Klauen geschnitzte Figur. Wild. Das innere Feuer. Wir werden jetzt Priester. Mit nem Rasenmäher-Mount. Genau. Ihr seid ein Evoker-Grisu. Ein Rufer. Der Beste der Besten. Ein Elite-Soldat, der alle Skills von allen Werns gemeistert hat. Ich erwarte viel von euch. Eure Erinnerungen mögen zerbrochen sein, aber die Macht der Drachen, die pulsiert durch eure Adern. Nutzt sie. Eine von euren mächtigsten Waffen ist der Atem. Das Feuer in euch, das wird immer stärker, je länger man eben inhaliert. Diese Insekten, die schwärmen über die Trainingsgründe. Und die sollten gute Ziele sein. Feueratem. 30 Sekunden Abklingzeit. Atmet ein und facht euer inneres Feuer an. Setzt den Atem frei, um Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor euch zu verbrennen und ihnen 1278 Feuerschaden zuzufügen. Fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. Und dann haben wir da diese Stufen von der Aufladung. Ey, da kommt der Feueratem geflogen. Sehr nice. Na denn. Gucken wir uns das mal an mit den Käfern. Wait, fast Quest vergessen. Und den soll ich damit anmachen, oder was? Da ist die Trainingsattrappe hier. Auf Wish bestellt. Okay, wir wissen, Neltarion, bevor er wahnsinnig wurde, froh er seine Draktür ein. Vielleicht hat dann Maligos nach dem Verrat von Todesschwinger den Drachen losgeschickt. Und kurz bevor der wirklich was Dummes anstellen konnte, froh er die komplette Insel ein. Könnte sein, dass da irgendwo dieser Cut liegt. Na, das könnte das in der Tat erklären. Arkanes Eindringen. Dieses Leuchtsignal dort vorn. Ich bin sicher, das war noch nicht da, als wir eingesperrt waren. Okay, Zauberei ist nicht sein Ding, aber er weiß, was Arkaner Magie ist, wenn er sie sieht. Dieselbe Magie wurde benutzt vom Blauen Drachen. Aha. Er sagte einen Namen, Maligos. Er klingt vertraut, aber der Erdwächter, der hat uns irgendwie, ja, solche Sachen beigebracht. Aber auch das ist so ein bisschen zerbrochen, ja, fragmentiert, sagt er, ein bisschen unvollständig, diese Erinnerung. If dieser, if dieser, falls dieser Maligos uns in diese Stase gepackt hat, ah, dann wurde dieses Arkanes Signal hier auf seinen Befehl hin platziert. Okay. Er vermutet jetzt, dass Maligos sie in diese Stases gepackt hat. Aber möglicherweise aus denselben Gründen, vermutlich aus Angst, dass die ausbrechen und auf Todesschwinges Seite sind. Das könnte natürlich auch passen. Dann ist es so rum, wenn seine Vermutung jetzt richtig ist. Dann hat nicht Neltarion die in Stase versetzt für den Moment, wo dieser Krieg kommt, dass er die da aufwecken kann, ja. Sondern Maligos hat das getan und blaue Drachen als Wächter hier gelassen, damit sichergestellt ist, dass während dem Kataklysmus, ne, nicht noch die Draktür ausbrechen und den Zwielichtkult anfeuern und so ein Bums. Ah, ja. Wir untersuchen das Areal und erstatten dann Bericht. Und dieses Leuchtsignal sollte uns so ein bisschen Aufschluss geben und aufschlüsseln, was hier passiert ist. Okay. So, was ist jetzt mit dem Teil hier? Das soll ich erstmal anklicken. Ah, das setzt die Abklingzeit zurück. Verstehe. Und jetzt muss ich hier gedrückt halten. Und dann, wenn ich loslasse, bam. Ah, okay, cool. Cool, cool, cool. Und ich kann auch, wenn ich einmal drücke, dann ist quasi... Aber dann passiert gar nichts. Ich muss schon ein bisschen gedrückt lassen bis zu diesen Stufen. Ah, okay. Okay, okay. Wenn ich nur einmal kurz drücke, also die Fettfingergefahr, die scheint nicht gegeben zu sein. 30 Sekunden Cooldown ist ja auch nicht ohne. Und darum, ich probiere es nochmal, einmal kurz klicken. Ne, dann freest er tatsächlich und haut nicht direkt raus. Dann unterbricht er das. Dann hat man nochmal die Chance. Ne, ist ja eine interessante Mechanik. Okay, den zweiten muss ich noch wirken. Und wir müssen, bam, Junge, schön die Eis klauen. Dieses Signal da unten untersuchen. Sehr nice. Stasis wird auch Zeit einhalten, was er für die Bronzen entspricht. Ja, weil er spricht ja von Arcana-Magie. Und das ist schon eher von den Blauen. Er meinte ja, es ist was Arcanaes und er erkennt es wieder von diesem Kollegen, den wir gerade bekämpft haben. Ansonsten hättest du aber durchaus recht. Was brauche ich jetzt den zweiten? Das heißt, dieser... Ah, das war schon in den dritten Reihen, wa? Muss ich neu erdern. Okay, muss man erst mal drauf klarkommen. Je neue Mechanics sind wir, oh, wie Leute. Holy shit. Das ist wieder eine hohe Kunst, weil um jetzt da, Kackkäfer. Frechheit. Da hinten sind noch welche. Hier ist wieder so ein Feuerateminfusor, nennen die sich. Das ist ja auch super. Bam. So, ich probiere nochmal den zweiten. So, gedrückt lassen und bam. Yo. Sehr fresh, aber hat wieder nicht gezählt. Das wiederum ist nicht so fresh, hör mal. Aber im zweiten Balken ist er der zweite oder nicht? Warte, das will ich mir jetzt nochmal ansehen. Ich hätte jetzt gedacht, im ersten Balken ist der erste. Da wäre der zweite. Hm. Und so ist er schon der dritte oder nicht? Ah, ist der dritte nur ganz voll. Das heißt, ich muss mehr als zwei haben. Ah, I see. Und das wäre drei. Bam. Verstehe. Ah, okay. Ja, wichtig, dass ihr diese Quest reingebracht habt. Mit den unterschiedlichen Stufen. Okay, cool. Good to know. Bei uns sind gerade 39 Grad. Damn. Ich gucke mal, was bei uns so los ist. Nach dem Feueratem jetzt ist es bestimmt nicht kühler geworden, oder? Wir haben 38. Ey, fast dasselbe. Geil, oder? Schön. Nur noch diese Stunde. Und es wird bei uns spürbar kühler. Fast 15 Grad weniger in nur zwei Stunden. Der Wahnsinn, oder? Schöne Sommergewitter noch rein. Ein Rums und Abflug. So. Ein dickes Signal. Gucken wir mal. Untersuchen. Oh. Eine Sequenz. Aha. Und wir sehen uns da rauskommen. Ah ja. Schwarze Drachen, die fliehen. War das für Horion? Irgendwelche weirden kleinen Echsen. Jo, ich habe keinen Dunst, was da gerade abgeht, Mann. Und alle kämpfen. Da war irgendein Protodrache. Alles klar. Waren das meine Erinnerungen? War das schon so eine Auseinandersetzung mit den Gegenspielern, mit diesen ermächtigten Protos? Könnte fast sein, wa? Was habe ich hier eigentlich für einen Pfeil? Ah, da kann ich die Buffs auch wegklappen. Das ist ja auch nice. Auf welchem Level starten die Rufer? Auf 58. Das war jetzt hier direkt mein Startlevel. Viel mehr ist noch gar nicht passiert. Und Kettenrüstung tragen sie. Hatten vorhin auch einige noch nicht auf dem Schirm. Sei gleich mal dazu gesagt. Das innere Feuer. Gut. Ihr erinnert euch an euer Training. Haltet den Kopf unten und die Lungen voll Luft. Das ist mal ein schöner Tipp hier. Jawohl. Der Feueratem. Kann ich den jetzt immer noch resetten? Geil. Das geht noch. Arcanes Eindringen. Er hört zu, was wir ihm berichten. Denn so, so, so. Beacons Placed. Ah ja, die sind tatsächlich mehrmals platziert worden. Es gibt mehrere von diesen Signalen. Und das heißt, wir müssen denen helfen, die da infight waren. Soll heißen, das war gar kein Rückblick, sondern wir haben von anderen Signalen diese Infos jetzt erhalten oder was. Ah. Okay. Und wir kriegen einen neuen Helm. Schön. Nehme ich mit. Deepwing. Hey, Mann. Und Bifarian. Bruder, die Namen sind schon wieder viel zu krank. Echt. Oh mein Gott. Und da ist Schuppen-Kommandant Glutal gerade angekommen. Sehr fresh. Und ich habe einen neuen Helm. Den ich aber nicht sehe. Nice. Helme sind eh überbewertet, Mann. Die Namen sind das Allerwichtigste. So sieht es aus. Was habt ihr noch gesagt? Da kommen sie. Sterb, Draktür. Erwachender Tarasek hat das geschrien. Dem Erdwächter sei Dank. Wir benötigen ihre Weisheit. Die Kommandantin hier. Die Flügel ausbreiten. Oh, ein deutscher Text. Ich freue mich. Es vermute ich mich zu sehen, dass so viele dem Kriegsort entkommen sind. Mein eigener Wern hatte nicht so viel Glück. Glutal steht einen Moment schweigend da. Es gibt noch weitere Horte überall auf der Insel. Voller Draktür in Gefahr. Es wird stärkere Flügel brauchen, um sie zu erreichen. Konzentriert euch. Erinnert euch an das, was ihr gelernt habt. Bekommt wieder ein Gefühl für den Wind. Ihr müsst eure Stärke wieder erlangen und zu den anderen Horten fliegen. Die Zeit für Ruhe ist vorbei. Übt Segeln. Jo, das ist locker ultra fett. Segeln. Fünf Minuten Abklingzeit. Volksfähigkeit. Bringt eure ganze Kraft auf und katapultiert euch in die Luft. Die Abklingzeit beginnt, wenn ihr landet. Okay. Man kann das nicht hintereinander wegtimen. Schön, wie sie ihr Kissen schleppen. Beste Leben. Ich bin erwacht. Die übrigen Draktür nicht. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Ja, ihr Beefy Boy oder wie sie hießen. Scheiße. Schön, euch zu sehen. Aber ihr Weyan, ihre Gruppe, die hat es leider nicht geschafft. Jenny, hi. Ich wollte meinen Drachenlord nennen, aber der Name ist schon vergeben. Ja, das ist jetzt auch leider nicht so überraschend. Der war vermutlich noch vor Tabaluga und vor Grisou und vor Fuchur und so weiter weg, Mann. Sad life. Der Wischian. Ja, das ist ja der, der immer sauber macht mit dem Wischmob. Lasst uns eure Flugausbildung mit Segeln beginnen. Ich glaube, das dürfte das Dragonriding sein. Ah ja. Da habe ich, glaube ich, schon den ein oder anderen Clip von gesehen. Oh shit. Das heißt, ich springe jetzt hier nach oben. Und dann könnt ihr nicht am Boden benutzen. Ach so, warte, das ist ja was anderes. Das ist Gleiten und das ist Segeln. Ich ziehe mir das mal hier hoch, sonst komme ich da ewig durcheinander. Segeln. Okay, here we go. Aha. Und durch die Ringe. Oh, das ist ja komplett geile Steuerung. Das ist ja super flüssig. Oh. Nice. Okay. Und da werde ich dann immer schneller. Ja, stellt euch vor. Das bleibt wirklich bei den Traktür. Und dann ist irgendwo ein Rare in einer neuen Zone. Und die fliegen so los, werden immer schneller. Und wenn man dann da ist, ist der Rare immer direkt dead. Let's go. Kodeti. Okay, als nächstes steht der Sturzflug an. Versucht beim Fliegen eure Nase nach unten zu richten. Während des Sturzflugs werdet ihr ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen. Zieht eure Nase wieder nach oben, bevor ihr auf den Boden knallt, um die Beschleunigung mitzunehmen und all die Energie zu verbrauchen, die ihr während des Sturzflugs angesammelt habt. Seht doch mal, ob ihr alle Ringe erwischen könnt. Versucht es gern, so oft ihr wollt. Okay, der ist ja direkt danach. Naja, testen wir mal, wa? So, ab nach oben und dann Sturzflug. Okay, oh, oh, das war viel zu schnell. Das war ja viel zu schnell. Warte, nach unten, Sturzflug, Tempo aufnehmen, nach oben. Ach du Scheiße, Junge. Das ist ja super fresh. Ich habe eben nicht mit dieser Geschwindigkeit gerechnet, tatsächlich. Dass wir so viel Speed mitnehmen, rums und dann so nach oben. Holy hell. Und das ist ja sicherlich noch nicht alles, ne? Wenn man ganz oben irgendwo startet. Jo, wie lang man einfach in der Luft bleibt. Das ist ja ultra nice. Man portet sie mich wieder hoch. Ah ja, da kann ich es nochmal probieren. Okay, ich habe diese ersten Ringe hier nämlich gar nicht gesehen. Die soll ich natürlich dann auch nochmal mitnehmen. Junge, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller. als alles andere, was ich bisher in WoW so geflogen habe. Holy hell. Das ist jetzt super nice. Wow. Wow. Ja, ich bin schneller wieder drin, als er erwartet hat. Aber wir müssen natürlich unser Training noch beenden. Und er hofft, dass er ein Diplomat wird, oder was? Aha. Er könnte einfach fliegen, er könnte Feuer spucken. Er will Diplomat werden. Was für eine Legende, Mann. Sehr, sehr nice. Segeln. Okay. Trainieren, wie wir kämpfen. Ja, das mit den Reifen, das war ganz nice, um so ein bisschen darauf klar zu kommen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch wieder gucken, dass wir ein bisschen aufs Kämpfen klarkommen. 900 Prozent. Die Geschwindigkeit geht hoch bis zu 950 Prozent Fluggeschwindigkeit. Ach du Scheiße. Das ist ja super krass. Wir sollen weiter gehen. Und wir sollen dieses Segeln jetzt ausprobieren, bis wir uns eben so fühlen, dass wir sagen, habe ich gemeistert. Ja. Gar kein Problem. Und wir sollten uns hier so ein bisschen umgucken. Wir sollten auf das lokale Wildleben klarkommen. Und wir sollten immer ein Auge haben auf mögliche Gefahren. Ja, darum üben wir den Bums natürlich. Jetzt können wir uns aber erst mal wieder hinten melden. Jawohl. Kann ich vorher noch ein bisschen rumfliegen? Würde das gerne noch probieren. Habe ich irgendwo Geschwindigkeit beim Fliegen? Wird das getrackt? Ich fürchte nicht, ne? Leider nein. So. Runter. Und hoch damit. Das ist ja so cool, Mann. Das ist so lässig. Oh mein Gott. Das macht jetzt einfach schon Spaß. Ich meine, man wird natürlich ein bisschen abstumpfen mit der Zeit, ne? Das ist klar. Aber gerade hier einfach rumsegeln. Eins drücken. Oh, damn. Vorwärtsschub. Ah, dann haben wir auch noch mal Fähigkeiten. Und Aufstieg in den Himmel. Fünf Minuten Cooldown. Da gehen wir noch mal nach oben. Sehr, sehr cool, Junge. Einfach wild am Flyen. Oh, guck mal hier. Das ist so eher der Flug. Der Flug so Samstagmorgens, weißt du? Oder Sonntagmorgens, wenn du nach Hause kommst. So, Mutti, haben wir noch ein Mettbrötchen im Kühlschrank? Machst du schön hier den seitlichen Segler, weißt du? So ein Ding ist das. Fresh. Fresh, Metashi, mein Lieber. Was geht? Vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. Ich hoffe, ihr wart auch stabil in der Alpha unterwegs. Bin gerade dabei, so ein bisschen auf die Dreaktür klarzukommen. Sehr interessante, sehr witzige neue Mechaniken dabei. Dankeschön. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Seid noch nicht weggeschmolzen. Trinkt genug. Und dann können wir auch ohne Kopfschmerzen weitersuchten. So muss das natürlich sein. Dankeschön. Hallöchen. So, ihr wollt noch mal ein bisschen fliegen hier. Ich bin gerade am Rumprobieren. Wie das Ganze aussieht. Jawohl. Und bin noch nicht so ganz fein mit der Art und Weise, wie ich hier am besten starte. Aber der kommt natürlich mit der Zeit. Wenn ich in der Alpha, dann in der Live-Version oder so bilde ich mir einen. Oh damn. Dann könnte ich jetzt noch mal sagen, schön nach oben. Vor allem kann man das mit dem nach oben dann ja auch richtig gut über einer Schlucht benutzen. Und dann so richtig viel Tempo holen. Und dann damit wieder nach oben knallen. Ah ja, da war sogar ein bisschen Leuchten jetzt dabei. Okay, cool. Und wie nice, dass sie daran gedacht haben, dass da jeder erstmal ein bisschen ausprobieren will. So, dass wir auch den Cooldown dann hier am Anfang resetten können. Weil sonst wären 5 Minuten Abklingzeit natürlich ein bisschen weniger fresh, muss man gestehen. Das wäre dann nicht ganz so nice. Aber hier, zack. Easy. Und nochmal. Waysearch, 22 Monate und Craft on Night mit dem fünften. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Okay, cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Die möglichen Optionen, auch die Art und Weise, wie man da dann hoffentlich zumindest immer besser wird. Sehr, sehr nice. Okay, die Zeit wird knapp. Ein Sturm zieht auf. Und das war schon der nächste Punkt. Alles klar. Vielen Dank für eure Follows, Leute. Dankeschön. Freut mich, dass ihr reinschaut. Du hast ja eine krasse Stimme. Dankeschön. Nach dem dritten Patch nach Release hast du das Fliegen dann raus. Wenn das Add-on vorbei ist, weißt du, dann hast du da komplett gemeistert. Dann bist du der Drachen-Großmeister. Herrlich. Caldera, der Heiler. Da lernen wir jetzt ein bisschen mehr über den Heilspec. Die Visionen, die wir hatten von diesem Arcanen-Leuchtfeuer, die haben uns gezeigt, dass einige Draktür gefangen sind. Und wir können es uns natürlich nicht leisten, noch mehr Leute zu verlieren. Darum müssen wir die Heilschwingen, ist möglicherweise die deutsche Übersetzung. Die besten Medics in unseren Rängen. Die müssen wir dann jetzt quasi holen. Okay. Der Vichian kundschaftet den Hort der Schwarzschuppen aus. Glutdrasch und der Champion, die werden die Heilschwingen aufsuchen. Ey, meine Übersetzung hat gepasst. Ja, Ehre. Und wir fliegen mit Vorsicht. Die Drachen beobachten uns. Ja, den Drachen werde ich jetzt zeigen, wie man fliegt. Alter, so sieht's aus. Kann man die Alpha eigentlich auch als Normalo kriegen oder erst Beta dann? Ich würde sagen, die Chance ist immer da. Ist halt stark abhängig davon, was sie gerade testen wollen. Sie testen jetzt ja auch Woche für Woche andere Inhalte. Und wenn sie dann feststellen, dass sie irgendwie eine sehr breite Sparte brauchen, zum Beispiel auch von etwas älteren technischen Sachen, ja, dann werden sie vermutlich nicht nur die ganzen Creator einladen, die dann irgendwelche Superrechner haben, sondern auch gucken, okay, wer hat hier welche technischen Profile. Und dann kann das auch passieren. Ansonsten ist jetzt natürlich die Chance deutlich geringer, wenn man keine Newsseite hat oder kein WoW-Creator ist. Aber unmöglich, würde ich sagen, ist das nicht. Gerade, wie gesagt, wenn es um so technische Geschichten geht. Dario, vielen Dank für den fünften Monat. Dankeschön. So, erst mal die Kraka rausbauen. Erst mal immer so einen richtigen Schmutzrechner von 1990 oder so stehen haben. Schön in Lidl-PC, ja, und dann bei Blizzard immer jeden Tag neu einschicken. Guckt mal, wie ich leide. Checkt mal meine Kartoffel. So läuft das, Freunde. Kreativ muss man da rangehen. Oh, Karte hat noch nicht so einen Bock. Da hätte ich vermutlich den englischen Klient laden müssen. Der ist halt immer ein bisschen ehrbereit. Aber jetzt machen wir erst mal die Flatter darüber. So, ein bisschen Tempo mitnehmen. Bisschen hier nach vorne. Und da geht es schon runter. Das war ja ein kurzer Flug, ja, Alter. Das war ja Easy Mode, sein Onkel. Moin. Neltarion würde uns sich vorknüpfen, sehe er dieses Chaos. Vorknöpfen in dem Fall. Ja, aber der ist schon nicht mehr da. Aber die Info habe ich ja selber auch noch nicht, ne. Ich kann ja jetzt gar keinen Law Talk mit denen machen. Richtig belastend. Und Kresho, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön, Dankeschön. So, Viridia führt die Haie schwingen an. Falls sie verloren ist, weiß ich nicht, was ich, was sie ohne sie tun werden. Seid ihr in Love gewesen oder so? Keine Zeit verschwenden. Genau. Sind die nicht bei Romeo und Julia, Kollege. Die Haie schwingen brauchen uns. Los jetzt. Ja, dann. Einmal Abfahrt. Kajor mit dem zweiten Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Einmal nach unten und schön hochziehen hier. Jawohl. Wie groß das scheiß Startgebiet auch einfach ist, ne. Dass man hier mal eben so easy hin und her flattern kann. Das schon sehr, sehr nice. Oh. Ähm. Denen geht's nicht so gut, oder? Was haben die hier geraucht, Mann? Oh, boy. Die haben vermutlich die tausend Jahre alten Rationen doch gesnackt, ne. Dachten sich, hm. Der Schimmel auf meinem Döner, Bruder. Das sind einfach Bonus-Vitamine. Ha. Käfer. Ich bin aufgewacht. Sie krabbelten auf mir herum. Äh. Halbes Dschungelcamp hier im Startgebiet. Wir haben Verwundete. Jo. Seht nur all die Verwundeten. Drinnen sind noch mehr Heiler. Wir müssen ihnen helfen. In den Bau. Welches Toxin auch immer sie infiziert hat, das ist potent genug, um unsere besten Heiler down zu bringen. Ja, sollten wir uns dann nicht von hier verpissen, oder? Wir gehen da erstmal auch rein. Ja, was soll's, oder? Let's go. Wie der NPC einfach runterfiel. Gar kein Bock auf eine Fallanimation, ne. Gar kein Bock. Sind aktuell in Alpha-Phase 2. In Phase 3 bis 5 wird jede Woche eine andere Zone verfügbar sein, ehe in Phase 6 alle Zonen frei verfügbar sind. Ich vermute mit Phase 6 dann Beta-Start, maybe. Könnte sein. Ich meine, es kann auch passieren, dass sie eine Woche mal nur Dungeons testen. Ja, oder nochmal sagen, wir testen jetzt eine Woche nur Charaktererstellung und Talentbäume oder so ein Shit, ne. Das ist auch nicht völlig undenkbar. Aber gleichermaßen wäre es natürlich sinnig, ne. Dass wenn sie da einmal die Runde gedreht haben und genügend Daten haben, dass sie das dann ausweiten. Das kann sehr, sehr gut sein. LeModor mit dem zweiten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Weshalb sind deine Kanal-Emotes Frösche, obwohl der Tauren ja überall bei dir vorkommt? Das ist tatsächlich Oldschool, weil früher habe ich immer mit Freunden in WoW gelevelt und irgendwann hatten wir die Idee, dass wir drei weibliche Goblins erstellen. Die hießen dann Froschfranzi, Krötenkati und Lorchlaura. Ja, und die haben wir so grün gethemockt, dass es im PvP dann so aussah, kriegst du mit einer Schlucht oder so, wenn wir aufeinander zuliefen, als wären die nackt. Und das fanden wir sehr witzig. Das finde ich heute auch noch sehr witzig, wenn so drei grüne Frösche mit beknacktem Namen auf dich zukommen und dich einfach mies im PvP zerbängen. Und so bauten wir dann alles drumherum auf. So die Community-Gilde hat auch heute noch ein Frosch-Symbol. Ja, ist alles ein bisschen älter mittlerweile, aber da kommen quasi diese Bezüge her und der Charakter existiert auch heute noch. Deswegen haben wir da so eine Splittung, die man von außen manchmal nicht so easy nachvollziehen kann. Aber ja, das ist die Story. Das ist die Story. Wir müssen da trotzdem rein. Ja, wir müssen die retten und wir sollen ihm folgen, um diese Viridia-Tante zu finden. Okay, machen wir. Wo seid ihr, Viridia? Was ist da los? Oh, Junge, die haben sich ja aber schon eingenistet, die Käfer. Scheiße, wir ersticken. Das ist ja ein toller Debuff, Junge. Ah, geht der Montag gut los. Gerade aufgewacht, weiß. Oh, shit. Ja, hier ist einiges zugrunde gegangen. Du, ich kann die Luft aber nicht mehr ganz so lange anhalten, ne? Ich kippe jetzt hier um. Okay, toll. Erfolgreiche Rettungen. Yay, verschlimmbessert die Situation. Geil. Viridia, wir sind euch gefolgt. Sie hat uns jetzt gerettet. Ich weiß, ihr seid so mutig und töricht wie immer. Da ist sie. Geil, wir wollten sie eigentlich retten, ne? Ist jetzt nicht so gut gelaufen. In den Bau. Gut, ihr seid wach. Viridia hustet, um ihren Hals klar zu kriegen. Wir brauchen einen Evoker. Einen Rufer. Genau jetzt, ja. Ich töte weitere Käfer, Leute. Ist kein Problem. Neuer Halsberger angelegt. Sieht man da irgendwelche Unterschiede? Groß, ne, ne? Weil meine Rüstung habe ich ja selber gerade ausgesucht und gestylt, wenn man so will. Schnittkrankenwagen. Ja, Credits. Das war's mit dem Startgebiet, ne? Kacke, Mann. Wäre zu krass, wenn du gestorben wärst und in den Schatten landest, ja? Willkommen in Torgas Season 500, Leute. Der Real Content, ja. Hast du jemals an eine Synchronsprecherkarriere gedacht? Du hast ja eine absolut großartige Stimmfarbe. Dankeschön. Ähm, ich probiere mich momentan aus. Ist alles unterm Stream verlinkt. Ja, ich habe einen Hörbuchkanal und ich mache auch auf meinem Gamingkanal so ein bisschen WoW-Staff, so Story-Hörbücher und so ein Bums, ne? Da bin ich momentan ein bisschen am Basteln, auch wenn das aktuell etwas brach liegt wegen Pollenallergie und so ein Scheiß, ne? Probiere ich so ein bisschen rum, aber habe jetzt kein ernsthaftes Ziel dabei, ne? Vielleicht entwickelt sich das, vielleicht irgendwann, wer weiß, was in ein paar Jahren ist, sage ich mal, mal eine Sprecherausbildung, ne? Viele haben da ja auch so ein paar Schauspielelemente mit drin. Da bin ich sehr weit von entfernt, aber ja, lass so ein bisschen alles auf mich zukommen und vielleicht ergibt sich mal was, ne? Ansonsten keine konkreten Pläne. Ich habe mich schnell erholt. Das ist gut. Das ist gut. Die, die fliehen konnten, die sind dabei zu heilen, aber andere sind weiterhin in diesem insektenverseuchten Hort gefangen und wir müssen uns natürlich beeilen und müssen gucken, dass wir die da rauskriegen. Allerdings haben wir immer noch das Problem mit diesen Käfern und den Nestern und deren Giften und alles ist einfach sehr ekelhaft und da die beiden jetzt nur bedingt in der Lage sind, müssen sie natürlich auf uns vertrauen, ja. Kommt das Erstellungsvideo deines Draktürs auf dem YouTube-Kanal? Ja, das werde ich extra cutten. Leichte Beute. Die Wildnis rund um den Hort beheimatet Skethiden. Sie sind gefräßige Insektoide, oft territorial und aggressiv. All die Verwundeten würden für diese Bäschen leichte Beute abgeben. Ich will nicht, dass sie unsere Heiler angreifen, während sie sich erholen. Bruder. Ich hoffe, er macht irgendwann ein Plus. Schöne Heiler-Deffer, ne? Oder PvP. Let's go. Tötet so viele von ihnen wie möglich, während ich mich nach Viridia umsehe. Sie ist sehr tapfer. Während ich mich nach Viridia umsehe. Bruder. Da steht sie. Deine Quest ist ein bisschen schneller fertig als meine, ne? Merkt das schon. Du musst auf dich aufpassen. Du musst dich erholen. Nonsens, sagt sie. Ich bin perfekt in Form hier, Junge. Ich muss nur ein bisschen langsamer machen. Ja, der Bruder ist kurzzeitig erblindet. Na dann. Drache, erwache. Eimer runter da. Zack. Jawohl. Aber wenn man außerhalb der Insel mit diesem Speed hier fliegt, dann ist man auch ganz schnell in einer anderen Welt gelandet, Junge. Auf einmal hast du das One Piece gefunden, weißt du. Das sind wieder Zustände. Da ist eine Quest und da ist sogar ein Rare Mob. Todesriss. Ja, der klingt sympathisch. Hier will ich landen. Blind vor Drachenliebe. Ja, true. True. Okay, wir brauchen Giftdrüsen. Na dann. Feueratem. Junge, der will mir die einfach abziehen hier. Habt ihr den gesehen? Frechheit, Kollege. Er heißt auch Trap. Es ist eine Falle, ihm zu vertrauen, Mann. Naja. Dann quatschen wir erstmal. Oh mein Gott. Es ist einfach ein Baby-Tusker-Mann in einem Weihnachtsmann-Mantel. Oh mein Gott. Der größte Entdecker jemals. Yo. Halper. Ich brauche Halper. Ich brauche Halper, Bruder. Das bin ich auch, wenn ich aufs Thermometer gucke einfach in diesem Moment. Bitte halten Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich bin Tono und ich war auf Erkundung. Da bin ich gut drin. Aber ich habe nicht bemerkt, dass meine Schwester Ko mir gefolgt ist. Ich brauche eure Halper, sie zu finden, weil sie in Schwierigkeiten ist. Also brauche ich eure Halper, bitte. Bitte, bitte. Sie ist in diese Höhle gegangen, aber sie ist im Verstecken nicht so gut wie ich und unsere Eltern sind zu weit weg. Könnt ihr sie finden, bevor es die Monster tun? Das machen wir. Halper, Halper. Ja, jawohl. Wie viel kostet der Fisch, Bruder? Also gut, ich werde mich hinter euch verstecken, aber passt bloß auf, dass die Monster mich nicht sehen. Ja? Ja, ja, kriegen wir hin. Ey, der hat den sogar auf dem Rücken. Ich will den auch auf dem Rücken. Trap. Was soll das denn? Das ist ja ultimativ nice, Mann. Der beste Rucksack, der je existiert hat, echt. Oh, und das sind diese neuen Gottesanbeterinnen. Die sind halt auch ultra schick, ne? Jo, die hätte ich auch gerne als verbündetes Volk, ey. Mega nice, aber erstmal kicken wir dich schön weg und dann gibt es den Feueratem, Junge. Hm, schön aufgeladen. Rums, jawohl. Halten aber ganz gut aus hier, ne? Ich dachte, wir one-shotten die jetzt mal eben weg, aber nö. Dort ticken lassen. Ein bisschen die Eiskrallen dazu. Da fehlt uns noch das fette Epic-Gear, Junge. Zumindest droppen sie aber die Giftdrüsen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Ist der Schaden oder die Range höher voll aufgeladen? Beim ersten 767 Schaden mit dem Dot und beim dritten 2301 Schaden im Verlauf von 12 Sekunden. Also erhöht sowohl die Range, als auch den Schaden, als auch die Dauer, wie es aussieht. Alles ist geiler. Bunny, hi. Alles ist einfach geiler und hier kann ich auch ein bisschen gleiten. Oder auch nicht, weil da steht schon der Nächste. So, und erstmal ein bisschen Desintegration rein. Dann den Feueratem hinterher. Rums, Junge. Dann gibt es den hier noch drüber. Jawohl, dass der schön die Schnauze hält. Und dann gibt es die lebende Flamme mit drauf. Hm, da brennt er jetzt nämlich einfach doppelt so gut, ne? Geil, Junge. Rums. Und weg. Zerret Mortis Tokens Regeln, genau. Einfach so an den Draktür schicken, ne? Ist gerade aufgewacht. Hey, hier ist deine Post, Mann. Schizerin. Ey, Mann. Er ist einfach der Harry Potter Endboss. Hufflepuff und Schizerin. Let's go. Na gut. Dann holen wir uns den auch noch ran. Lief ja eigentlich gerade ganz gut. Feueratem hinterher. Nach dem Slow. Wait, den wollte ich weiter aufladen. Ja, erst mal dran gewöhnen hier, ne? Rums. So eine weirde, aktive Spielweise. Mega ungewohnt in WoW echt. Aber jetzt hier. Zack. Schön drauf da. Und Talentpunkte haben wir ja auch noch nicht frei, ne? Das kommt bestimmt am Ende. Da müssen wir uns dann nochmal entscheiden, ob wir Heiler oder DD sein wollen. Dann gibt es bestimmt noch so einen kleinen Quick-Guy, ja? Das neue Interface ist schon schick. Bin ich auch großer Freund von, ja? Vor allem, was du wirklich alles umstellen kannst und wie einfach es doch zu bedienen ist, ne? Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber als ich mir zum ersten Mal sowas wie Z-Pearl oder FUI runtergeladen habe, war ich jetzt so überfordert von diesen tausenden Optionen, von denen ich bis heute nur drei benutzt habe oder so, ja? Und hier hast du alles so klar und einfach. Kannst die Leisten anordnen in so einem Block übereinander, nebeneinander. Kannst die hinziehen, wo du willst. Hey, Level up. Und da bin ich großer Fan von, ja? Absolut. Wiederkehr. Ah, das ist unser Retz. Okay. Ja, dankeschön. Wiederkehr Bronze. Oh boy, die Fähigkeiten sind sogar unterteilt in die Schwärme. Cool. Haben wir hier Two-Man-It? Klar. Jo, Alter. Gesprochen wie ein echter Trakteur. Den zerlegen wir natürlich. Müssen, denke ich, nicht unbedingt in eine Gruppe, oder? Geht los jetzt hier. Bam. Wir haben ja eben den Retz bekommen. Oh, wie cool, wenn mehrere Trakteur so zusammen draufhauen, ne? Er kickt ihn direkt zurück. Ich lade auf. Boom, muss da weg. Ah, zugunsten der Aufladung habe ich den gefressen. So, dann gibt es die lebende Flamme. Dann sollten wir da, glaube ich, raus. Den wird er jetzt fressen, weil er aufgeladen hat. Glaube ich zumindest. Dann kick ich ihn jetzt mal weg, um ihn auch zu saven hier. Jawohl. Und dann ein bisschen Desintegration. Ah, guck mal, wie wir hier die Roter-Götter einfach sind. Na, da kommt sein Knock-Up mit dem Stun. Ehre, dann kommt mein Knock-Up mit dem Stun. Sehr nice. Und dann geht das schön weiter hier. So. Jawohl. Jetzt nochmal Flammenatem aufladen. Und dann müsste der doch eigentlich voll sitzen. Rums. Jo, das war nice. Sehr nice. War ja da drauf. Ehre, Bruder. Schön den Rare hier zerlegt zusammen. Und wir kriegen einen Hals. Eure Zauber- und Fähigkeiten haben eine Chance, das Ziel mit einem Dorn zu durchbohren. Und schön Bonusschaden zu drücken. Ehre. Kann ich schon jubeln? Äh, Slash jubeln. Yay. Wow, wir beide einfach, Mann. Beide im selben Moment. Wie nice. Das war auf jeden Fall das beste Struktur-Erlebnis bisher. Zwei dumme Ein-Gedanke, ja. Ehre. Okay. Das war der Rare in dieser Höhle. Das heißt, wir trommeln hier jetzt noch so ein paar für diese Giftdrüsen aus dem Leben. Und dann gehen wir auch mit nach oben. Wir wollen ja eigentlich die Schwester retten, ne. So sieht's nämlich aus. Was mir hinterherrennt ist ein Baby-Tusker-Kleinfinger. Look at him. Look at him. Es ist einfach der größte Entdecker aller Zeiten, ja. Er hat eben diese Schlange entdeckt. Geiler Typ. Und wir suchen seine Schwester und die wollen wir hier quasi retten. Ja. Wie schnell ist der Spawn gewesen, Mann? Oh, shit. Gut, dass wir den zu zweit gemacht haben. Sonst wären einfach, während ich den bekämpfe, noch drei weitere dazugekommen, ne. Let's go. So, das ziehe ich raus hier. Und dann geht das hoch. Miss Müde. Hi. Da hinten soll sie sein. Aber auch schöne Höhle, ne. Ist ein neues Höhlenmodell. Ist jetzt nicht wie üblicher Fuhrbolg oder so ein Bums, was man kennen würde. Oh, Halper. Halper, Halper. Ja. I'm ready and I like you. Ich habe Bauchweh. Oh nein. Wie sie da sitzt einfach. In irgendeiner Insektenhöhle mit Gottesanbeterin. Ja, ich habe Bauchweh. Komm mit. Wir bringen dich in Sicherheit. Ja. Jetzt habe ich sie auch auf dem Rücken. Ey, Mann. Beste Quest einfach. Kann man nicht anders sagen. Großartig. Er fightet da unten jetzt auch den Rare, wie scheint. Wir believen aber einfach so ein bisschen Attack on Titan mäßig. Wir gucken nicht zurück. Wir glauben einfach an den Bruder, dass der das schafft. Und dann sollte das hinhauen. So, der kommt auch mit. Na denn. Gehen wir hier schön rein, Junge. Erst dieser Atem. Dann jener Atem. Zack. Jawohl. Und dann noch einen schönen Flammenschaden hinterher. Knockback. Ist schon sehr fresh. Also macht schon durchaus Spaß. Aber mal gucken, wie lange das so bleibt. Ob ich gleich mies reinhälte. Ich denke nein. Und Giftrüsen konnten wir ja auch außen sammeln. Außerhalb der Höhle. Da muss ich jetzt hier nicht unbedingt gegen weitere Gottesanbeterinnen fighten. Wo sind denn deren Männer eigentlich? Die sind vermutlich ein bisschen kopflos unterwegs im Moment. Bisschen die biologischen Fakten hier am Droppen, Leute. Und da haben wir weitere Käfer. Sehr nice. Okay. Maybe. Holen wir die einfach mal zusammen. Und gucken, was sie können. Während unsere Tusker auch schon erzählen gerade. Butz, Junge. Schön rein da. Rums. Nach oben kicken. Und dann hier die fetten Eisklauen hinterher. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Der Bildungsstream, ne? Ehre. Oh, die Heilungen haben jetzt aber auch deutlich mehr reingebrettert. Habt ihr das gesehen? Das war ja kein Vergleich zum Anfang eben. Cool. Was haben die gesagt? Danke, danke, Drachenpersonen. Der Weg zu unserem Boot führt entlang des Kraters, der näher an dem großen Leuchtfeuerding liegt. Okay. Ich bin's, Leute. Die Drachenpersonen. Here we go. Ah, warte. Gedrückt halten, Bro. Bis das in meinem Kopf drin ist. Nach 70 Jahren WoW ohne diese Mechanik, ne? Oh, shit, man. Das ist dann wirklich am Ende von Dragonflight irgendwie drin, ja? Gut. Das haben wir fertig. Nightfan, hi. Das heißt, da müssen wir jetzt runter. Ich weiß gerade nicht, ob ich dafür fliegen ziehen möchte. Oh, was seid ihr? Wildes Riesenwildschaf. Kann da nicht nochmal das Wort Wild rein? Der sieht aber aus, als wäre er irgendwie beim Elchtest durchgefallen, oder? Als hätte er so ein One-on-One gegen eine hydraulische Presse verloren. Richtig so. Mega. Okay. Neue Schäfchen. Sehr sympathisch. Da unten sind noch so ein paar Gottesanbeterinnen. Haben wir noch irgendwelche neuen Tierchen da drüben? Irgendein Pürscher? Ne, das sind wieder die. Okay. Naja, gut. Dann können wir jetzt das Stück auch fliegen, wa? Würde ich sagen. Come on. Einmal rübersegeln da. Jawohl. Sogar ohne in den Bäumen festzuhängen. Lässig. Und da sind wir schon. Da sind die Eltern. Ko, Tono, mein Liebling. Ich war so in Sorge. Und sie fighten mit ihren Angeln. Nice. Vor allem sind das die Angeln, die man in Votika damals kaufen konnte. Für Ruf. Sehr nice. Halper. Ihr habt meine Kleinen gefunden. Yo. Wow. Da sind sie. Ey, Mann. Die sind ja sogar unterschiedlich groß. Ist das herrlich, ey. Ist das herrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Baby Tusker in meinem Leben brauche. Aber doch, Mann. Ich brauche sie. Und der hat hier schön Proviant dabei. Mh. Schön Gollum-mäßig. Frischer Fisch. Ehre. Meine Leute werden niemals eure Freundlichkeit vergessen, die ihr meiner Familie heute gezeigt habt. Oh, sie werden sogar Lieder über uns schreiben hier. Großartig. Wir kamen zu dieser Insel, weil wir einen großen Strahl aus Licht gesehen haben, der in den Himmel schoss. Die Legenden, die haben immer vor diesen Küsten gewarnt. Aber die Neugier, naja, die hat uns dann eben doch hierhin getrieben, ja. Und dann, imagine, alles geht gut, aber deine Kinder hauen ab. Was zum Teufel. Hey, Craft, welche Klassen können dann die Drachen alles spielen? Nur Rufer. Es gibt die neue Klasse Rufer und es gibt die neue Rasse Draktür. Und Draktür können nur Rufer sein und Rufer nur Draktür. Das ist momentan der Stand der Dinge. Kann sein, dass das ausgeweitet wird. Ja, da haben sie schon gesagt, vielleicht irgendwann, ne, nächstes Eddon, können die dann auch Krieger sein und so. Wenn die dann mit Horde und Allianz ins Gespräch kamen, so nach dem Motto. Aber momentan ist das so festgekoppelt, ja. Ja, Koch, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Was hat er noch gesagt? Wir hatten keine Ahnung, dass dieser Ort eine Heimat für irgendwen ist. Wir haben hier noch nie irgendwen gesehen. Auch wir sind quasi neuer als Traktür, ja. Aber zumindest wissen sie jetzt, dass nicht alles böse ist auf dieser Insel. Das ist schön. Ein fetter Hufer tauchen, Junge. Und dann aber fliegen, weißt du. Schön nach oben in die Lüfte. Jawohl. Gut. Dann haben wir die Kinder hier gerettet. Familie ist wieder happy. Das heißt, ihr müsst da irgendwie wieder hochkommen. Und hätten wir das Fliegen vielleicht doch sparen sollen, wa? Lu, Lu, Lu. Zum Glück haben wir hier ein paar Treppen. Geil. Ein Drachenkrieger. Ja, hätte ich auch so Bock drauf, ne. Noch schön so ein paar Optionen, dass man die noch bulkiger machen kann. Momentan ist das, was ich ja habe, die breiteste Körpervariante, die wir haben. Aber auch da, meinten sie, ist noch nicht das Ende dieser Option erreicht. Und dann so einen als Krieger vorne rein mit Feueratem und so. Boah. Hätte ich auch übertrieben Bock drauf, ja. Komplett. Was ist mit euch eigentlich? Kann ich hier schon so ein bisschen heilen üben? Das ist vermutlich die nächste Quest, wa? Aber wir können ja mal gucken, ob es irgendeine Hidden Interaktion gibt. Nö. Der tickt einfach weiter runter wieder, oder was? Kann keine Zauber wirken. Ey, Kollege, ich versuche dich hier zu heilen. Ja, funktioniert richtig gut, Mann. Er verliert insgesamt einfach Gesundheit durch meine Heilung. Darum heile ich auch an sich nicht. Darum denke ich immer, Mann. Wenn ich beim Heilen anfasse, ist es wie wenn zwei loslassen, weißt du? So ein Ding ist das einfach. Bei einem Tauchenrufer brauche ich dann aber die Fähigkeit Arschbombe, ja, Mann. Schön unten landen, boom, ganz OG einfach platt, weißt du? So sieht's aus. Okay. Die Skettiden waren schon immer außerordentlich stark, aber anscheinend sind sie während unserer Stasis noch größer und bedrohlicher geworden. Ja, na, wenn wir natürlich fehlen als natürlicher Feind, ne? Dann gönnen die sich natürlich reichlich, was das angeht. Interessant. Gürtel der Smaragdrüstung hier. Nehmen wir mit. Jawohl. Wer weiß, welche anderen Bedrohungen dann außerdem gewachsen sind. Die Zeit wird knapp. Gut, das ist, was ich brauche. Ich werde an etwas arbeiten, das dieses Toxin kontern kann. Okay. Gnade zuerst. Das Gift im Horde hat uns fast alle dahin gerafft. Während das Gegengift zubereitet wird, müsst ihr die Verwundeten suchen und sie heilen. Ja, sogar die blauen Draconiden. Die Heilschwingen stehen nicht untätig herum, während andere leiden. Oh, ich bekomme die Smaragdblüte. 1.277 Mana, 25 Meter Range, 30 Sekunden Cooldown. Lässt eine Knolle aus Smaragdgrünem Traum an der Position eines Verbündeten sprießen. Aus dem Traum, nicht aus der Traumessenz direkt. Nach zwei Sekunden heilt diese bis zu drei verletzte Verbündete innerhalb von 10 Metern um 2.515 Gesundheit. Aha. Graf Drachenqualle, Artegrossai. Na denn, gucken wir uns das mal an. Die Draconiden heilen, nachdem sie uns unterwerfen wollten. In Gnade liegt Stärke, Glutdresch. Das ist ein interessantes Motto für einen Drachen, der von Todesschwinge erschaffen wurde. Aber gut, wollen wir mal nicht meckern, ne? Sollen die mal einen Entspannten machen hier. Und ich darf jetzt erst heilen. Na, kein Wunder, dass sie bis gerade so gar keinen Bock auf mich hatten, ne? Das ist die Startzone gerade, jawohl. Das heißt, ich nutze jetzt hier diese Blüte. Oh, damn. Wie hübsch kann etwas animiert sein? Holy fuck. Aber ich kann auch normal heilen, ne? Sieht so aus. Ja, ich muss jetzt nicht irgendwie drei Stunden warten, bis die Blüte wieder ready ist. Aber wie schick war die Animation, Mann. Das ist ja ultra nice. Der kann der Dudu aber mit seinem komischen Pilz hier und Wildwuchs, der kann der aber einpacken. Holy fuck. Ah, hier kann ich es auch resetten. Wait, wir haben wieder so einen Infusor, wie beim Feueratmen. Okay. Das heißt, Blüte. Bam. Na gut, man muss da natürlich auch treffen, ne? Hahaha. Blüte. Bam. Nice. Das ist schon sehr fancy. Und einer fehlt noch. Oh, es fehlt noch einiger. Aber gut, die anderen brauchen ja auch jemanden zum Versorgen, ne? Wurden die vor oder nach so einer Korruption erschaffen? Die wurden davor erschaffen, wie es vorhin im Hort schien. Zack. Und rums. Nice one. Haben wir. Jetzt muss ich nur noch die blauen Kollegen heilen, ne? Die uns eigentlich töten und einsperren wollten. Hat ein bisschen was vom Heilnebel vom Monk. Da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich ähnlich. So, hier gönnen wir uns noch was. Und dann bin ich immer in Versuchung geführt, hier nach oben zu gleiten. Aber da das Ding 5 Minuten Cooldown hat, überlege ich mir das nochmal. Bringt unsere Waffen zurück. Ja, die wollen direkt wieder aufs Maul geben, ne? Am Arsch. Ihr werdet jetzt geheilt und dann beruhigt ihr euch erstmal. Ihr Miesen. Wir dienen dem Willen von Maligors. Unser Aspekt hat uns gewarnt. Wie gefährlich eure Art sein kann. Ja, also zur Story-Zusammenfassung, was wir bisher mitbekommen haben. Todesschwinger hat die Drakteur erschaffen, damit sie dienlich sind der ganzen Drachenheit. Ja, in einem kommenden Krieg, den er herannahen sah. Möglicherweise meinte er den Krieg zwischen Aspekten und urtümlich elementar ermächtigten Protodrachen, der ja auch im ersten Raid wieder hochkochen wird. Und dann gab es aber diverse Probleme mit diesem ganzen Wahnsinn und, und, und. Und deswegen hat Maligors reagiert und hat die Drakteur in Stase versetzt, als Todesschwinge dann eben wahnsinnig wurde. Vermutlich, damit sie ihm nicht in den Wahnsinn folgen und wir zu Kata noch mehr Probleme bekommen hätten, als ohnehin schon. Und da dann die Dracheninseln auch in so eine Art Stase versetzt wurden, ne, die wurden ja runtergefahren, der Nebel kam drumherum, alles ist eingepennt und so weiter. Ja, sind sowohl wir in dieser Zeit eingefroren und wissen nicht, was los ist, wissen nicht mal, dass Todesschwinge Todesschwinge ist und so weiter. Und die Blauen, die uns quasi in Stase halten und bewachen sollten, damit wir nicht auch dem Wahnsinn verfallen, die haben jetzt auch noch mitbekommen, okay, die brechen aus, die sind anscheinend böse, wir müssen die umhauen. Also das scheint die Situation zu sein und so ein bisschen müssen wir jetzt gemeinsam gucken, dass wir für die Drachenheit in der, ja, Jetzt-Timeline irgendwie ankommen. Ja, ich hab mir vorhin eingebildet, schon Furorion gesehen zu haben, der hier rüberflog, vielleicht kann der uns weiterhelfen, ansonsten, naja, hoffe ich mal, dass sie sich beruhigen, ja. Zurück, Traktür, ich habe geschworen, euch um jeden Preis von dieser Welt fernzuhalten, wir wurden über die Gefahren gewärmt, die euer Volk darstellt. Ist dir aufgefallen, dass die Traktür sowas wie die Fähigkeiten von allen fünf Aspekten nutzen können? Ja, hatten wir vorhin im Hort auch eine Schuppel, die das wunderbar erklärt hat, denn Neltarion, aka Todesschwinger, hat versucht, das Beste aus allen Aspekten hervorzubringen, gemischt mit der Besonderheit der Sterblichen. Und deswegen können wir auch auf alles zugreifen, ja, weil in den Traktür, in den Elite-Soldaten der Elite-Soldaten, die Macht aus allen Schwärmen plus sterbliche Essenz pulsiert. Und darum sind wir quasi die Besten der Besten und darum freuen sich hier auch nahezu alle uns zu sehen, weil sie wissen, let's fucking go. Ich meine die vier anderen geschenkt, aber Todesschwinger hat seine Kraft nie hergegeben, was Furorion zum einzigen Drachenaspekt macht, der noch im vollen Besitz seiner Kräfte ist, sie rot leuchtende Augen. Meine Frage, wird Furorion sterben oder geben sie einfach mal wieder einen Fick auf die Lore-Korrektheit? Tja, das kommt ganz darauf an, wie Furorion sich entwickelt, würde ich sagen. Und was wir vielleicht hier noch an schwarzen Drachen so finden werden, wer weiß, was hier noch zurückgelassen wurde auf diesen Inseln. Und was uns dann Antworten auf diverse Unsicherheiten auch in diesen Richtungen letztendlich geben kann. Also da würde ich mich noch gar nicht festlegen wollen. Da müssen wir mal gucken, wie Furorion auch mit diesen uns gegebenen Situationen umgeht. Und was er dann für interessante Pläne wieder hat, für den Verlauf dieses Addons. Mal schauen. Den muss ich auch noch heilen hier. Interessanter Gedanke aber auf jeden Fall. Junge, und den würde ich gerne spielen als Tank. Holla, das ist mal ein bulkiger Drache, oder? Dann ist der fucking Hulk einfach. Bester Mitarbeiter. Gut. Wo sind wir wieder zurück? Und gucken mal, ob unsere lieben Questgeber zufrieden sind. Oder ob die sagen, nee, nee, du Bruder, die musst du nochmal heilen. So was wollen wir hier nicht sehen, was du da wieder machst für Scheiße. Kann ich einfach Chromagus der Anführer der Direkteur werden, wenn er nicht so tollwürdig, böse und aggressiv wäre? Tja, naja, bei Garros hat es ja auch geklappt. Chromatus meinst du, ne? Ja, das würde vermutlich zu einer schnellen Auslöschung allen Seins führen, aber vielleicht in einem weit entfernten Paralleluniversum. Vielleicht ist er da ein Netter und trägt so Partyhüte auf den Köpfen. Könnte sein. Gewalt ist nicht der einzige Weg zum Sieg. Dankeschön für diese Armschienen. Ehre. Niemals vergessen. Das Gegengift ist fertig. Benutzt es, um im Unterstützungstort nach Überlebenden zu suchen. Beeilt euch. Der Effekt wird nicht lange anhalten, also müsst ihr es eventuell wiederholt anwenden. Falls, falls, falls einige meiner Leute noch atmen, dann rettet sie. Und falls eben nicht mehr so ist, dann sammelt ihre Horn-Signes, damit ihren Namen Ehre erwiesen werden kann. Oh. Die tragen so Marken an den Hörnern, oder was? Okay. Während ihr dort drin seid, könnt ihr vielleicht Beweise finden, wie es zu dieser Ansteckung kommen konnte. Schweben. Hebt ab und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30%, hält 6 Sekunden lang an. Er ermöglicht den Einsatz von Ruferzaubern aus der Bewegung. Er mächtig der Zauber sind nicht betroffen. Ah, aber trotzdem sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Hey, Crafty, fühlt sich die Alpha an? Was ist dein erster Eindruck? Sehr schön bisher. Bin sehr zufrieden, was das angeht. Alpha-Flegging für diese Welle dürfte soweit durch sein, wenn ihr mich fragt. Bin da kein Experte, aber so lange dauert es dann auch nicht. Hat der gestern Abend Zugang bekommen. Na. Bitte Grisou, rettet all meine Leute, die noch zu retten sind. Und ehrt die Erinnerung an die Gefallenen. Okay. Und das hier ist das Gegenmittel. Verzehren, um die Giftigkeit stark zu verringern. Geil, ich fress das einfach. Ach so. Das fresse ich quasi nicht präventiv, sondern erst, wenn hier die Erstickung naht. Helfen wir dem hier gerade mal? Ja, komm. Da hauen wir ruhig mit drauf für die Sicherheit. Und hier haben wir einen Bericht zum Befall. Aha, der kann gelesen werden. Ehre. Hier der riesige Drachejunge. Einfach komplett im Eimer. Und wir wuseln weiter und snacken leckere Giftbeutel, Leute. Da habe ich Böcke drauf. Hilfst du mir jetzt auch oder rennst du einfach weiter? Er hilft mir auch. Was für ein Ehrenmann. Ist das derselbe von vorhin? Nee. Das ist wieder wer anders. Hör mal. Mein Freund, der Flitzefeuerzahn, der ist ein tolles Tier. Er wohnt an einer Autobahn und hat dort sein Revier. Hey, Mann. Musikalisch sind wir hier im Hort unterwegs. Kirios, vielen Dank für deine Donation. Und diese herrliche Radioeinlage hier. Habe ich anscheinend mein Horn so ein bisschen gedreht. Das ist wie so eine Antenne fungiert, weißt du. Konnten wir ein bisschen MDR Jump empfangen, Junge. Oh shit, was ist das denn? Oh mein Gott, der Würmfresser. Ach du Scheiße. Nein. Ah, das Gegengift. No. Oh, ich war so abgelenkt. Ich wollte ihn erstmal angucken in Ruhe. Scheiße. Oh, wir müssen ja ständig den Bums fressen. Oh mein Gott, wo kam der her? Vor allem war der doch Elite. Ach du Scheiße. Naja, gut. Gucken wir uns den nochmal an, würde ich sagen, wa? Junge. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ein Problem gewesen sein könnte und weswegen so viele nicht rauskamen, wenn riesige, elitäre, was war das? Keine Ahnung. Äh, Superkäfer, so heißt die halt. Wenn die hier alles voll sotschen, ne? Holy shit, halber Teufelsherrscher gewesen. Kommt erstmal fetter Elitekäfer aus der Ecke. Aber er hat ihn noch runtergehauen. Das ist eine gute Sache. Hier weiter futtern. Jawohl. Und den looten wir einfach und der droppt gar nichts. Nice one. Hier drüben brauchen wir wieder so einen Kristall. Der liegt dort. Den nehme ich gleich mal mit. Meo. Vielen Dank für den zweiten. Dankeschön. Kann ich währenddessen essen? Ja, das ist wichtig. So, dann geht das auf. Ah ja, da waren die eingeschlossen. Boah, ist das böse, wenn du so ausgeräuchert wirst und dann hängst du in irgendeiner Kammer fest hier oder was? Boah, der ist leider auch gefallen. Da nehmen wir das Hörnchen noch mit und dann sind wir, glaube ich, fertig. Ich will nur mal noch gucken, ob hier wieder irgendwelche Storys an den Wänden stehen. Ähm, nicht, dass ich hier irgendwas an leckerer Lore verpasse. Das geht natürlich gar nicht. Zack. Und weg mit euch, ihr Miesen, ihr fliegenden Ratten. Jetzt ist die Frage, kann ich einfach abkürzen nach draußen, indem ich mich wieder umfallen lasse und retten die mich nochmal oder war das eher so eine einmalige Geschichte? Das werden wir gleich rausfinden, ob ich will oder nicht. Aber in dem Raum da, da habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Ey, was hier für Waffen rumstehen, ne? Checkt mal hier. Boah, leckeres Teil, Mann. Sehr, sehr leckeres Teil, aber auch hier scheint nichts weiter zu sein. Ne, dann ist dieser Bericht das Einzige. Na gut. Oh, auf Deutsch. Aha, ein deutscher Bericht hier. In dieser Höhle. Um diese Zeit. Wahnsinn. Malygos, mein Aspekt, sagt er. Aha. Während die Draktür sich in sicherer Stasis befinden, führe ich meine langwährende Mahnwache über sie fort. So sehr es mir widerstrebt, euch zu belästigen, so muss ich doch berichten, dass die Integrität dieses Hortes beeinträchtigt wurde. Eine insektoide Verseuchung hat diese Hallen befallen. In meiner eigenen Arroganz habe ich anfangs geglaubt, das Eindringen des unerwünschten Ungeziefers würde sich als nicht mehr als eine Unannehmlichkeit herausstellen. Doch der Befall verbreitet sich unkontrolliert und die Gifte, die diese invasive Spezies produziert, diese Gifte rauben mir zunehmend den Atem. Ich weigere mich, den Posten zu verlassen, mit dem ihr mich betraut habt, jedoch muss ich euch um mehr Unterstützung bitten. Es scheint, meine arkanen Fähigkeiten reichen nicht aus, um diesem Übel entgegenzuwirken. Euer ergebener Diener, Andesigos, ja und Malygos war dann vermutlich auch schon wahnsinnig, ne, und hat nichts mehr geschickt und der, der das geschrieben hat, ist der fette Drache, der da auf den Treppen liegt, weil er sich ja nicht zurückziehen wollte, ne. Ah, damn. Der ist einfach in den Tod gegangen für seinen Herrn und jetzt liegt er da, runtergeknabbert bis auf die Knochen. So viel dazu. Ich bin in einer Zwickmühle, ich will mich eigentlich nicht spoilern lassen für Dragonflight, aber der Nachmittag ohne Craft ist auch mäh, du bist ein mieser Stinkercraft, so kennt man ihn, musste mal gesagt werden. Ehre, Kaino, grüß dich. Niemand soll sterben oder leiden, sofern es in meiner Macht steht, das zu verhindern. Danke, dass ihr so viele wie möglich gerettet habt. Retenash, Katrinasa, Tenezet. Ich schwöre, dass die Namen der Gefallenen in Erinnerung bleiben werden. Das ist gut, weil ich werde sie leider zügig vergessen haben. Drachennamen. Oh Gott, was haben wir hier für Ringe? Schwingenfürst. Blaue Schleife. Ja, komm, egal. Ist episch. Rein da. Die Heilschwingen. Rufer, ihr habt meinen Dank dafür, dass ihr meinem Wehren in seiner Stunde größter Not geholfen habt. Nachdem wir unsere Stärke wiedererlangt haben, werden sich die Heilschwingen mit dem Rest unserer Truppen treffen. Glutresch sagt mir, dass Glutal ihren gesamten Wehren verloren hat. Ich fürchte, ich verfüge nicht über die Magie, eine solche Wunde zu heilen. Sie mag stoisch wirken, aber Glutal schmerzt der Verlust zutiefst. Sagt ihr, dass ich unterwegs bin. Machen wir. Gar kein Problem. Mein Volk braucht Zeit zur Erholung, bevor wir uns den anderen anschließen können. Und die Draconiden? Nun, sind nicht für ihre Schnelligkeit bekannt. Die Draconiden? Neltarion sagte, wir sollten nie einem Feind Gnade zeigen. Sie sind Soldaten, genau wie wir. Verurteilt sie nicht, weil sie Befehlen folgen. Aha, kurz die eigene Zunge verschluckt. Verurteilt sie nicht. Sie war hei. So, ich darf jetzt bestimmt einen ganzen Meter fliegen, oder? Da hinten hin. Ja, dann machen wir das doch. Schweben? Das sollte man schon parat haben, ne? Weil es hieß ja, ich kann Fähigkeiten derweil einsetzen. Wollen wir uns das kurz mal angucken? Ah ja, das geht. Zwar nicht die, die ich so casten muss, ja? Aber bei allem anderen stand einfach nur ungültiges Ziel. Was ja impliziert ist, wenn man schwebt, ne? Nur ein Ziel braucht und dann funktioniert die Fähigkeit. Ganz geil, ne? Schneller bewegen und dabei noch casten können. Holy shit, Hexer weinen jetzt leise. Was bist du denn? Ein Ohua? Lass sie mal angucken, mein Schöner. Ihr müsst da die neuen Modelle mal sehen. Der, der kommt nicht runter, Alter. Dann wird er angegriffen. Ganz einfach. Dann gucken wir dich so an. Oh, schön. Guck mal. Ein schicker Adlerdrachen. Birdie Boy. Jawohl. Und jetzt ein Dead Boy. Naja, da ist er weg und droppt seine Kralle. Sehr fresh. Mamba mit 14 Monaten. Vielen Dank. Dankeschön. Gehst du auch kaputt bei den Temperaturen? Oh, mein Stuhl geht auf jeden Fall kaputt. Hast du das gerade gehört? Ach du Scheiße, Leute. Gleich ist ja aber auf Wiedersehen. Sitzt hier auf dem Boden. Ja, es ist super warm. Holy shit. Wir sind ja auch Dachgeschoss. Aber wir haben zum Glück ganz gute Thermorollos und Klimaanlage. Also macht uns hinterher vor allem die Stromrechnung kaputt. Aber ansonsten ist gerade echt aushaltbar, wofür ich sehr dankbar bin. So, wir heben wieder ab. Und ich muss mal überlegen, wie ich da jetzt am besten rüberkomme. Ich würde sagen, hier holen wir ein bisschen Schwung. Und dann machen wir diesen hier. Und dann diesen hier. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt mit diesem Schwung weit genug nach oben komme. Oh, um da doch nicht ranzukommen. Scheiße. Der Plan. Er ist fehlgeschlagen. Oh nein. Oh nein. Es war zu wenig Schwung. Na, so viel dazu, Mann. Geil. Jetzt darf ich außen rumrennen oder was? Oh, nee. Da habe ich noch kein Gefühl für. Aber ihm ging es genauso hier. Bifarian, Leute. Ist an meiner Seite. Da habe ich noch kein Gefühl für, wie schnell man doch den Schwung verliert. Na, das kommt dann erst mit der Zeit ein bisschen. Damn. Oh. Und mit der Zeit kommen vor allem Lua-Fehler. Aller und ein DC. Na gut. Was ist das? WoW-Error. Lua-Fehler. Alles. Oh Gott. Alles ist explodiert. Na gut. Und das Tolle ist, bei Alphas, Betas und PTRs, wenn da der Server einmal wecknallt oder man DC-t, dann passieren manchmal lustige Sachen. So, entweder ist das Interface zurückgesetzt oder der Char ist weg oder man kommt gar nicht mehr rein oder whatever. Wir hoffen mal, dass das hier jetzt nicht der Fall ist, ne. Irgendwo hat es geregnet, ist mega schwül jetzt. Ja, Regen kann halt super sein im Sommer, ne. Aber wenn es echt nur so ein bisschen ist, hast du halt eher so tropische Sauna, ne. Ah, roll dich, sag ich. Roll dich. Ich dachte, Alphas sind nur in Englisch spielbar. Nö. Also, oh shit. Toll, jetzt sterbe ich. Bro. Danke, Blizzard. Okay, ich hab's verstanden. Danke für nix, Mann. Ey, never lucky, Alter. Never lucky. Es ist halt noch nicht alles lokalisiert, aber du bist jetzt. Nicht gezwungen im Englischen zu spielen. Also, wir hatten gerade auch schon deutsche Texte und Questnamen und so. Das steht ja eigentlich frei, darum zu experimentieren, ne. Ist jetzt natürlich gerade in der frühen Alpha-Phase nicht so viel übersetzt und eingerichtet im Deutschen, aber gerade ja auch die Fähigkeiten und so, ne. Wenn man damit Probleme hat, dann ist das schon eine brauchbare Sache, ne. Und ich schaff's ja auch, ich sag mal, englische Texte so halbwegs brauchbar zu übersetzen, ne. Wir haben bisher immer verstanden, was sie von uns wollten und konnten auch die Lore soweit einschätzen, ja. Aber davon abgesehen ist das dir freigestellt, ne. So, bitte nicht wieder rausschmeißen hier. Dankeschön. Voll nett, voll nett. Wusstest du, dass Blizzard gelogen hat? Ja, wusste ich, wusste ich. Habe ich tatsächlich gehört, aber wenn ihr auch wissen wollt, womit, dann müsst ihr einfach Fitna fragen. Ich wasche da meine Hände in Unwissenheit und Unschuld. Guck mal hier. Ein zottiger Hase. Bruder. Look at him. Was ist mit seinen Ohren? Oh boy, ein Häschen. Ja, ein Häschen. Da ist eine Kiste drin. Ausgeweitetes Riesenwildschaf. Will ich da in die Höhle rein, oder werde ich jetzt wieder komplett wegdezelt? Ich weiß es nicht. Ketoyo. 36 Monate. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Da drüben haben wir Oh. Ja, die sind einfach alle ausgeweitet. Aber nur der da hinten zählt, ne. Nur der hat noch Gedärme drin oder so. Na gut, dann gehen wir da einfach mal drauf. So, und dann schön den Feuer atmen. Oh, hinterher. Bruder, wann werde ich das raffen, dass ich es länger gedrückt halten muss, seit zwei Sekunden? Wird es dieses Jahr noch sein? Wird es in den nächsten zehn Jahren sein? Oder wird es noch heute passieren? Alles ist möglich in dieser Hinsicht. Holy shit. Aber zumindest fallen die ein bisschen schneller um, als ich es gerade noch in Erinnerung hatte. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Dann wirst du schön zurückgeschossen. Und was wird denn jetzt in diesem verdammten Schaf drin sein, dass es sich lohnen soll, hier in die Höhle reinzukrauchen? Da bin ich ja super gespannt. Mal gucken. Und? Mit lebende Verpflegung verschlingt die Überreste eines wilden Schafes. Aha, gefüllter Bauch erhöht den Schaden von Feueratem um 25%. Junge, ich habe jetzt einfach die Reste gefressen. Hm, das mundet, Alter. Schön scharf, dass er zehn Tage irgendwie in der Höhle vor sich hinschimmelt. Ja, beste Leben, ja. Ich glaube, schnell plündern ist wieder aus, Freunde. Was auch total geil ist, wenn ihr mittlerweile in die Optionen geht, haben wir so ein Suchfeld, ne? Das heißt, man kann jetzt sagen, hier plündern und dann zack, haben wir das direkt wieder. Absolute Ehre. Wenn man da mal irgendeine Option sucht, kennt ihr vielleicht auch, ne? Irgendeinen Kumpel hat da was umgestellt bei sich und denkt man sich, ey, will ich eigentlich auch haben, ja? Und dann auf einmal, hoppala, wo finde ich den Bums? Naja, dann kann man das jetzt einfach suchen, ne? Mit irgendeinem Stichwort, anstatt da ewig Interface durchzublättern. Das ist schon ganz nice. Todesriss ist da drüben. Todesriss ist doch aber wieder was anderes als die Gottesanbeter-Tante, oder? Die hieß ja irgendwie Schisserin oder so. Da müssen wir ja fast mal gucken. Aber ich fürchte, der ist auch in der Höhle drin. Hm. Das ist ja doof. Den würde ich ja schon gerne mitnehmen. Maybe traue ich mich nochmal rüber zu fliegen. So, zack. Vielleicht, wenn ich hier jetzt ein bisschen fliege. Da ist noch ein Schatz. Oh Gott, es gibt zu viel zu sehen. Ne, keine Ahnung, wo der hier sein könnte. Ist hier ein Höhleneingang? Oh shit, ne, anscheinend nicht. Na gut, I tried. Oh, was bist du? Yo, die sehen aus wie diese Wolfsfalken vom Jäger-Legion-Mount. Cool, dann ist das maybe der, dann... Aha, ist da vielleicht die Höhle, Junge. Ein Entdecker bin ich nämlich, habe ich von dem Tusker gelernt. Da ist er, guck mal. Ey, wie weit man auch schauen kann. Wie schön und malerisch das einfach aussieht. Geil. Big Fan. Da ist er drin. Ah ja, Todesriss. Naja, das hört sich doch nach einem sympathischen Zeitgenossen an, oder? Gehen wir mal rein. Halper, halper. Jawollo. So, dann gibt es den hier. Dann gibt es den hier. Und... Oh, direkt gedrückt gehalten, Leute. So stolz. Jetzt, butz. Dann hüpfe ich mal raus. Und dann kriegst du gleich einen Knock-Up. Und dann hast du nicht ansatzweise so viel Schaden bekommen, wie ich es gerne hätte. Damn. Wieder rauslaufen. Bisschen zu langsam. Aber ist nicht so schlimm. Einfach kurz die Heilblüte noch hinstellen, während er mich desorientiert. Und dann geht das weiter. Hiermit kann ich da raus? Ja, ich muss nur wirklich sehr schnell sein, ne? Ich glaube, ich heile mich jetzt erstmal ein bisschen gegen. Und versuche dann mit dem Feueratem gleich nochmal schön zu eröffnen. Jetzt macht er natürlich Ewigkeiten keine Fähigkeiten, ne? Ah, jetzt. Okay, zur Seite raus. Und jetzt Feueratem. Ja. Boom, Junge. Der hat auf jeden Fall gesessen. Hätte er mich jetzt unterbrochen, ne? Mit seinem Geheul und dem Desorientieren, Junge. Bei der vollen Aufladung wäre ich eventuell leicht mad gewesen. Aber so ist okay, Mann. So gönne ich ihm das einfach. Die Blüte macht sich auch ganz gut, dass man sich da nicht ständig selber heilen muss. Und dann darf er sich jetzt verabschieden. Nice. Sehr schön, sehr schön. Noch ein Schmuck. Geschwungene Klaue von Todesriss. Beim Erleiden von Schaden besteht eine Chance, dass ihr wütend werdet, was das Tempo erhöht. Na ja, wieso denn nicht? Nehme ich mit. Haben wir schon mal blauen Schmuck hier am Start? Äh, statt dem. Jawohl. Scheiß mal auf Tempo. Warte. Wait. Das ist ein Ring. Lull, das ist ein Ring? Ey, ich lese da Anlegen-Effekt und denke, es ist Schmuck. Dabei ist das gar nicht so. Es ist der eine Todeskrallen-Ring. Sehr lässig. Na gut, dann muss ich jetzt trotzdem da rüber laufen, weil fliegen kann ich nicht mehr. Ich bin einfach Dora. Ist so. Map heißt Karte, Pranemic. Merk dir das bitte. Das ist prüfungsrelevant. Kannst du schon was aus dem Raid sehen? Wüsste gerne, wie hoch die Stats so ausfallen. Ich glaube, das ist noch nicht drin. Also selbst wenn ich den schon benutzen kann. Ja, guck mal. Hier ist einfach noch gar nichts, hätte ich fast gesagt. Oh, warte mal. Uh, warte mal. Warte mal, Beudel. Aha. Er schafft einen seelengebundenen Klassenset-Gegenstand. 398 ist hier gerade auf NHC. 398 NHC. Ich wage aber zu behaupten, das ist alles noch nicht final und wir haben auch, wie es aussieht, noch keine Modelle drin. War das mythisch? Mythisch, mythisch ist momentan auch 398. Und HC ist auch 398. Okay, ich würde sagen, das ist noch nicht skaliert soweit. Aber wir haben schon mal einen kleinen Überblick, ne? Einen kleinen Überblick. Nice. So, dann wie sind wir jetzt darüber? Und hoffen mal das Beste. Puni-Straße, ey. Die Narben hier. Hilfe ist das herrlich. Bossliste beim Dungeon gucken können wir natürlich auch machen. Vielleicht ist da schon ein bisschen mehr zu sehen. Ähm, hier einfach Höhlen der Weg klagen. Und hier das Nexus-Artwork. Bohambasen, Uldaman, Vermächtnis von Tyr. Oh, shit. Die verschollenen Zwerge. Chrono-Lord-Deos. Ah, der chromatische Drachenschwarm ist da also ein bisschen am Wuchern und Basteln. Das ist natürlich auch spannend, ne? Da sind ja jetzt auch zwei von drin. Da haben wir sogar schon ein bisschen mehr Loot anscheinend. Ah, ja. Der verfügbar ist. Cool. Sehr cool. Na denn, sind wir wieder angekommen. Ähm, oh, und er spricht hier gerade von den Primalists. Das sind tatsächlich diese Gegenspieler aus dem Raid, ja. Und was hat er von denen gesagt? Ähm, die Abanscales, die Schwarzschuppen, werden belagert von wilden Drachen und Elementaren. Primalists, jawohl. Das sind die, die sich quasi damals diesem ganzen Gelöd mit Drachenschwärme und Aspekten und titanischen Segen, die sich dem ganzen Bums widersetzt haben und sich lieber am Urtümlichen an den Elementaren ermächtigten, ja. Und deswegen, der sieht ja auch cool aus hier mit Rot und Weiß, Alter. Einmal Pommes Schranke, bitte. Und die werden jetzt hier also auch schon aktiv. Sehr interessant. Die Modelle sind schon drin, sagt ihr. Hm, das geht schon, ja. Ach, guck mal. Oh nein, das sind die Lost Vikings again. Wow, die haben sich einfach nochmal fit gemacht. Bromach ist irgendein trockern Führer mit Arzerit auf den Schultern. Schildwache Kraldras. Junge, einfach irgendein Stein an der Sesrak. Da haben wir ein bisschen tief gegraben. Ascheron ist ein fetter Golem, der vermutlich mit Feuer kämpft. Und der Chronolord. Jo, fetter Drache, Mann. Okay, da haben wir also den Drachenbezug. Wenn Tür nicht reicht. Tür hat ja damals mit den Jetzt-Aspekten noch in ihrer Urform gegen Galakrond den Drachenvater gewonnen. Und sorgte dann dafür, dass sie eben ermächtigt werden als Wächter von Azeroth, als Aspekte, wie wir die kennen. Und darum ist natürlich ein Dungeon mit dem Namen Vermächtnis von Tür sowieso schon gebunden an die Drachen-Story. Ja, aber da jetzt hier noch einer auftritt. Leider nur Platzhalter-Text bisher. Noch keine Story weiter, Freunde. Wird uns noch nicht verraten. Sehr cool. Wer ist denn in der Tarus drin? Kriegsfürstin Sarga. Oh, shit. Jo. Die hat aber auch anders Bock, oder? Magmatas. Jo, liebe Jäger. Den wollen wir uns schön zähmen. Damn. Die sind ja auch sehr heftig drauf. Ach du Scheiße, die Armen, ne? Wahnsinn. Okay, das nur mal da zu Schlachtzüge. Mal gucken. Oh boy, wie war das mit elementarer Ermächtigung? Sehr, sehr fresh. Terrors. Das ist so ein riesiges Erdelementar, wo wir wieder nur den Oberkörper bekämpfen, ne? Der Primalistenrad, der hat noch nicht so Bock. Aber hier, der kalte Atem. Jo. Irgendein Nerubervieh. Aha. Ja, cool. Meine Angst war, dass wir irgendwie zehn Bosse haben und alles sind Protodrachen. Aber da waren sie doch ein bisschen kreativer hier, ne? Das ist der Endboss. Ich kann aber nicht näher ranzoomen. Die Sturmfresserin. Ja, ist dann sicherlich das Oberhaupt, ne? Das Oberhaupt von diesen Elementarermächtigten, was ich eben erzählt habe. Krass. Die Waffen mal ansehen von Sarga. Warte. Sarga, die Waffen. Äh, sehe ich eventuell noch nicht. Oh shit. Oh shit. Jo, das sind Teile. Die könnten auch im Raid droppen vom Design, oder? Wow. Sehr, sehr cool. Das chillt hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir. Hier haben wir auch so ein Dolch dabei. Wirklich cool. Schmiedesturm. Was zum Fick? Ein Epic. Eure Angriffe haben eine Chance, zwölf Sekunden lang Schmiedesturm zu entfachen, wodurch eure Angriffe manchmal explodieren und Zusatzfeuerschaden verursachen, der unter allen Gegnern in der Nähe aufgeteilt wird. Jo, ich weiß schon, wo wieder reingerannt wird ohne Ende, Mann. Ich weiß schon mal, worauf die meisten wieder geiern direkt ab Season 1. Ganz, holy shit, und hier, auch diese Faustwaffe, wie cool. Ich kann leider nicht noch näher ranzoomen, wie es scheint, ne? Aber, mega, gefällt mir. Gut, das zum Einblick. Wir machen erstmal weiter. Schön viele Sachen, die da auf uns warten. Ich bin erleichtert, dass Viridia lebt. Falls es stimmt, was der Vigian sagt, brauchen wir ihre Fähigkeiten in der kommenden Schlacht. Ich bekomme neue Schuhe. Jawohl. Das war das Coolste an Votika-Innis damals. Auch wenn die sofort nutzlos waren. Aber die Chance auf Raidloot war da. Ja, die Chance ist da. Ich bin ja mal großer Freund von so Zusatzeffekten, ja. Kleine Theorie. Ich glaube, dass diese Elementarriesen die Vorfahren der Trolle sind. Der Waldtroll aus Thron des Donners hat sehr große Ähnlichkeiten mit den männlichen Riesen. Und die weiblichen Riesen sehen sehr nach Trollen im Gesicht aus. Wäre eine Möglichkeit, die Origin dieses Volkes neu zu gestalten. Und dann, damn, interessante Beobachtung. Ja, kann natürlich einfach sein, dass sie das als Basismodell genommen haben und sich dachten, wird schon keinem auffallen. Die Chance ist immer und überall da. Ja, aber coole Theorie. Durchaus denkbar. Sturmrisskrater. Oh, da bekomme ich den tiefen Atem. Sehr geil. Der Bericht, den wir abgegeben haben, der ist besorgniserregend. Und die Gegner, die sammeln sich und nennen sich Primalisten. Und die sind jetzt dabei, diesen Krater zu erobern. Und das sind natürlich auch welche von uns. Die wollen wir logischerweise retten. Und bevor die da jetzt weitermachen und wütende Elementare beschwören und total durchdrehen, werden wir eben gesandt, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen und hoffentlich alle davon retten zu können. Ja, stammen Trolle nicht von den Elfen ab? Andersrum. Alle Elfen waren mal Trolle. Die Ebenschuppen, die brauchen unsere Hilfe. Kämpft gut, Grisou. Mach ich. Kein Problem. Finos, hallochen. Okay, soll ich fliegen? Soll ich fliegen? Da rüber. Ja, ich probiere das jetzt nochmal, Leute. Geht los hier. Der wahre Trakteur. Da ist er wieder. My bad. Ja, ist ja nicht schlimm. Passiert, ne? Bei all dem Hin und Her. Da ist er doch. Furore. Hallo. Achso. Ja. Okay, wir fliegen einfach weiter. Scheiß drauf. Können wir den nicht vielleicht auch mal so ein paar Sachen fragen? Sorry. Anscheinend nicht. Er flattert da einfach. Ah, oder er kommt jetzt mit. Wie geil sich die Wolken verändert haben. Yo. Jetzt regnet es hier. Schlacht um Helmsklamm, Leute. Absolute Ehre. Und Furoreion guckt sich das Ganze an. Aha. Aha. Der ist bestimmt auch überladen hier mit den Eindrücken. Muss erstmal klarkommen, was Papa wieder gemacht hat. Haltet eure Krallen scharf und euren Atem heiß. Siehe aus, als stünde uns ein Kampf bevor. Kurok Grimm-Totem. Der große Beschwörer. Aha. Hier sehen wir diese elementare Ermächtigung, von der ich jetzt so häufig gesprochen habe. Aber ob wir hier noch wen retten können? Junge. Da sind die Protodrachen, die sich dann dran ermächtigen. Und da hinten ist die Brut der Inkarnation. Ja, wollen wir lieber wieder nach Hause gehen, oder? Das sieht gar nicht gut aus. Stormrisskrater. Nun, Rufer. Ich hoffe, ihr seid bereit, euch die Krallen schmutzig zu machen. Ich hoffe auch. Tiefer Atem. Geil. Die Protodrachen bekommen Verstärkung. Eine Elementararmee wird vor Ort beschworen. Tarasek werden rekrutiert. Unser Feind ist sehr effizient und gefährlich. Diese Operation muss einem höheren Zweck dienen. Hm, warum kommen mir diese Primalisten so bekannt vor? Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Konzentriert euch auf die Draktür, die auf der anderen Seite dieses Kraters feststecken. Misch die Tarasek auf. Ja, wohl. Die sind unberechenbar und wild. So wie primordiale Draconiden. Alter, wat für ein Wort. Geil. Neltarion. Dem war das durchaus bekannt. Und das sind gute Ziele für unser Training, sagt er. Das heißt, wir können die jetzt schön jagen und im Zweifelsfall kaputt hauen. Sehr gut. Wir sollten darauf achten, dass sie natürlich elementare Kräfte beziehen. Ja, und wenn sie das tun, werden sie nicht ungefährlicher. Ganz im Gegenteil. Deswegen wollen wir das möglichst verhindern. Ansonsten, naja, kriegen wir auf den Kopf. Eine herbeigezauberte Armee. Die Primalisten beschwören eine Elementararmee. Wir müssen annehmen, dass sie vorhaben, sie gegen unsere Truppen einzusetzen. Nun, nicht solange wir Wache halten. Lasst Feuer auf sie niedergehen, Rufer. Brennt diese Elementare von der Insel und schaltet ihre Beschwörer aus, bevor sie weitere herbeirufen. Okay, und der Vichyjan, die Primalisten. Sehr cool, dass wir hier schon Lore bekommen. Meine Erinnerungen sind noch immer benebelt von der Stasis, aber ich bin mir sicher, dass wir diesen Primalisten zuvor schon begegnet sind. Der Vichyjan beißt die Fangzähne zusammen. Es hat keinen Zweck. Es fühlt sich an, als würde ich Fragmenten eines Traumes hinterherjagen, wenn ich versuche, mich zu erinnern. Vielleicht schlagt ihr euch besser. Sucht nach Hinweisen, was oder wer diese Eindringlinge antreibt. Jawohl. Mach ich. Ich weiß, wir sind auf solche Gegner bereits getroffen, aber ich erinnere mich nur an Fetzen. Mehr über unsere Feinde zu erfahren, hilft uns vielleicht, uns an die Ereignisse zu erinnern. Ja, hoffentlich kriege ich wieder so einen geilen Flashback. Aber jetzt erstmal. Tiefer Atem. Ach, und ich kann die Range hier selber jetzt bestimmen. Okay, das ist nicht gedrückt halten. Das ist einmal drücken und dann raussuchen, wie weit ich fliegen will. Holy fuck. Yo. Sehr, sehr lecker. Das haben wir schon in dem ersten Trailer gesehen. Cooldown zwei Minuten. Atme tief ein und füge Gegnern Vulkanschaden zu. Im Flug seid ihr immun gegen bewegungseinschränkende Effekte und Kontrollverlust. Sehr, sehr fett. Finde ich gut. Okay, Leute. Wir machen ganz kleine Trinkpause. Wir sind nämlich schon bei, äh, bei, 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 drei Stunden fast. Deswegen trinkt was. Holt euch was zu trinken oder lasst das Trinken wieder raus. Und dann machen wir gleich weiter mit den Draktür und den Primalisten. Zwei, drei Minütchen. Und dann sind wir wieder am Stissel. Sehr cool bisher. Auf jeden Fall. Bin höchst gespannt, wie das jetzt hier ausgehen soll. Weil das sind ja Raid-Bosse, die wir da haben. Die geben uns, glaube ich, auf den Kopf, ne? Sehen wir gleich, wie es weitergeht. Bis gleich. Wunderbar. WB, WB. Schön, dass ihr noch am Start seid. Wir wollen jetzt weitermachen mit der Kampagne aus dem Draktür-Startgebiet in der wunderbaren Dragonflight Alpha. Und sind höchst gespannt, wie das weitergehen soll. Weil das hier ist schon ein anderes Ausmaß der Katastrophe. Ja, oh Gott, ich wollte gerade laufen. Wir sind doch Draktür, Leute. Ich kann auch runtersegeln, um Gottes Willen. Da werden die Demon Hunter Mains vermutlich die wenigsten Schwierigkeiten mit haben, sich da ein bisschen umzugewöhnen. Ja, Devil Starter, hi. Grüße, Grüße. Gilt auch Kaffee, was immer euch glücklich macht beim Trinken. Gönnt euch reichlich. So, da bin ich. Und jetzt könnte man ja probieren, schön auf Range darüber zu segeln. Wenn ich jetzt sage, wir machen diesen hier. So, oh Junge. Der dritte ist leider rausgerannt, aber der Schaden, der war wahrlich lecker. Hör mal, rums. Gut, die kleinen Sturmlinge, die können schon mal nicht so viel. Das ist nice, aber die sehen ja auch aus. Erfüllter Tarasek. Der sieht ja aus mit diesen Klingen an den Armen, wie so ein Protoss-Berserker. Und schon sind wir wieder in Starcraft. Schaut mal, cool. Und er bufft sich. Ja, das ist genau das, was wir nicht wollen, dass sie sich ermächtigen. Scheiße. Zoe, hi. Weiß nicht, ob du die Frage vorhin schon beantwortet hast, aber glaubst du, dass wir in Zukunft auch für andere Klassen solche aufladbaren Attacken mit reinbringen? Hm. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt oben auf der Agenda liegt. Aber je nachdem, wie der Drakteur sich entwickelt als Klasse in Sachen Beliebtheit und Zugänglichkeit und so weiter, ist das natürlich mehr als nur denkbar, dass sie da ein Auge drauf haben. Ja, allerdings müssen wir beim Drakteur auch erstmal immer auf dem Schirm haben, dass wenn du die erstellst, erstmal kommt, okay, pass auf, das ist eine Klasse für Fortgeschrittene. Ja, und das bedeutet, überleg dir gut, ob du den jetzt spielen willst, weil mach doch mindestens diese neue Startinsel, die sie da reingebracht haben für ganz neue Spieler, wo du noch mehr an die Hand genommen wirst. Ja, und deswegen weiß ich nicht, ob das ein System ist, was nicht genau deswegen speziell bleiben sollte, ne. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn der Drakteur super bei allen ankommt, bei neuen wie alten, bei erfahrenen wie unerfahrenen Spielern, dass sie das ausweiten. Kann aber auch sein, dass genau aufgrund dessen viele sagen, ja, ist schon ganz gut, dass es nur der Drakteur hat und ich bleib bei meinem Krieger und meinem Mage, ne. Und darum bin ich total fein damit. Und deswegen sehe ich da beide Chancen, ne, aktuell gleich hoch, weil wir ja noch kein übergroßes Spielerfeedback jetzt haben, ne. Deswegen werden wir da ein bisschen abwarten müssen, aber ja, vorstellbar ist das, allein wenn ich jetzt an Magier denke beim Drachenodem oder sowas, oder die Range von der Frostnova, dass sie dann größer wird und mehr scheppert, wenn du das eben länger gedrückt hältst, ne. Das ist ja durchaus denkbar. Pulle ich die zusammen? Ne, ich heile mich erstmal und dann holen wir da die nächsten. Na, Aldi, hallöchen. Es gibt noch eine Art Timeskip. Char hat in einem Dialog, der gestern bekannt wurde, gesagt, es sind mehrere Jahre vergangen, seitdem wir aus Shadowlands zurückgekommen sind. Oh, okay, hatte Char dabei graue Haare. Das ist ja natürlich spannend, ne, aber gut, so eine kleine Einordnung haben wir dann tatsächlich, ne. Es ist kein nahtloser Übergang. Oh, das hat ja geschallert hier. Interessant, danke für die Info. Und hier können wir jetzt das Ritual so ein bisschen modifizieren. Sag mal, er macht hier einen auf Todesschwinge oder was? Habt ihr den gesehen? Den gefällt das nicht, dass ich hier ihr Ritual unterbrechen möchte, ne. Frech, sag ich. Oh, da könnte ich doch nochmal rüberfliegen. Warte mal. Mit dem hier jetzt. So, jawoll. Geht los. Rums. Boah, das fühlt sich einfach gut an, Junge. Schade, ich dachte, den pulle ich nicht, sonst hätte ich den noch mit reingenommen. Aber einfach umgefallen dort vorn. Einfach fucking umgefallen, Mann. Wie geil. Und du hältst jetzt auch die Schnauze hier. Zack. Und Feierabend. Dachte ich. Die Erfüllten, wenn die sich buffen, halten doch ein bisschen mehr aus, ne. Mittlerweile dank dem Gear nicht so nennenswert. Danny, hi. Aber doch noch ein bisschen mehr als die anderen, ja. Frech halt. Nice. Macht aber schon ein bisschen mehr Laune jetzt. Also am Anfang war es cool, aber natürlich aufgrund von drei, vier Fähigkeiten schnell linear. Jetzt hat man ein bisschen mehr Abwechslung drin, ne. Man könnte jetzt ja auch aus der Luft kämpfen, wenn man Bock hat. Ey, es sieht alles so fett aus. Es ist so geil gerade, in fucking WoW einfach so einen neuen Drachen hier zu spielen. Und alles sieht schicker aus. Und krass. Ah, wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Ich fühle das, okay. Das ist wichtig. Bam. Weg mit ihm. Da kommt wieder der Dicke, der hier Feuer spuckt. Boah, da muss man wirklich aufpassen. Jo, wenn man hier einen knappen Kampf hat und dann kommt er und spuckt drüber, liegst du aber schnell im Dreck, ne. Scheiße, Scheiße, hör mal. Was haben wir da? Der urzeitliche Weg. Tarasek, wir bieten euch Freiheit und Kraft. Kämpft mit uns gegen die Aspekte. Da sind wir wieder. Das ist genau das, was wir uns am Anfang zusammengereimt haben. Und was eben auch mit dem Raid zusammenhängt, ne. Sehr, sehr gut. Also, sehr, sehr gut. Deswegen, weil ich dann keinen Blödsinn geschlussfolgert habe. Das kann ja auch passieren. Aber nein, es ist zum Glück. Genau diese Richtung. Die Elemente erwachen. Reiht euch ein und schenkt mir eure Kraft. Und dann werde ich den Sturmfresser von seinem Gefängnis befreien. Ah ja, und wie wir schon... Wäh, Junge. Darf ich hier nicht mal die Story gerade auseinandernehmen? Hallo. Und wie wir schon gesehen haben, ist der Sturmfresser oder die Sturmfresserin, war das ja der Endboss im neuen Raid. Das heißt, die sammeln das hier gerade, um den mächtigsten aller urtümlichen Protodrachen zu befreien. Und das bedeutet, was wir jetzt schon wissen, ist, wir werden verkacken und sie werden den befreien. Und darum ist das der Endboss. Und darum brauchen die Aspekte unsere Hilfe. Weil diese hier in der Zeit eingefrorenen Elementardrachen, die sind noch genauso mächtig wie vor einiger Zeit, aber unsere Aspekte eben nicht mehr. Und wenn die jetzt aufeinandertreffen würden, dann würden die Elementardrachen gewinnen und die Aspekte töten oder wegsperren. Und darum kommen dann Furorian und Alexstrasza und sagen, nee, 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 Leute, ihr müsst uns mal helfen hier, Helden von Azeroth. Es wird Zeit. Eins, zwei, eins, zwei. Hast du schon mitbekommen, dass es ab Dragonflight ein höheres Cap für Charaktere gibt? Ist das wirklich safe? Haben wir einen Bluepost? Oder ist das immer noch die Aussage aus dem Interview von vor ein paar Tagen? Weil da haben sie leider nur gesagt, dass sie das auf dem Schirm haben. Und das haben sie in 30 Interviews zu 30 anderen Themen eben auch gesagt, ne. Abgeschlossen wurde dann mit, die Liste ist nahezu endlos von Dingen, die wir vorhaben. Deswegen, ja, habe ich auf jeden Fall mitbekommen und freue mich sehr. Aber so richtig hat das noch nichts zu heißen, ne. So richtig ist das nur erstmal, wissen wir. Und das kann bei Blizzard leider einiges bedeuten. Aber wir hoffen natürlich, dass Bess wäre. Ja, da musstest du gleich an mich denken. Das glaube ich. Ich miese Char-Suchti. Da hinten haben wir noch einen Rare. Tarzenrat. Ja, klingt ja auch wild. Vielleicht ist hier auch wieder eine Art Höhle. Macht gerade auch Bock, sich hier einfach umzugucken, ne. Alles sieht richtig wild und geisteskrank aus, Junge. So brauche ich das. Mann, dieser... Hey, den feite ich gleich. Den schieße ich vom Himmel, die miese Ratte. Ist ja unglaublich. Jetzt fliegen wir da aber erstmal rein, hier schön. So, Vulkanschaden, Leute. Rums. Sehr nice. Zack, weg mit dir. Feierabend. Ehre. Marcel, hallöchen. Grüße. Achso, okay. Ich habe es so anders gehört, dass es das so geben wird. Aber nur noch nicht gewiss ist, wie hoch. Ja, das kann passieren, ne. Unsere deutschen Fansites, wenn die dann so die Interviews durchgehen und das übersetzen, dann braucht man auch wieder eine Headline, die natürlich die Leute auf den Artikel zieht. Deswegen, ihr wisst es, ich empfehle immer Wowhead, die englische Seite. Die zaubern nicht so viel rum. Deswegen sind die nicht nur die Ersten, sondern meiner Meinung nach auch die Besten. Aber das kann natürlich euch überlassen sein, wo ihr schaut und wo nicht. Aber wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann am besten Wowhead. Da wird natürlich auch gern mal ausgeschmückt, ne. Aber die wundern dann eben nicht so rum bei den Übersetzungen. Das ist schon mal ein Vorteil, was das betrifft, ne. Bin echt gespannt, wie die Trakteur darauf reagieren, wenn ihnen gesagt wird, dass... Ein Glück, das war knapp. Dass Neltarion verdorben und umgenockt wurde und auch Malygos von uns gekillt wurde, weil er sich mit der... Weil er sich der Macht des Todes angeschlossen hat. Weil sich Malygos der Macht des Todes angeschlossen hat. Okay, da wäre ich auch überrascht erstmal, wenn die mir das sagen. Aber ja, sind wir gespannt, wie und wann das aufgelöst wird, ne. Da Furoreion hier rumfliegt, gehe ich mal stark davon aus, dass der etwas damit zu tun haben wird. So, das war das dritte Ritual. Der Herr Grimm-Totem sagte noch, nehmt das Geschenk der Sturmfresserin an. Zusammen werden wir ihre Macht auf dieser Welt entfesseln. Oh shit, also die sind richtig in Untergangsstimmung, ne. Die haben Ultra-Bock. Damn, Fredon, was geht? Hallöchen, hallöchen. Hackraft, weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber deutsche Fansites, wie immer drei Tage mit den News hinterherhängen, haben in einem Interview wohl die Info bekommen, dass es mehr Charslots geben wird. Ja, ist tatsächlich, haben wir gerade besprochen, deswegen habe ich die Antwort gleich vorweg genommen, Freunde. Wenn ihr deutschen Fansites folgt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt euch aber ziemlich sicher sein, dass die einfach zwei Tage später den ganzen News-Booms von den englischen News-Sites genommen haben. Das einmal in Google Translate reinschmeißen, Copy-Pasten und das dann mit einem Clickbait-Header auf ihrer Seite bringen. Natürlich nicht alle, ja. Natürlich nicht alle und ich will ja auch keinem das gezielt unterstellen. Aber nur für eure Sicherheit und falls ihr da euren eigenen News-Flow optimieren wollt, dann alle anderen rausschmeißen und nur noch Wow-Head folgen. Ansonsten könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr immer ein paar Tage hinterherhängt. Und wenn das für euch okay ist, kein Problem, dann will ich nichts gesagt haben. Wer das Ganze aber vielleicht ein bisschen optimieren möchte, dann ist Wow-Head euer bester Ansprechpartner. Oh, wie geil sieht der Drache aus. Und dann habt ihr weder das Problem, dass irgendwer bei einer Übersetzung was durcheinander bringt, noch seid ihr ein paar Tage später dran. Aber ich danke euch natürlich trotzdem, dass ihr es angesprochen habt, denn selbst wenn man der schnellsten News-Seite folgt, sieht man natürlich nicht immer alles. Und ich hoffe natürlich ebenso, dass wir mehr Charakterslots bekommen. Aber diese Info ist noch nicht sicher, ja. Ja, die ist noch nicht sicher, sondern Ian meinte in einem von vielen Interviews, dass sie das auf dem Schirm haben und dass sie versuchen, da was zu machen. Aber das meinte er in 30 Interviews zu 40 verschiedenen Themen. Und hat dann diese Interviews quasi beendet mit, die Liste ist endlos lang. Und gerade so Sachen, die seit Jahren unverändert sind, da trauen sie sich auch nur bedingt ran. Und deswegen, ja, ist die Hoffnung zwar da, aber Sicherheit haben wir da eher so bedingt. Aber an sich bin ich natürlich auch Team Hoffnung. So, Daumen sind gedrückt. Olli, hi, ich vertraue ja nur, Buffed. Wunderbare Sache. Wunderbar. Kann ich dir jetzt nicht viel zu sagen, weil, wie eben gesagt, werde ich keine gezielten Namen nennen. Aber wenn du das so siehst, wie gesagt, wunderbar. Werde ich den umhauen, der sieht sehr böse aus. Verbündet euch nicht mit denen, die unsere Natur ändern wollen. Oh boy. Na denn, verbünden wir uns nicht, wahr? Dann gibts einfach auf die Schnauze, wie engage ich ihn am besten. Schon mit meinem Vulkanschaden, oder? Rums, Junge. Jo, das juckt den einfach gar nicht, Mann. Das juckt ihn einfach überhaupt nicht. Oh shit, den schnell raus. Und dann, was macht er jetzt? Er lässt die Höhle einstürzen oder sowas. Dicker Rare Mob. Okay, kriege ich da einen Cast raus in der Zeit? Oh, das sind so Erdstacheln. Okay, vielleicht immer ein, zwei abwarten. Weckendes Gebrüll. Nein, du holst jetzt keine Ads oder so, oder? Oh, damn. Jetzt kommt er angesprungen. Nein, noch mehr Schaden. Und die Ads halten sogar was aus. Oh mein Gott, die Rares sind einfach halber Magier-Turm, oder wie? Scheiße, ne? Gut, gehen wir mal drauf. Kann ich ihn zurückkicken? Das geht. Das ist schon mal super. Dann kommt jetzt, dachte ich, ne, ich muss wieder laufen. Oh. Na gut, dann laufe ich mal. Stelle ich hier die grüne Blüte hin, heile mich mal ein bisschen gegen. Und dann gibt es hier wenigstens diese Schellen. So, jetzt kicke ich dich aber mal hoch, Kollege. Und dann will ich hier meinen Feueratem nochmal drauf zwirbeln. Sehr, sehr gut. Rums. Jawohl. So, das sieht ganz schön aus. Dann könnte ich jetzt ja mal mein Fliegen anmachen. Und während des Fliegens hier ein bisschen weiter casten. Ja, das sah da auch ganz nett aus. Aber was mache ich jetzt? Einfach hier, um das Add noch zu erwischen. Bisschen rein aehen mit den frostigen Klauen. Jawohl. Und dann ist da auch gleich Schicht im Schacht hier beim Ausweichen. Sehr schön. Jawohl. Ich sterbe frei. GZ, Bruder. Du hättest so einfach leben können, ne? Aber, ja. Was immer dich glücklich macht. Und ich kriege einen Schutzzauber. Aha, eine Akkaren-Barriere. Cool. Die kann man sich immer mal gönnen, würde ich meinen. Schöne Sache. Ich wünsche mir ja wirklich neue Slots. Aber ich sehe schon die folgende Chat-Nachricht. Wenn Blizzard das eben nicht bringt. Ja, aber das stand bei XY und so. Ja, das ist eben leider immer ein Problem, ne? Dass, wenn man das so ein bisschen sehr frei übersetzt und dann an die Communities ranträgt und das dann einmal auf Facebook und Co gespreadet ist. Und so, dann liest drei Wochen später keiner mehr, wenn da steht, ah, sorry, hab mich da vertan, ne? Und dann hast du wieder so eine Shitshow, die einfach auf einer Fehlübersetzung basiert. Das ist doof. Aber das passiert ja zum Glück sehr selten. Das liegt dann auch seltener, bild ich mir jetzt ein, ja? An den Fansites als vielmehr an den Leuten, die ja Sachen auch häufig falsch verstehen wollen. Um die armen deutschen Fansites mal jetzt vom Pranger runterzuholen, ne? Es gibt natürlich auch einige, die super Arbeit leisten und das auch mit einem großen Aufwand und tolle Themen bearbeiten, tolle Artikel haben und, und, und. Und das ist sehr gut so. Wir brauchen ja auch immer ein bisschen Kontrast, ne? Dementsprechend gibt es das auch da. Und häufig sind ja nicht die Newsseiten das Problem, sondern die Leute, die da dann was reininterpretieren und dann enttäuscht sind, dass es anders kam. So eine Scheiße, Mann, ey. Nee, sage ich. Einfach nee. Wie nice ist der Trakteur? Macht sehr viel Spaß bisher. Spielst du gar keinen Classic? Doch, die letzten Wochen haben wir immer die Votika-Classic-Beta gestreamt und auf meinem YouTube-Kanal findest du ein TBC-Let's Play. Guck dir mal bitte das Gladimount an, falls du es noch nicht gesehen hast. Habe ich schon gesehen. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich das am besten finde. Soll ich hier einfach mal Gladiator eingeben? Finde ich das dann? Dieser hier. Oh, Junge, da ist er. Da ist er. Oh, ich will kein PvP machen, Junge. Aber wie krass ist der denn? Ach, du Scheiße. Er hat einen leichten Überbiss, aber das macht ihn noch ein bisschen schöner. Okay. Das macht ihn noch besonderererei. Ey, Junge, ist der geisteskrank. Ist der einfach geisteskrank. Scheiße, Mann. Okay, Schuppenkommandant. Die Zahl der Feinde nimmt zu. Ja, ich war auch ein bisschen langsam jetzt beim Töten. Wir haben uns wieder verquasselt. Ey, Frechheit. Für jeden, den wir erschlagen, kommen zwei neue. Konzentriert euch auf den Belagerungshort. Wir müssen den Schwarzschuppen helfen. Beklagt nicht den Verlust einiger Tarasek. Wo einer ist, lauern noch viel mehr in den Schatten. Jawohl, gönnen die Armschiene, Bruder. Und eine herbeigezauberte Armee. Beschworene Elementare mögen nicht der befriedigendste Gegner sein, aber es ist ein gutes Gefühl, unsere Flüge wieder auszubreiten. Ja, Trajan, 23 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Die Primalisten. Die Primalisten sprechen davon, einen furchtbaren Sturm zu entfesseln. Ist es möglich, dass sich irgendwo auf den Inseln noch eine größere Bedrohung unter Verschluss befindet? Hm, könnte das so sein. Da wir 60. Ey, endlich blutige Tiefen, Leute. Let's go. Richtig Bock. Habe ich irgendwas anderes noch bekommen? Theater der Schmerzen freigeschaltet. Okay, cool. Richtig Bock, Leute. Erstmal Shadowlands Leveln. Jetzt Segen der Bronzenen. Aha, da ist er. Wir weben die Fäden der Zeit und verringern den Cooldown von Movement-Fähigkeiten für alle Gruppen und Raid-Member um 15% für eine Stunde. Wait, das ist ein Buff? Yo, Punkt 1. Wie unglaublich schick ist bitte die Animation. Punkt 2. Der verringert den Cooldown-Timer von Movement-Fähigkeiten. Oh, wow. Ich möchte ihn nochmal sehen. Bam. Yo, den werde ich ja immer buffen allein wegen der schicken Animationen. Holy Hell. Das ist sehr, sehr schick. Cool. Wie sieht es denn aus, wenn man einen Alpha-Key hat? Wenn du in deinem Battle-Net-Launcher bist, dann hast du ja unten links diese Spielen-Schaltfläche. Und über dieser Spielen-Schaltfläche hast du so ein paar ausklappbare Elemente. Da müsste bei dir WoW Shadowlands oder Dragonflight stehen, je nachdem auf was du geupgradet hast. Und da kann man in der Regel draufklicken. Da ist dann auch so Classic-Versionen aussehbar oder ein Test-Server, wenn du den runtergeladen hast. Und da kann man dann hoch und runter scrollen oder auch nicht, abhängig davon wie viel da ist. Aber über dieser Spielen-Schaltfläche, wenn du da draufklickst, müsste in diesem Auswahlmenü quasi Alpha dabei sein. Ja, Dragonflight Alpha. So, mein Guter, die Schwarzschuppen. Eine uralte Bestie, die die Schwarzschuppen gefangen hält. Und ich kriege seinen bunten Reißzahn. Ein weiterer Schmuck. Cool. Da hülle ich ihn dann in roten Flammen ein, den Gegner. Und das andere war blaue Flammen, ne? Geil. Sehr nice. Wir sind durch den ersten Wahl von Primalisten hier durchgebrochen. Jetzt müssen wir nur noch das Zentrum erreichen. Der Schuppenkommander Sarkeret, der ist sehr tough und der ist sich auch sicher, dass noch mehr kommen werden. Das heißt, der und sein Wern, die halten hier die Line. Das spreche ich auch jedes Mal anders aus, ne? Wern, Wern, Werner, Junge. Eckart, let's go. Und wir müssen uns um einen Drachen kümmern, der die anderen Schwarzschuppen gefangen hält. Darum werden wir jetzt dem Kampf beitreten. Und ich soll das Signal geben, wenn ich in Range von ihm bin, damit wir ihn dann mit allem angreifen, was wir haben. Okay, das ist der Plan. Sehr schön, sehr schön. Na denn, geht's los. Wir müssen die Aufmerksamkeit des Drachen erregen, damit die Schwarzschuppen zuschlagen können. Bringt uns nah an das Ziel heran und gebt dann das Signal. Soll ich da einfach hinfliegen? Ach, das ist da oben, oder was? Der da ist das. Ach so, na, da fliege ich nicht ran, Junge. Da pulle ich ja hier die ganzen anderen, die rumsegeln. Sag mal, was wollten ihr jetzt? Junge, ich wollte gerade meine Aktionsleisten nochmal richtig anordnen. Und auf einmal machen die Welle hier, oder was? Weil der Buff ist ja hier unten mit reingeflogen. Alter. Okay, ich sehe schon, meine Begleiter regeln das, ne? Die machen das schon. Werner, Eckart, die Drachen sind da. Nur im Keller ist der Drache gefährlich. So sieht's aus. Junge, wo lauern die denn hier? Dann gibt's jetzt aber einmal Vulkanschaden vorne. Rums. Jawohl, dass ich auch mal ein bisschen Schaden drücke. Aber die Kollegen, von wegen hier, ich werde Diplomat, ne? Der rotzt ja auch raus ohne Ende. Dafür addet er aber auch ohne Ende. Na gut, dann... Ach, Junge, von überall ist hier irgendwas am rumfliegen. Das ist so geisteskrank. Aber auch geil. Das macht's natürlich noch ein bisschen gefährlicher, ne? Was hier gerade abgeht. So, die striken wir mit den Eisklauen. Und da unten gibt's jetzt die gute alte lebende Flamme. Sehr, sehr schön. Ich hab übrigens gestern einen Artikel gefunden, der meine Chili-Theorie bestätigt hat. Ja, nice. Gönnen die da reichlich. Die Abhärtung muss sein. Die Schärfe auch. Hawkeye, hi. Ich finde die Klassenfarbe von den Drachis aber sehr hübsch. Ich finde super viel von denen super hübsch. Also, hier gibt's kaum was, wo ich sage, boah, das gefällt mir ja so gar nicht. Jetzt hier. Los geht's. Der Befehl ist erteilt. Angriff. Yeah. Juckt den das? Ich weiß nicht. Vielleicht lang genug, dass die da rauskommen. Aha. Mit vereinten Kräften. Jawohl. Entfesselt euren Atem. Rums. Sehr schön. Ja. Na, er muss sich zumindest zurückziehen. Das sieht schon fett aus. Der Drache brennt einfach. Oh, das ist nicht zurückziehen. Das ist Todstellenrang 2. Dieses Ungeziefer wollte unser Ritual stören. Sie sind des Drachenblutes in ihren Adern nicht würdig. Sie sind bedeutungslos. Lass sie. Die Elemente haben mir die benötigte Macht verliehen. Oh toll, er ist trotzdem fertig. Und jetzt schwebt er da so auf seiner Wolke. Endlich wird die Herren des Sturms frei sein. Na super. Ach, gucke, wer jetzt kommt. Aber wer ist da bei ihm? Oh. Landen sie hier? Das sah gerade kurz so aus. Aber anscheinend nicht. Dafür ist mein letzter Atem fehlgeschlagen. Yo. Den haben wir platt gehauen. Aber Überraschung. Wir sind zu spät gekommen. Sad life. Bleibst du bei deiner Main-Klasse oder machst du was anderes? Ich werde beim DK bleiben. Ja, zum einen will ich weiter tanken. Zum anderen gefällt mir das, was ich bisher gesehen habe, ganz gut. Deswegen werde ich meinem DK, denke ich, treu bleiben. Nikita. Hi. So, was habt ihr denn noch gesagt? Wir warten auf und haben uns hier als Geiseln irgendwie wiedergefunden. Dieser Drache hat uns hier gefangen gehalten. Und dann war da auch noch diese elementare Armee. Die haben hier vor der Tür gekämpft. Und wir wollen alle Antworten haben, was die Scheiße soll. Jawohl. Die Antworten müssen warten. Die Primalisten, die sprechen davon, einen riesigen Sturm über die Welt zu bringen. Wir müssen sie aufhalten. Ja. Das würde ich aber auch sagen. Die menschliche Form habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Wenn ich es richtig gesehen habe, kommt die erst, wenn wir zu den Hauptstädten aufbrechen. Am Ende von diesem Startgebiet, damit wir die Menschen nicht so verschrecken. Das war, glaube ich, der Grund-Tenor. Aber momentan kann ich, glaube ich, noch gar nicht wechseln. Was hältst du von der Alpha? Bisher super cool, was ich gesehen habe. Und auch schon recht weit. Sogar Übersetzungen und so schon am Start. Also, nice. Ihr kämpft gut, Rufer. Aber wir hatten das unter Kontrolle. Ach so. Ja, die Schwarzschuppen, ne? Okay. Die Schwarzschuppen kümmern sich um ihre Leute. Ey, Mann. Die haben auf jeden Fall so ein bisschen Todesschwinge geerbt, ne? Wahnsinn. Naja. Gehen wir mal ab und haben einen neuen Schmuck. Geil. Als ob das weniger erschreckend wäre. Gut, so Hörner kennt man zumindest vom Demon Hunter, ne? Das ist schon mal ein Anfang. Aber ja, umso länger man hinguckt, umso verstörender wird es dann. Auf zu Glutal. Jetzt ist der Fight vorüber. Und ihr fragt mich wegen dem Bericht. Und sie ist ein bisschen aufgebracht, ne? Von wegen, ich soll ja eurem Kommando folgen und so ein Shit. Na, von wegen. Blödsinn. Die Schwarzschuppen, die schulden nur dem Erdwächter eine Antwort. Und nirgendwo hat sie Neltarion gesehen oder Befehle von ihm erhalten. Tja, dementsprechend sagt sie aber, gut, ich bin ja nicht blind. Ich sehe hier durchaus die Gefahr. Und diese Primalisten, die sind der Kern dieser Gefahr. Deswegen müssen wir uns zumindest Gedanken machen. Und mal gucken, wie wir hier fortfahren. Aber irgendwie hängen einige noch sehr an Todesschwinge, den sie unter dem Namen Todesschwinge gar nicht kennen. Holy Shit. Es wird ein böses Erwachen geben. Bis der Erdwächter gefunden wurde, befolgt mein Wern nur meine Befehle. Verstanden? Ja, aber bleibt wachsam. Über uns kreisen Drachen. Möglicherweise feindselig. Schwarzschuppen sammelt die Signes von den Toten und bereitet dann den Abmarsch vor. Okay. Weiß man schon, wie die Tiersets oder PvP-Sets aussehen? Ja, musste mal auf Wowhead gucken. Da hatten die jetzt jüngst die Bilder, glaube ich, aufgelistet von dem, was sie schon hatten. Okay. Das heißt, ich darf wieder flattern, oder? Wo flatter ich denn hin? Da drüben. Aber wenn ich jetzt hier in den Himmel steige, dann fürchte ich, werde ich auch runtergeknallt. Aber naja, los geht's. Einmal Abflug. So, und schön ein bisschen Tempo holen. Jetzt haben wir hier eine ordentliche Schlucht. Das heißt, schön mit Tempo hier jetzt nach oben. Jawohl. Na, guck mal, das läuft doch schon ganz gut. Hier runter und wieder hochziehen. Ja, na, das wird zu knapp, wa? Oh, ein Schlag. Zweiter Schlag. Und nach oben nochmal ein bisschen. Ey, saved. Saved. Jetzt verliere ich aber schon wieder an Tempo hier. So, und hier haben wir doch eine Treppe. Na, das war doch ein guter Flug. Guck mal, da oben ist das Ziel. Nice one. Ich glaube, aufmounten oder so kann ich tatsächlich nicht, ne? Ja, Reittiere. Ja, das ist alles rot, was ich hier habe. Uh, Junge. Das sind schon die Standardskins, wa? Von den Drachen, die wir dann so customisen können quasi. Klippenwilddrache. Ah, ah. Das hier ist dann so der Dino-mäßige. Auch nice. Habe ich noch einen übersehen. Sandsteindrache. Klippenwilddrache. Ne, ne? Scheinen die drei gerade zu sein. Erneuerter. Das war der erste. Jo. Nicht schlecht. Schwarzdrache ist ja... Dass sie uns den geben und den schwarzen Protodrachen in der Alfa, ne? Blizzard, dankeschön. Danke für nix, Alter. Oh, das sieht aber auch ungesund aus hier immer noch. Auf zu Glutal. Die Primalisten ermächtigen ihren Anführer durch eine Art Ritual. Erzählt mir alles. Mach ich. Oh, mach ich anscheinend wirklich. Na denn. Diese Kultisten wollen einen Sturm entfesseln. Aha, Ebysian ist das. Die Bedrohung ist größer, als ihr versteht, Jünglinge. Wir befürchten, dass diese Primalisten etwas Uraltes, Schreckliches befreien wollen. Damn. Warum sollten wir euch trauen? Hat der Erdwächter euch geschickt? Wo ist Neltarion? Neltarion? Wie sich beide angucken. Es gibt offenbar vieles, das ihr nicht wisst. Auch wie jetzt alle ankommen. Eine Geschichte. Und das ist Hurorion. Achso, ich bin Ebysian. Ja, wir werden alle eure Fragen bei Zeiten beantworten. Aber jetzt müssen wir gemeinsam zuschlagen. Sonst wird der Feind siegen. Dies ist unser Zuhause. Die Draktür werden es verteidigen. Wir werden an eurer Seite kämpfen, aber ihr gebt ihr keine Befehle, Drache. Zornig. So sei es. So, we sit. Aber kommt uns nicht in die Quere. Junge. Schließlich weiß ich das ein oder andere über das Ausmerzen uralter Erzfeinde. Oh boy, da werden aber Zähne gefletscht hier. Hurorion. Mach mal einen Entspannten. Wie cool. Junge, und wie geil sehen sie aus. Holy shit. Was für eine krasse Szene. Aber die Draktür. Ja, die sind alle ready. Die sind alle erstmal in Angriffshaltung. Können wir ein bisschen quatschen. Ich entschuldige mich für das, was eben passiert ist. Hurorion ist jung und manchmal ein bisschen ungeduldig. Wir werden nach und nach alle Unklarheiten beseitigen und dann auch die Breindeifen in das Thema natürlich. Und eine Warnung, die uns erreicht hat, die hat uns hier dann hergeführt. Okay. Als wir euch das erste Mal gesehen haben, waren wir neugierig und unsicher. Ihr seht, vor unserer Ankunft wussten wir nicht mal, dass sie existiert. Es sieht so aus, als ob ihr euch nicht an viel erinnert. Und wenn die Zeit kommt, dann seht ihr hoffentlich wieder klarer. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um diese Gefahr in unserer Mitte kümmern. Diese Lande, die Dracheninseln, die sind erwacht, so wie ihr Draktür. Und es sieht so aus, als würden diese Primalisten versuchen, ein uraltes Übel zu befreien. Wir müssen sie aufhalten. Jawohl. Sehr, sehr fresh. Ibizian ist auch zum ersten Mal in seiner Drachenform zu sehen, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Die Welblingform, die kennen wir aus dem ein oder anderen Rückblick. Aber hier? Boy. Worion braucht ne Zahnspange, sagt ihr. Ja, er wirkt ein bisschen wilder. Naja, wobei. Wenn wir uns den Bruder angucken, also, da musst du schon aufpassen, wenn es schönen Mittag gibt, dass du dir mit deinem Vorderzahn nicht das Augenlicht raubst. Gefährlich. Möchtet ihr etwas besprechen? Oh, er hat ne Stimme. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Nice. Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Ja. Vertraut ihr mir? Geht so. Sprecht euch aus. Ich habe euch schon erwartet. Seid in Pandaria vorsichtig, über wen ihr euch lustig macht. Oh. Wayne, hat er diesen Spruch schon in Retail gerade? Was zum Fick? Euch ist bewusst, dass ich ein Drache bin, ja? Und Feuerspucke? Wollt ihr mich nur vergewissern? Ich verstehe langsam, was meinen Vater in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, ich war's, Leute. Ich war's. So treffen wir uns wieder, Champion. Wow. Vertraut ihr mir? Sehr super. Oh, wow. Wow. Eure Führung versteht den Ernst der Lage nicht. Meine Begleitung und ich wurden von einer uralten Warnung hergerufen. Vor jemanden, der sie für seine weltenvernichtenden Absichten bekannt ist. Warte, von jemanden soll das vermutlich heißen, oder? Wir haben nicht erwartet, ein noch unbekanntes Volk zu finden, mit Fähigkeiten aller fünf Drachenschwärme. Das ist besorgniserregend. Mhm. Die passen gut auf uns auf, ne? Und wir auf die. Es ist halt so weird, diese Charaktere schon so lang und so gut zu kennen und jetzt in der Lage zu sein, dass man sich so total unwissend gegenübersteht. Das finde ich auch sehr interessant vom Feeling her, ja? Mega, mega nice. Oh, boy. Bewahrung oder Verheerung? Falls es stimmt, was diese Drachen sagen, dann erwartet uns eine große Schlacht. Wir brauchen eure Konzentration und eure Stärkerufer. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Kampfspezialisierung wählt. Werdet ihr eure Verbündeten bewahren oder eure Feinde verheeren. Um eure Kampffertigkeiten bis auf das Schärfste zu schleifen, wählt Verheerung. Um euer Heilpotenzial zu maximieren, wählt den Weg der Bewahrung. Jede Spezialisierung wird euch gut dienen. Und vergesst nicht, ihr könnt sie später noch ändern oder anpassen. Nice. Ah ja, Verheerung oder Bewahrung. Nice. Verheerung ist eine magische und taktische Spezialisierung. Flächenschaden? Äh, wait. Erstmal halben Satz skippen. Ist eine magische und taktische Spezialisierung, die einen schnellen Einsatz, Flächenschaden im mittleren Bereich und das Freisetzen der Macht des roten und blauen Drachenschwarms umfasst. Mit Hilfe dieser Spezialisierung kann ein Rufer Feuer vom Himmel regnen lassen, um Schwärme von Gegnern zu treffen und sich über das Schlachtfeld fortbewegen. Die Wahl von Verheerung gewährt Scheiterhaufen als auch Meisterschaft Riesentöter. Scheiterhaufen kostet drei Essenzen, schleudert einen Feuerball, der dem Ziel sowie Gegnern in der Nähe über 1000 Feuerschaden zufügt und Meisterschaft Riesentöter erhöht den Schaden eurer Zauber um bis zu 22,5% basierend auf der aktuellen Gesundheit eures Ziels. Ziele mit hoher Gesundheit erleiden mehr Schaden. Aha. Und Bewahrung? Bewahrung ist eine Spezialisierung, die dem Schutz des Lebens gewidmet ist. Rufer können schnell zu verletzten Verbündeten sporten und mächtige Flächenzauber der Heilung wirken. Nutzt die Macht des maraggrünen Traums, um eure Verbündeten in revitalisierender Energie zu baden und die Bronzen in Sander der Zeit, um Schaden zu vermeiden, Heilung zu replizieren und sogar Verletzungen rückgängig zu machen. Die Wahl gewährt Traumatem. Ach so, dass wir unser Feueratem nur halten mit Heilung, ja. Und Meisterschaft ist Lebensbinder. Die bei Verbündeten hervorgerufene Heilung ist um 16% erhöht, solange deren prozentuale Gesundheit niedriger ist als eure. Interessant, interessant. Anvil, 33 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Bewahren? Warum? Darin liegt keine Wahrheit. Sind wir gleich im Nexus wieder, ne? Gnolde, was geht? Kloakenbob, hi. Ja, ich nehme Verheerung. So, ach du Sch... Okay, ey, ich dachte kurz, das sind jetzt alles neue Fähigkeiten. Aber nein, 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 alles fein. Scheiße, Mann. Okay, wir haben die Meisterschaft. Wir haben Erdrutsch. Das ist, denke ich mal, dieser hier. Lässt Gestein in einer Linie zum Zielort rutschen, was Gegner für 30 Sekunden bewegungsunfähig macht. Schaden kann den Effekt unterbrechen. Ah ja, das ist auch wieder so ein Ding. Warte mit 0 und dann... Bam. Boah, sieht das lecker aus, Mann. Das sah ja schon wieder lecker aus. Scheiterhaufen, das war dieser Feuerball, ne? Das ist unterdrücken. Unterdrücken ist mein Kick, wie es aussieht. Okay, den sollte ich vielleicht auch hier irgendwo noch unten mit hinlegen. Äh, Scheiterhaufen ist da hinten, ne? So viele Kies habe ich hier gar nicht gebeindet. Warte, Heilung hiermit hoch. So, okay. Scheiterhaufen kann ich dann leider gerade nicht angucken. Ist hier noch irgendein Käfer oder... Da ist einer. Ehre. Wollte ich gerade sagen. Habe ich alle irgendwie getötet? Nee. Pass auf, dass wir den auch mal sehen. Oh! Wow, den spucke ich einfach in so einen Bogen. Rums. Der sieht ja aber auch sehr cool aus, hör mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Scheiterhaufen. Und macht vor allem Schaden drumherum, ne? Ja, auch nice. Jetzt kriegst du eine mit dem Stabio. Mieser Käfer, aller. Rums. Ja, Dreckvieh. Okay, außerdem haben wir Rubin-Essenz-Explosion. Ist ne Passive. Eure lebende Flamme hat eine Chance von 20% eine Essenz-Explosion zu verursachen, durch die euer nächster Einsatz von Desintegration, Scheiterhaufen oder geladener Schlag keine Essenzen kostet. Oh, das ist auch nice. Das ist auch nice. Und Essenz-Explosion. Eure Fähigkeit lebende Flamme, das ist ja dasselbe, oder nicht? Rubin-Essenz? Eure Fähigkeit lebende Flamme gewährt eine Chance von 20%, dass sie keine Essenz kosten. Okay. Wurde dann einfach schnell umbenannt, oder was? Essenz-Explosion? Rubin-Explosion? Hmm, das ist quasi die Erklärung für die Auslösung hier nochmal extra. Aha. I see. Okay. Gar nicht verwirrend oder so gewesen. Alles cool, ich lasse mir das gern 300 Mal erklären. Schön. Ich bin ein Verheerer, Leute. Ist ja verheerend. Habe ich noch irgendwas vergessen? Segen ist drin, tiefer Atem ist drin, Kick ist drin. Unterbricht das Wirken eines Zaubers. Das ist ganz normal, wie wir es kennen. Meisterschaft und Scheiterhaufen sind am Start, jawohl. Alles klar, hervorragende Wahl. Denkt daran, dass ihr eure Spezialisierung jederzeit überdenken und eure Fähigkeiten anpassen könnt, wenn ihr euch nicht gerade im Kampf befindet. Nice, neue Hose. Das Froststeingewölbe. Seht dort. Die Primalisten und ihre Truppen, die sind zu diesem Froststeingewölbe unterwegs. Der Sturm, den sie entfesseln, der muss da drin gefangen sein. Okay. Und wir haben diesen Feind schon einmal bekämpft und gewonnen. Neltarion kommandierte uns damals und wir sollten die Kammer schützen. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ja, vermutlich, weil das, was sie entfesseln wollen, da drin ist. Aber das ist jetzt nicht die Zeit, da irgendwie rumzuraten, sondern wir sollen uns beeilen und da hingehen. Und das heißt, wir haben tatsächlich das schon mal verhindert, was jetzt wieder passieren soll. Nur, dass eben damals die Drachen noch ein bisschen stärker waren. Todesschwinge war noch Neltarion. Malygos war noch nicht wahnsinnig. Die Draktür waren mit dabei. Wie cool hier jetzt alle abheben. Yo, das war ja auch eine geile Szene, Mann. Verdunkelt die Himmel. Schick einen Pfeil, Hage Legolas. Sehr fresh. Und das bedeutet ja auch, dass wir jetzt nochmal die Klarheit haben, was diesen Krieg damals angeht. Das war nämlich das, was ich immer wieder erzählt habe. Aspekte gegen Primalisten. Damals waren die Aspekte ein bisschen besser aufgestellt. Jetzt ist es andersrum. Das heißt, wenn immer mehr von denen frei werden, dann auf Wiedersehen. Domi, hi. Gut. Segeln wir mal rüber. Und gucken mal, ob das so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Einmal hier gleich den schnellen Schwinger nach vorne. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Schwung holen. Mit einem Sturzflug. Und dann hier jetzt hoffentlich ausreichen nach oben. Ja, na guck mal. Hier, da ist ja halbe Punktlandung. Hör mal. Zack. Einwandfrei. Und da ist jetzt auch der Dude, den wir vorhin gerettet haben. Die kämpfen ja auch alle mit. Schön, schön, sag ich da. Schön, schön. Und da greifen sie an, die Primalisten. Junge, das ist die Kammer, die wir beschützen. Ach du Scheiße. Geht's noch ein bisschen auffälliger? Oh Junge. Und dann so ein stinknormales Tor da. Mit demselben Stase-Gefängnis, wie es uns zurückgehalten hat. So viel dazu. Das Froststeingewölbe. Ruhig Blutrufe. Die Schwarzschuppen werden diesen Angriff ein Ende bereiten. Die, was? Die Prise, wollte ich sagen. Nein. Der Preis, der ist drin. Jawohl. Die Primalisten wollen also, was im Gewölbe ist. Sandowren kneift die Augen zusammen. Lass sie nur kommen. Wir werden ihnen zeigen, wozu die Traktür geboren wurden. Ich bekomme einen neuen Hals. Ja, aber meiner hat so einen schönen Bonus-Effekt. Jör mal. Vom Rare. Dort liegt unser Vermächtnis. Wir werden es nicht den Invasoren überlassen. Junge, da ist direkt so ein nächstes fettes Vieh. Ach du Scheiße. Verteidigen. Ah ja, und jetzt kann ich mir quasi aussuchen, ob ich heile oder ob ich Schaden mache oder einfach alles. Möge der Sturm losbrechen. Endlich wird sie frei sein. Er ist aber auch richtiger Fanboy, ne? Aber cool, dass sie hier jetzt nach der Wahl der Spezialisierung auch wirklich dran gedacht haben. Bam. Dass man natürlich, wenn man jetzt Heiler gepickt hat, dann ein bisschen doof dasteht, wenn man nur Schaden machen kann. Könntest du jetzt auch über die Heilung das alles regeln. Wie findest du den Rufer? Also als CD-Unheiler. Du, ich spiele gerade zum ersten Mal das Startgebiet. ähm, und habe gerade den DD-Spec bekommen. Also bisher fühlt sich das sehr fein an. Coole Animation. Macht Spaß. Aber viel mehr kann ich dir auch noch nicht sagen. Ihr werdet knien vor ihr. Vor allen Inkarnierten. Aha, das ist bestimmt wieder so eine Aufstiegsgeschichte, ne? Wie wir es in Katta auch hatten. Schön die Elementar-Ermächtigten. Diese Aszendenten-Fürsten. Wo waren die? Bastionen des Zwielichts, glaube ich, ne? Tiefenheim immer ein Riesenthema gewesen. Das wird hier bestimmt artähnlich hochkochen. Da kommen die Nächsten. Ihr kriegt jetzt erstmal hier die Steine in die Schnauze. Guck mal, jetzt werden die dann nämlich schön festgehalten. Und das heißt, ich kann noch entspannter rüberbrezen. Rums. Jawoll, der gute Vulkanschaden hier. Und dann gibt es den auch oben drauf. Ah, fühlt sich schon ein bisschen flüssiger an, der ganze Bums. Wo haue ich mal noch eine Heilung rein? Die stehen überall so vereinzelt hier. Möge der Sturm losbrechen. Und endlich wird sie frei sein. Hier bekommt man Zugang zur Alpha. Du musst sie auf der offiziellen WoW-Dragonflight-Seite registrieren. Und dann Glück haben, innerhalb der Alpha-Wellen, die in der Regel wöchentlich sind, dass du da gezogen wirst. So, da hinten können wir noch ein bisschen gegenheilen. Wieso stehen die denn so weit weg hier? Ist ja unglaublich. Wait, das war wieder nicht genug aufgeladen. Wir wollen die volle Power. Jawoll. Rums. Sehr schön. Und er labert immer dasselbe, ne? So, das kennen wir schon von den verschiedensten Feinden. Ja, ja. Wo einer fällt, werden andere ihren Platz einnehmen und so weiter. Aber da geben wir natürlich nichts drauf. Wir verteidigen hier schön weiter. Gar kein Ding. Und sind dann, glaube ich, auch fertig. Sehr gut. Naja, hat sich doch gelohnt, die Blauen am Leben zu lassen, ne? Gut, dass wir die nicht umgehauen haben. Was denkst du, wenn Dragonflight released wird? Da bin ich sehr schlecht darin, sowas zu schätzen. Aber ich tippe auf November. Wenn sie nicht wirklich nochmal irgendwie Probleme haben und uns verschieben müssen, was ja immer sein kann dieser Tage, ja? Dann denke ich mal, Mitte, Ende November? In dem Dreh? Schön Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen? Müssen halt dann nur gucken, wie es mit dem Timing auch von allem ist, was hinten dran hängt, ne? Ja, wenn die Raids dann natürlich erst öffnen zu Weihnachten, dann ist es auch wieder scheiße, ne? Dann sitzen alle mit der Family am Tisch und so. Gibt da, denke ich, schon ein bisschen was zu berücksichtigen. Und da bin ich einfach nur froh, dass die Entwickler das machen müssen und nicht ich. Aber so in dem Dreh hätte ich jetzt geraten ins Blaue hinein, ja. Wir werden überrannt. Sie brechen in das Gewölbe ein. Wo stecken diese schwarzen Drachen? Ehrlich? Die wollten uns doch helfen. Beim Weihnachtsessen erstmal schön World First Race schauen, genau. Genau so. Oh damn, die Sequenz, die gerade kommen sollte, die ist noch gar nicht drin. Oh. Okay, ich glaube, wir haben verkackt. Holy shit. Da ist sie einfach. Und da ist der Beschwörer. Oh boy. Ich glaube, auch Furorion und Ibizion haben uns hier nicht großartig weitergeholfen, ne? Ja, moin. Scheiße, kann ich sie angreifen? Muss getestet werden, die Sturmfresserin. Ich hole mir jetzt einfach den World First, Leute, und nutze den Boss. Oh. Oh, ey. Ihre Aura ist zu mächtig. Ich komme nicht mal ran, oder was? Wow. Okay, wird wohl beim Versuch bleiben. So viel dazu. Krass. Das ist ein Alpha-Gag. Das ist unser Captain Einsicht, so nach dem Motto, ja? Und der wird häufig platziert, wenn die Cutscenes noch nicht drin sind. Der wird in der Live-Version nicht mehr drin sein. Und der erzählt dann in der Regel, was passiert ist, ja? Ahoi, über welche Videosequenz würdet ihr gern mehr wissen? Was ist gerade passiert? Furorion fliegt in Richtung des Horts, ist jedoch zu spät. Kurok und seine Primalisten brechen das Siegel mit der Macht, die sie zuvor vom Sturmrisskrater erlangt haben. Die Türen werden von kräftigen Winden aufgestoßen, als eine Gestalt zum Vorschein tritt. Rathageth, die Sturmfresserin. Rathageth verspottet Furorion mit dem Tod seines Vaters Neltarion, bevor sie ihn vertreibt. Mit Gewalt. Oh. Das wird an ihm nagen. Die Sturmfresserin kommt hervor und entfesselt den Sturm. Lauft. Shit. Okay, und sie hat ganz easy Furorion weggedrängt, Mann. Ganz easy. Shit. Das ist schlecht für uns. Lauft. Stürme werden uns überrollen. Wir müssen evakuieren. Rettet so viele, wie ihr könnt und findet mir diese schwarzen Drachen. Ist so. Die haben verschissen. Helft uns beim Rückzug. Jawohl, die greifen hier alles an. Unsere tollen Kammern. No, ist das unser... Ne, das ist einfach nur ein Heal. Oh Gott, ich dachte, das war der Dude, der Diplomat werden wollte. Das wäre so sad jetzt. Ist es sinnig zu fliegen, wenn es hier blitzt? So viele Fragen. So wenig Antworten. Ich stelle mich am besten unter einen großen Baum. Lull. Oh Junge. Avatar des Sturms. Also diese Bedrohung haben sie sehr, sehr gut eingefangen. Muss man einfach mal sagen. Richtig schön gemacht. Oh, und da ist Furorion. Der Erdwächter tot? Dann sind wir allein. Ich vertraue keinem Feind. Furorion und Ebisian sind uns Antworten schuldig. Champion, helf dem Drachen wieder auf die Beine. Wir retten Furorion. So treffen wir uns wieder, Champion. Dieser Schmerz. Bruder, ich hab dich. Mach dir keine Gedanken. Nice. Da hat er richtig Bock, dass er jetzt unsere Hilfe braucht. Wir erwarten viele Bedrohung. Sehr, sehr nice. Sprecht euch aus. Ich danke euch. Eure Hilfe ist unerwartet, aber begrüßenswert. Ah ja. Sehr schön. Auch wenn er gerade ein paar Probleme beim Aufstehen hatte. Karades. Hallöchen. Yo, mega. Richtig, richtig cool inszeniert, Mann. Wirklich schön gemacht. Und wie sad für die Dracke-Tür, dass einfach wirklich auf diese Art jetzt in Erfahrung gebracht wurde. Oh, boy. Dass ihr geliebter Erdwächter weg ist. Scheiße, Mann. Okay. Konsequenzen des Mutes. Danke, dass ihr mich geheilt habt. Ich hoffe, dass wir unser gegenseitiges Vertrauen aufbauen können. Furorion schaudert. Die Sturmfresserin. Ich bin auch nie einem Drachen mit solch einer rohen Elementarenergie gegenübergestanden. Aber es noch mehr wie sie gibt. Und wir erinnern uns nochmal, so wie die Aspekte von den Titanen ermächtigt wurden, gab es Protodrachen, die von den Elementaren ermächtigt wurden. Also die sind wirklich Holler. Ja, ganz anderes Level. Ist das die neue klasse Rasse, die kommt? Jawohl. Das ist der Dracke-Tür-Rufer, nennen die sich. Ob es noch mehr wie sie gibt? Wartet. Wo ist Ebysian? Hat er überlebt? Ihr müsst ihn finden. Ihr habt meinen Dank, Dracke-Tür. Bitte findet jetzt Terras-Dragon. Erzähl uns. Erzähl uns alles, Drache. Ist Neltarion tot? Der Neltarion, den ihr kennt, ist schon sehr lange tot. Es ist kompliziert. Oh. Und in diesem Moment haben sie alles verloren. Hallo. Sag mal, wir haben hier einen emotionalen Moment. Okay. Kein Respekt hier. Wahnsinn. Mommas, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön, Dankeschön. Jo, da hat er es einfach gedroppt, ne? Jetzt wissen sie Bescheid. Es ist kompliziert, aber tot ist er. Ja. Soweit wir wissen, dürfte dann nicht mehr viel wiederkommen. Ebysian gefunden. Da unten kämpft er doch, der Gute. Dann gleite ich mal hin, bring ein paar Ads mit. Dann wird er sich freuen. Da wird er sich einfach freuen. Und er ist selber hier am Fighten. Jawollo. Und das Problem ist, nur beim Kegel kriege ich die gar nicht alle so rein, wie ich es gerne hätte. Hier gibt es noch eine Feuerbombe. Roms. Jawollo. Gar kein Ding. Bist du jetzt happy, Ebysian? Wo ist er denn? Er fliegt einfach weiter, oder wie? Sag mal, Kollege. So haben wir aber nicht gewettet. Ich wollte ihn einfach nur zurückholen. Vielleicht ist er auch Piss, ne? Wer weiß, was da hinten ist, oder bei ihm jetzt schon wieder abgeht. Oh, oh, oh. Hier drüben. Ja, doch. Oder er wurde gerade von einem Blitz getroffen. Ich bin direkt in den Fight gesprungen. Maybe hätte ich ein bisschen genauer hingucken sollen, was ihn so erwischt hat. Aber gut. Bin ja kein Heiler, ne? Bin DD. Selber schuld, Bruder. Da musst du auch mal für dich selber sorgen, okay? Du kriegst jetzt erstmal einen schönen Feueratem. Roms, Junge. Und die Bombe hier, Scheiterhaufen. Jawoll. Ah, das sieht gut aus. Er wurde gerade weggesnackt von der Oberzibbe. Ja, die hat hier natürlich auch die volle Kontrolle, ne? Wer nicht wissen, was hier alles noch heraufbeschwören kann, wenn das hier schon die ersten Ausläufer sind, ne? Halber Alakir hier. Thron des Donners Raid einfach in der offenen Welt. Hahaha. Scheiße. Käfer Sam mit dem ganzen Jahr. Dankeschön. Vielen Dank. Oh. Das ist wahrlich nicht gut. Aber wir heilen dich, mein Schöner. Bam. Und dann kommst du da wieder raus. Los geht's. Jetzt haben wir gerade den Prog, ne? Dass die Fähigkeiten kostenlos sind. Sehr schön. Hab Dank. Das wäre dann genug. Ich dachte, ich würde euch retten. Trakteur sind wirklich beeindruckend. Jaha. Das Beste von allen Schwärmen. In mir vereint. Kauf noch heute einen Trakteur. Yeah. Da vorn wollen wir uns sammeln. Ah ja. Da steht auch dieser Draconiden-General. Todesmob. Hallöchen. Muss ich um die Traditionsrüstung der Worgung zu bekommen? Ein Schar von 1 bis 60 leveln und danach noch Ruf farmen? Bei den Traditionsrüstungen der alten Völker reicht es meines Wissens nach, wenn du den Ruf hast. Da ist das Level nicht so interessant. Das ist bei den verbündeten Völkern interessant. Ja, da ist das quasi die Challenge. Aber bei den alten Völkern brauchst du meines Wissens nach nur den Ruf. Oh, er trägt hier sogar so einen Verletzten. Oh nein. Gut, dass wir so ein paar kräftigere dabei haben. Sonst hätte ich die irgendwie hinterherziehen müssen mit so einem Seil. Ah, war nochmal gut gegangen, ne? Herrliche Sache. Ich lege mich wieder in die kalte Wanne. Wird mir zu warm am PC. Kann ich verstehen. Domi, gönn dir die Abkühlung. Wusa. Alter Nas. Hi. Wir haben den Schuppen-Kommandantin. Und der sagt, wait. Das ist die Kommandantin. Die sagt, gut, dass ihr es nach draußen geschafft habt. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich fühle mich verloren. Jo, die haben ja jetzt nicht nur ihre Heimat verloren. Sondern auch alles, wofür sie gekämpft haben. Wofür sie erschaffen wurden. Und woraufhin sie auch hinarbeiteten. Das ist einfach alles weg jetzt. Scheiße. Und der Einzige, der helfen kann, ist Furorion. Naja. Bin gespannt. Ui. Schultern haben wir bekommen. Sehr nice. Überragend, Freunde. So ein Ding ist das nämlich. Die finalen Befehle. Wir kriegen noch einen Siegelring der Drachkin. Und dann organisieren wir die Evakuierung. Wild. Der Sturm, der von diesem riesigen Drachen entfesselt wurde, der ist zu stark. Wir müssen evakuieren. Und zwar müssen wir jetzt weg vom einzigen Heim, das wir je hatten. Da ist nicht länger ein Erdwächter, der uns kommandieren könnte. Zum ersten Mal sind wir frei und können unsere eigenen Entscheidungen treffen, um unser eigenes Schicksal zu finden. Egal, wo wir in diesem neuen Zeitalter hingehen, sie hofft, dass wir starke Verbündete finden und denen unsere Geschichte erzählen können. Sie, sie wird hierbleiben und nach Verwundeten suchen, nach Überlebenden. Und währenddessen findet sie vielleicht die Antworten auf Fragen zu ihrer Vergangenheit, die sie jetzt ja so lange schon geplagt haben. Möge das Schicksal uns gewogen sein. Jo, bringt eure Leute raus. Ich bleibe zurück und suche nach Überlebenden. Und Antworten. Nosdormu, der Bronze... Oh! Jo, Kinder von Neltarion, zu mir. Eure Zeit endet nicht heute. Gut, dann habe ich gute Hoffnung, dass wir hier rauskommen. Ehre. Ich unterwerfe mich keinem weiteren Aspekt. Doch, doch, lass uns mal gerade kurz unterwerfen, damit er uns hier rausholt. Okay, danach... Danach könnt ihr dann wieder rumzetern und einen auf... Wir unterwerfen uns keinem machen. Sehr schön. Alle Werns, Evakuierung vorbereiten. Der Aspekt wird euch Deckung geben. Kommt, ich muss mit euch sprechen. Uh. Nosdormu. Jo, eure Zeit endet nicht heute. Was für eine Ansage. Und was für ein cleanes Modell, ne? Was für ein cleanes Modell. Ich muss sagen, das alte Modell von Nosdormu, das fand ich eigentlich schon mega. Das fand ich richtig gut. Aber... Das ist jetzt auch nicht schlecht. Das ist jetzt kein Downgrade, würde ich sagen. Aber es ist schon anders. Es ist so ein bisschen wieder rundgelutschter. Ne? Ein bisschen sauberer poliert und so weiter. Und das alte war ein bisschen... Ich würde sagen, kontrastierter. Kann man das so sagen? Aber sei es drum. Jetzt passt der auf jeden Fall deutlich geiler zu denen auch der anderen. Ne? Und das ist, glaube ich, sowieso am besten. Denn die werden höchstwahrscheinlich ein bisschen häufiger zusammen auftreten. Nosdormu ist zurück. Lang haben wir ihn nicht gesehen. Auch in BFA, als wir in der Herzkammer, ne? Zur Rettung von Azeroth und zur Ermächtigung der Helden die Drachen versammelten, hat Nosdormu eine Vertretung geschickt. Isera konnte natürlich nicht kommen. Isera ist ja schon vorher getötet worden. Die hat ihre Tochter dann gesandt. Und Alexstrasa war da. Kallek war da. Nosdormu hat eine Vertretung geschickt. Und da wussten wir schon, na, Drachen und Zeitwege. Müssen wir ein Auge drauf haben? Und jetzt kommt er also hier, um uns zu retten. Furorion hat da mal ein Taxi organisiert, ja? Sehr, sehr nice. Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Mein Freund, wir befinden uns in einer schlimmen Lage. Eure Generalin wird bald den Rückzug anordnen, wenn sie es noch nicht getan hat. Ich habe Azuratel gebeten, wenigstens seinen Wehren nach Sturmwind zu bringen. Die Allianz kann uns dort im Austausch gegen Unterstützung helfen. Sie ist einer der größten Gruppierungen Sterblicher in Azeroth. Und ich kenne viele ihrer Anführer. Glaubt mir, sie brauchen euch ebenso wie ihr sie. Nice. Furorion. Freunde sind wir. Geil. Nosdormu, wie komme ich zu dir hoch? Soll ich einen Flatterer machen? Kann ich im Moment nicht tun. Kann ich von hier mit dir reden? Warte mal. Sprecht mit Nosdormu. Ich glaube ja. Ich höre ihn ganz leise reden. Aber... Wie rede ich denn mit dir, mein Schöner? Soll ich hier irgendwo hingehen? Zu Ibysian? So? Ich schätze schon, ich soll da rumlaufen. Aber ich wollte halt fliegen, Mann. So sad. Ah, Rufer. Hab Dank für eure zeitige Ankunft. Wie ich bereits zu Glutresch sagte, halte ich die Horde für den richtigen Schlag Sterblicher für ein Treffen mit den Dunkelkrallen. Sie sind derzeit eine der größten Kulturen in Azeroth. Und eine Übereinkunft mit ihnen könnte sehr wichtig für eure Art sein. Ach, guck mal. Sie sprechen auch für die jeweils anderen Fraktionen. Aha. Das ja interessant gemacht wieder. Sehr cool. So, ich laufe jetzt hier hoch in Nosdormu, okay? Damit du auch zufrieden bist. Ey, Erzfeind Treppe, Junge. Schlimmer als IHL. Ich sag's euch. Geht los. Rasages. Auch Nosdormu erinnert sich. Ah, Nosdormu. Schön, dass nicht alle Aspekte ein schlimmes Ende gefunden haben. Noch nicht. Sagt eurer Königin, dass ich sie mir hole. Die Abrechnung des Sturms erwartet alle. Die Befreiung Rasages bedeutet große Gefahr für diese Welt, so wie unser Erwachen große Veränderung heißt. Die Königreiche von Azeroth müssen gewarnt werden. Geht zu ihnen. Auf dem Weg werdet ihr vielleicht euer eigenes Schicksal finden. Forion, Ebisian, die Völker dieser Welt kennen euch, führt die Trakteur auf ihrer Reise. Ja, zeitloser. Nosdormu kommt einfach um Ansage zu machen, oder wie? Nosdormu kam einfach her? Haben wir den Fingern geschnippt, hat gesagt, it's Trakteur time und das war's. Jetzt verpisst er sich. Bester Mitarbeiter. Jo, nicht schlecht. Und da haben wir's wieder auch Nosdormu kennt's hier natürlich, weil diese ganze Storyline, die basiert ja auf diesem ersten Krieg, den die eben hatten. Und darum ist hier eine Menge, Menge uralte Geschichte mit drin verwoben. Sehr krass. Schuppenkommandantin Viridia. Ich weiß, was die Aspekte von uns verlangen, aber die Heilschwingen können sich euch nicht anschließen. Wir haben immer noch Verwundete und diese flügellosen Draconiden sind uns ans Herz gewachsen. Nein, mein Vern fliegt nirgendwo hin. Ich habe vor, den Kanal zu den Dracheninseln zu überqueren. Zahlreiche andere benötigen dort vermutlich noch unsere Hilfe. Danke, dass ihr meinem Volke geholfen habt, Rufer. Nein, ich sollte euren Namen kennen. Grisou. Hab Dank, Grisou. Jawoll, so wollen wir das hören. Wir grüßen zurück. Viridia, ihr könnt mit uns kommen. Entschuldige, meine Liebe, mein Vern bleibt auf den Dracheninseln. Wenn das Schicksal es will, bleiben wir nicht lange getrennt. Klare Himmel und starke Winde, Glutdresch. Und er ist weg. Nice one. War Nostormu nicht tot? Ne, in der Endzeit haben wir Murusont getötet, aber Nostormu an sich nicht. Da hinten können wir nochmal quatschen. Sehr schön aufgebaut auf jeden Fall. Gefällt mir. Rasa Gas? Das ist ein Maschinendrache, die Gas haben es nach Azeroth geschafft. Damn, Mass Effect jetzt auch noch mit drin. Sehr wild. Ich glaube, unsere Kinnlade wäre jetzt weg, wenn Isera da aufgetaucht wäre und nicht Nostormu. Das wäre in der Tat ein unvorhersehbarer Plot gewesen. Das stimmt. Ich freue mich schon auf die korrekte Aussprache, wenn wir dann die Synchro haben von Wern, W-E-Y-R-N, was ja ihre Untergruppierungen, Mini-Schwärme oder wie auch immer bezeichnet. Das ist dann wieder so ein Ding wie Vulpera und Vulpera und so weiter. Ah, Junge, da freue ich mich schon drauf. Wir haben den Schuppenkommandant Sarkarät. Es war unsere Bestimmung, die besten Soldaten der Drachengemeinschaft zu sein. Wir haben unser Leben dem Kampf an Neltarion Seite verschrieben. Unser Leben, Rufer. Und was war den Aspekten unser Eid wert? Nichts. Sie haben uns wie zerbrochenes Spielzeug weggeschmissen. Aber wir sind nicht zerbrochen. Geht weiter. Ergebt weiter, was Nostormu euch gesagt hat. Jo. Sakaräs, mein Wern folgt Furorion zu dieser Stadt namens Sturmwind. Kommt mit uns. Ich habe die Befehle satt. Unser Treue-Eid gegenüber den Drachen wurde gebrochen. Genauso wie Neltarion zersprechen. Die Schwarzschuppen sollen vergessen werden. Wir sind jetzt die Splitterflammen. Wir werden unsere Bestimmung einfordern. Oh damn, da fliegen sie los wie die Heuschrecken beim großen Krabbeln. Lass knattern. Hahaha. Igel, hi. Ja, alles cool bisher. Sehr, sehr nice. Wait, Rüstmeister, hast du was Geiles? Ja, sehr gut. Richtig geiles Zeug dabei. Was hat er noch gesagt? Seine Wut, die pusht ihn immer weiter in Richtung eines dunklen Pfades und erhofft, wir sehen sie eines Tages wieder. Vielleicht nicht als Freunde, aber dafür als Rivalen auf dem Schlachtfeld. Junge, die Drakteur haben jetzt hier auch so eine kleine Zersplitterung untereinander, ne? Interessant. Ibisian erzählte mir von einer Gruppe, die sich die Horde nennt. Er behauptet, sie legen Wert auf Twitch Prime, Ehre und Stärke. Beste Typen. Wenn das stimmt, könnten sie sich uns gegenüber als würdig erweisen. Er sagt, ihr Rat würde von einer Stadt namens Orgrima aus regieren. Sieht aus, als hätten wir einen langen Flug vor uns. Alles klar. Na denn. Da fehlt glaube ich noch ein bisschen Musik. Aber wir sehen noch mal, was wir hinter uns lassen. Ey, das war's. Forbidden Reach. Nice. Verstärkt mit der Magie von Nosdormu werden unsere Helden in die Himmel starten und sie nach Orgrima und Sturmwind begeben, um Allianz und Horde zu warnen und dann joinen sie diesen Fraktionen. Treten denen quasi bei. Ja, Ehre. Hektics, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Ah, guck mal. Da sind wir. Cool. Sehr schönes Startgebiet. Sehr, sehr viel Lore drin. Und was ich eben wirklich geil fand, dass viel von der Lore jetzt nicht versteckt war. Aber wer da eben keinen Bock drauf hat, na, der liest dann nicht jede Wandtafel. Ja, dann lässt der das eben aus und fertig ist die Laube. Und dass diese ganzen wichtigen Themenbereiche, die wir heute immer wieder angesprochen haben, wirklich schön reingepackt wurden und dann sogar greifbar wieder hervorbrechen, das ist halt super geil. Und da sage ich als Story-Fan, ey, geiler geht's nicht, wenn du die Geschichte so zum Anfassen hast, ja. Da kann ich noch 20 Videos machen und irgendwas erzählen, wenn du es einfach spielen kannst und das siehst, ne. Mega. Okay, die Horde hat noch nicht so Bock auf uns, ne. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. virtuelle Verbündete, ja, ich hab vergessen, dass Ebenhorn gern halbe Lebensgeschichte droppt, wenn ich ihn anklicke. Wir lassen die Lore nicht aus, wir lassen sie von dir vorlesen. Damn, das System outribbelt, ne. Not bad. Unsere Ankunft wird nicht unbemerkt bleiben. Gestattet mir mit ihnen zu sprechen, bevor wir eintreten. Ich habe so etwas wie eine gemeinsame Geschichte mit dem Rat. Wir haben später noch genug Zeit, alle vorzustellen. Na dann. Da sind wir. Ein wärmeres Willkommen, als ich befürchtet habe. Schön die Sonne von Durotar noch im Nacken hier. Großartig. Gibt's die WoW-Story eigentlich auch als Buch oder so? Es gibt zahlreiche Bücher. Ja, es gibt eine Trilogie zum Krieg der Ahnen. Es gibt mehrere sogenannte Chronikenbücher, die wie Enzyklopädin sind. Es gibt Comics beziehungsweise Manga-artige Umsetzungen. Es gibt Romane, es gibt Kurzgeschichten. Also die WoW-Story auch in Buchform ist eine sehr, sehr breite Palette. Ja, also da gibt's auch auf der Homepage zum Beispiel Comics, wo man reinlesen kann. Und das ist bunt gestreut, was Vorteile aber auch Nachteile hat. Gerade wenn man damit anfangen möchte. So, Ausflug auf festem Boden. Klasse. Es scheint, als hätten wir ein paar frühere Verbindungen, die uns hier zugutekommen. Ich wende mich an den Bissian und den Rat der Horde. Schaut ihr euch derweil um. Schaut, was dieser Ort zu bieten hat. Schließlich werden wir hier wohl einiges an Zeit verbringen. Kommt anschließend zu uns. Hoffentlich haben wir bis dahin all das langweilige Zeug geklärt. Junge Glutresch hat ja richtig Bock auf diesen Job. Oh mein Gott. Falls ihr aber Lust habt, Freunde, schamlose Eigenwerbung. Meinen YouTube-Kanal findet ihr unter demselben Namen wie hier auf Twitch. Und da habe ich eine sehr gut gefüllte Lore-Playlist, wo ich viel Wissen aus den Büchern mit einbringe und so Analysen zu diesen fetten Cinematic-Trailern und so mache. Wer, wann, warum, mit wem. Falls euch sowas interessiert. und ich habe auch eine Hörbuch-Playlist, wo ich genau diese Geschichten quasi in Audio-Form gieße. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr sehr, sehr gern mal auf YouTube vorbeischauen bei den Playlists und vielleicht ist da was dabei, was euch dann quasi gedanklich juckt. Na, dann kann ich da weiterhelfen. Erkundet Orgrimma. Jawohl. Oh, Meiler? Ach so, wegen Ebenhorn. Ja, haltet ein, Krieger der Horde. Ebenhorn, es ist gut, ein familiäres Gesicht hier zu sehen an diesen Stadttoren, selbst wenn die anderen weniger familiär sind. Schön, dass es euch gut geht, Meiler, aber ich fürchte, die Höflichkeit muss warten. Das, was passiert ist, das wird uns alle betreffen und die Drakteur und ich müssen mit dem Rat der Horde sprechen, weil die Welt geht sonst unter und so. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Soldaten zurück auf eure Posten. Und wir sind die Newcomer, sagt sie. Geil. Und wenn wir sein Vertrauen erspielt haben, dann haben wir das von Meiler genauso in diesem Moment. Mal sehen, was diese Stadt für uns bereithält. Nach diesem langen Flug brauche ich etwas zu essen. Etwas, das satter macht als unsere staubigen Rationen auf der Insel. Junge, imagine, du kommst als Drakteur hier irgendwie zwei Uhr morgens an und dann erstmal Analspiel im Handelschannel. Ey, Mann, haben wir jetzt Talente? Aber das ist alles temporär noch. Das ist aktiv, okay, aber Work in Progress, da kann ich nur gerade umspecken, aber größeren Zugriff haben wir noch nicht, wie es aussieht. Okay, nun gut, dann ist das wohl so. Schön trotzdem. Ist ein Anfang, ne? Wir haben schon mal ein Menü. Geil. Ah, das kommt gleich noch. Okay. Nur fliegen ist leichter. Wie schnell könnt ihr fliegen? Ja, willst du mal sehen? Warte, äh, schweben, ja. Guck mal hier. Ey! Er hat echt reagiert. No way! No way, dass er sich gerade gefreut hat, wie schön ich fliegen kann. Das ist ja super. Und ich kriege die Quest, nur fliegen ist leichter. Gutes Timing. Wie hoch könnt ihr steigen? Drachen gehören nicht hierher. Verlasst unsere Stadtbrut von Todesschwinge. Ist hier jetzt wenigstens auch der Kopf von Nefaria noch ausgestellt? Ihr macht mir keine Angst, Drache. Ja, die sind ein bisschen pisst, ne? Warum haben wir euer Volk nicht schon früher gesehen? Ja, ich hab gebu-butt, Allah. Ich hatte Bubu-Time-Extreme, weißt du? Hier stehen die ganzen Händler, wo man sie ein bisschen eindecken kann. Und das ist der Proto-Fortschrittsverteiler. Das ist bestimmt hier für die Drachen und so, ne? Sehr nice. Ihr macht mir keine Angst. Wie ist es zu fliegen? Ja, einige sind recht interessiert, ne? Gibt es noch andere Städte wie diese? Und keiner antwortet ihm, Mann. Keiner antwortet ihm. Ja, true, der ist Nomi. Hey. Oh mein Gott. Es ist einfach Firelord Nomi. Und das ist der Test-Server-Händler für die ganzen Kochsachen. Alpha Dragonflight Masterchef and Lord of Flame. Oh mein Gott. Hat jemand Hunger? Gott, Bro. Vielleicht Fleisch. Mhm. Entenfleisch. Oh Gott. Ich distanziere mich. Ey, er hat sogar den Hammer. Vergiss nicht zu essen. Oh mein Gott. Alles klar. Danke. Ja. Danke für diesen Gag. Wo soll ich denn zuerst hin? Ich gucke mich einfach um so in der Bank und so weiter oder was? Ja, sieht so aus. Sehr gut. Nekro, hi. Ich werde nie vergessen, was Todesschwinge dieser Stadt angetan hat. Ja, ist so ähnlich wie mit der Geißel eben, ne? Jeder liebt einen guten Schatz. Für die Horde. Wow. Die Goblins sind natürlich auf unserer Seite, weil wir Schätze mitbringen. Ich vertraue dem Drachen nicht. Nicht seit dieser Sache mit Lady Prestor. Ja. Onyxia natürlich unvergessen. In der Bank ist schon mal ganz gut gelaufen, ne? Bei den Portalen oben müsste die Schuppe von Todesschwinge hängen. Das stimmt. Da können wir auch gleich mal noch hinschauen. Äh, wo muss ich noch rein? Da oben oder was? Ins Gasthaus? Oder was ist dieser Punkt da? Ach, die Portale. Ah, die Portale. Okay, da können wir natürlich auch mal hin. Sehr nice, sehr nice. Sollte das UI nicht überarbeitet werden oder kommt das noch? Also, Teile davon haben wir ja schon, ne? Hier Aktionsleisten und so kannst du alles hin und her schieben und basteln und bauen, wie du willst. Aber Lebensleisten und so ein Bumms scheint noch nicht drin zu sein, oder? Ich hab die Option noch nicht gefunden. Drachen greifen die Stadt an schon wieder. Ah. Diese Portale riechen nach der Magie des blauen Drachenschwams. Rookie, hi. Seid ihr auch sicher ein Drache oder nur eine große Echse? Warum haben wir euer Volk nicht schon früher gesehen? Der rennt direkt weg, Mann. Oh, boy. Der Gürtel ist aus Krokilisk. Ich schwöre. Ihr seht viel zu dünn aus für einen Drachen. Was seid ihr? Was seid ihr? Geil, wie sie schwören, dass ihre Gürtel aus Krokilisken sind, Mann. Ja, das ist nicht dein Opa, Bruder, den ich trage. Okay, bitte brate mich nicht. Das ist ja super gemacht. Ey, Mann. Nimmel, Dankeschön für dein Abo. Vielen Dank, vielen Dank. Okay. Dann müssen wir da noch hin. Das ist das Auktionshaus und da drüben Aufruf an die Verbündeten. Na gut, ist vermutlich was anderes, ne? Ey, wow. Ich meine, klar, der Bums wiederholt sich jetzt, ne? Sie haben nicht 10.000 verschiedene Sachen hier irgendwie für die NPCs vorbereitet, aber das, was sie so bringen, ist schon sehr, sehr nice. So. Wie sieht's denn hier aus? Ich wette 12 Gold. Nein, 15. Aber das wollte ich kaufen. Oh. Ihr seht viel zu dünn aus für einen Drachen. Ich vertraue den Drachen nicht. Falls euch der Schwanz abfällt, wächst er nach. Ach, ihr macht mir keine Angst, Drache. Die haben ja wieder Fragen parat. Vor allem auch dieses Ihr seht zu dünn aus für einen Drachen. Sie trollen halt wieder das Community-Feedback, ne? Ey. Danke, Blizzard. Danke für nix, ihr miesen Stinker. Und zur Botschaft. Da muss ich doch hin. Okay. Ist nicht eine andere Quest, sondern da müssen wir tatsächlich einmal dort hoch. Da könnte ich ja jetzt mal eine Runde segeln, oder? Oh, kann ich nicht. Darf ich gar nicht. Siehe da. Könnte ich einer eurer Schuppen haben? Für Herstellungszwecke, versteht sich, ja. Schön Feuer-Resi-Umhang. Man kennt's. Drachen gehören nicht hierher. Da ist eure Klauen da, wo ich sie sehen kann. Ich finde das so super, dass einige total am Haten sind und andere sind total happy, ne? Macht eine Fassrolle. Oh mein Gott. Ja. Alles klar. Die Memes, die sind auf jeden Fall real bei dieser Quest. Ist das schön. Und hier sind wir in der Botschaft. Anscheinend sind wir nicht die einzigen Neuankömmlinge hier. Jo. Das stimmt. Aber das war die Info, oder was? Mehr haben wir nicht. Aufruf an die Verbündeten. Ja, das ist ja eine ganz andere Quest, ne? Erfahrt mehr über potenzielle Verbündete. Das ist doch für verbündete Völker eben. Naja, da stehen jetzt auch Drachen mit rum, ne? Sehr gut. Warum kann ich nicht fliegen? Vermutlich, damit die keine Angst haben, ne? Sonst würden die mich gleich vom Himmel runterschießen, Alter. Ausflug auf festem Boden. Oh. Wir müssen sogar zu der Schuppe, oder was? So viel zu sehen und zu riechen. Ja, das ist immer eine Wohltat in Orgrimmar, ne? Absolut. Bin ich denn ein bisschen schneller, wenn ich so mich bewege? Hui. Kurz mal die Stadt nebenbei und Schutt und Asche legen. Let's go. Wieso nicht, oder? Was kostet die Welt? Da steht ein nackter Panda. Okay. Cool. Bruder, was machst du so in der Alpha? Ja, ich teste Trakteur und du so, ja, ich spiel einen nackten Panda. Ey, das ist Trap. Yo, den haben wir vorhin schon gesehen. Nice one. Aber er erinnert sich bestimmt nicht mehr an mich. Ich winke ihm mal. Huhu. Na, Trap. Was geht, Bro? Wir waren vorhin gemeinsam und so am Start, ne? Ey, er jubelt. Ja, Mann. Ja, Mann. Sehr, sehr gut. Mansionform haben wir noch nicht. Die kommt jetzt gleich erst, damit wir den Leuten nicht mehr so viel Angst einjagen. Ehre. Trap ist mit uns einfach gleichzeitig angekommen. Ich dachte immer, ich bin der langsamste Spielermann, weil ich immer stehen bleibe und alles lese und so, aber Trap ist einfach, äh, gut, er holt jetzt da erst mal fliegen. Er ist noch langsamer. Was für eine Legende. Kennt ihr Alex Strasser, hat einer gefragt. Der verdammte Fanboy. Was essen Drachen überhaupt? Ich liebe eure Schuppen. Nice. Es hat IRL noch keiner zu mir gesagt, Mann, wenn ich meine Haare geschüttelt habe. Ich prangere das an, dass Drachen so bevorzugt werden. Meine Schuppen sind auch wunderschön, okay? Schmecken vielleicht nicht so gut, aber man könnte sich ja auch mal zusammenreißen, so. Wir gehen wirklich zu der Schuppe, ey, scheiße. Da stehen alle. Yo. Da stehen alle, nämlich Bane und Myla. Okay, ich hab nur Bane gesehen und dachte, hier ist jetzt die Mega-Versammlung. aber nein. Herr Bluetooth, was geht? Aber wie war das Essen? Danke, Glutresch. Ja, können wir nicht wen anders hier für die Diplomatie einsetzen? Wie war das Essen? Danke. Vielen Dank. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut. Und wir kriegen eine Einladung, das ist schön. Gut, euch wieder zu sehen, Grisou. Ich hoffe, eure Erforschung von Orgrimal war lohnenswert. Es ist eine Stadt gebildet, gebildet vor allem, gebaut, ja, auf den Werten der Horde natürlich, ne? Ich habe mit dem Rat der Horde gesprochen und sie haben akzeptiert, was die Aspekte von den Dracheninseln eben erzählt haben, ne? Und die Einladung, die ausgesprochen wurde und so. Durch die Aspekte sind wir natürlich mit einem kleinen Willkommensbonus hierher gekommen, ja? Weil wenn wir aufmucklein, sagen wir, ey, Nosdormu hat aber gesagt. Und ich bin schon begeistert, weil Bane steht. Bane ist nicht nur am Sitzen irgendwie in Oribos, sondern er steht, ja, er repräsentiert die Horde. Das ist schon mal nett. Wir müssen uns jetzt natürlich vorbereiten und das soll zügig gehen und dann sprechen wir mit den anderen. Jo. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armeen. Machen wir. Oh, wir haben wieder keine Cutscene bekommen. Okay, das wäre jetzt das Gespräch gewesen. Steht der Captain wieder irgendwo, der uns erzählt, was passiert ist? Sieht nicht so aus, ne? Jo. Das ist ja sad. Captain, wo versteckst du dich? Wenn ich weiß, welchen Captain ich suche, vorhin hatten wir das, da war auch so eine Cutscene übersprungen worden und dann stellen sie ganz gerne so einen Kapitän hin. So Captain später Einsicht und mit dem kann man quatschen und der erzählt dann, was in der Cutscene passiert ist. Aber maybe war das einfach nicht spannend genug, was da passierte, Mann. Ich wusste, ihr würdet kommen. Schön erstmal 10 Stunden Cutscene mit so diplomatischem Gesabbel, ne? Oh, boy. Okay, es ist mehr zu tun und es gibt deutlich mehr als nur das, was wir von den Dracheninseln gesehen haben. Und all diese Wunder erwarten uns natürlich, ne? Wir wollen das entdecken mit der Horde für die Horde. Dieser Krieg wird von Champions geschieden, nicht von allen. Aha, Antlitz bekommen wir jetzt. Oh, vielleicht sogar ein Cinematic. Das wäre natürlich auch fett. Vielleicht ist auch so spannend, dass sie gar nichts spoilern wollen. Auch möglich, ja? Imagine wäre so ein Cut gewesen und alle sind tot. So, ja, top. Einfach weiterquesten. Ein ikonischer wie drakonischer Anblick. Die Leute dieser Welt hatten im Laufe der Jahrhunderte durchwachsene Beziehungen zu den Drachen. Eine Erscheinung, die ihnen eher vertraut ist, könnte helfen, die Wogen dieser wechselhaften Zeiten zu glätten. Damit fühlen sich alle etwas wohler bei der Sache. Als draconische Kreatur ruht die Fähigkeit, eine Antlitzgestalt anzunehmen bereits in euch. Wir müssen sie nur zum Vorschein bringen. Okay? Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. Ihre. Dieser Krieg wird von Champions entschieden. Okay, er wird mich anleiten, so gut er kann. Und dieses Antlitz ist eben eine Expression davon, wie wir von anderen gesehen werden wollen. Ja, er sagt, es ist eine persönliche Entscheidung, die nur man selbst machen kann. Und er erklärt eben seine Taurenentscheidung, Entscheidung, Erscheinung, beides irgendwie damit, dass er eben bei den Hochbergtauren gelebt hat, ja, und da er untertauchte. Aber meine Entscheidung wird meine allein sein. Das ist dasselbe wie mit der Magie in mir. Ich soll in mich reinschauen, soll mich fokussieren und dann wird die Form das reflektieren, was ich eben haben möchte, wie ich von der Welt gesehen werden will. Antlitzgestalt. So. Nice. Da bin ich. Ey. Fancy. Und der Schnauzer ist auch dran geblieben. Absolute Ehre. Ja, wenn ich jetzt ein Gnom geworden wäre, wäre schwierig geworden in OG, ne? Aber so. Ey. Nice. One. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Schicki, schicki. Ich wusste, ihr würdet kommen. Oh, das ist euch viel leichter gelungen, als ich erwartet hatte. Wappenrock des ermutigten Draktür. Schön. Da haben wir es durch. Draktür erwachet. Danke. Sie haben den Erfolg wirklich so genannt. Ohne Simmer mit Wappenrock. Ihr habt vier zusätzliche Rucksackplätze erhalten. Dankeschön. Ich freue mich voll. Cool, cool. Habe ich jetzt Talente? Aktiv. Oh ja. Oh. Ja. Da sind sie tatsächlich. PvP ist hier unten gleich geblieben, ne? PvP, ich meine gut, ist jetzt natürlich komplett neu. Mit den ganzen Talenten für die Draktür. Aber hier haben wir jetzt auch die Auswahl, ne? Einmal die normalen Ruferpunkte und einmal dann die Punkte für unseren Speck. Okay. Kann ich jetzt fliegen? Frage für einen Freund, bevor wir das angucken. Ja, kann ich. Nice. Okay, schön in OG rumdiven, Alter. Hui. Absolute Ehre. Oder in Donnerfels, ne? Schön von der Klippe springen. Ja, das ist schon sehr geil. Vor allem kann man hier so richtig schön runterdiven, Junge. Rums und einmal den Schwung mitgenommen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Kannst du als Drache auch auf Mounts? Ich schätze mal, wenn ich jetzt aufmaunte, dann nehme ich meine Menschengestalt, oder? Ich meine, wir können das testen. Ne, können wir nicht. Ach, weil ich reiten lernen muss. Na toll. Jetzt bin ich hier hochgeflogen. Jetzt bin ich hier hochgeflogen und muss reiten lernen. Ja, geh, geh. Also, das finden wir gleich raus. Aber ich muss erst einmal zurückrennen. Fliegen wir nach Donnerfels? Wie lange das dauert? Ja, aber imagine, ich verkack da dann und dann stehen wir mitten im Brachland so mit einem Draktür. Damn. Ob das in Silbermond geht? Bestimmt nicht. Der Hauptgrund, dass das in Silbermond nicht geht, ist ja einfach, dass die Stadt, oh, kurz Angst gehabt, dass die Stadt nie fürs Fliegen designt war, ne? Und deswegen von oben einfach die ganzen Dächer und so teilweise gar nicht vorhanden sind. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da auch einen schönen Deckel drauf gemacht haben, ja? Und sich dachten, nee, nee. So schon mal nicht, Freunde. So schon mal gar nicht. So, und jetzt sie lieben dich in der OG wieder alle. Ich würde es ja cool finden als Mechanik, wenn du dir erst das Vertrauen der Bewohner erarbeiten müsstest, aber das würde wohl den Rahmen sprengen. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, ein Großteil der Spieler würde das nicht so cool finden, dass man sich dann erst mal die ganzen Hordenfraktionen wirklich ruftechnisch erarbeiten muss, ja? Das denke ich auch. An sich eine nette Idee, ja, aber rein Gameplay-technisch, mhm, glaube ich, einige werden sagen, halt, stopp, ne? Bitte helfen Sie mir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Auch so typische Dialoge von WoW-Spielern, die kein Nicht-Gamer mitbekommen darf. Erst mal von der Klippe springen, geil, ja, let's go. Muss man immer aufpassen, ne? Wo man gerade steht, in welchem Kontext. Ansonsten schwierig, da bin ich ganz bei dir. Ja, hätte ich mal vorhin auf Trap gehört, ne? Der ist ja gleich hier das ganze Lernen gegangen. Jo. Lass es mal sehen, ihr möchtet ja bitte alles einmal lernen. So, wunderbar. Und jetzt wollten wir einmal testen, wie das aussieht, wenn ich jetzt aufmaunte. Dann, nein, ich bleibe Drache. Drache auf Drache. Das ist ja wild, ey. Wo ist denn hier einer von den neuen Drachen? Der hier, der ist doch komplett neu. Ah, der geht aber auch nur auf den Dracheninsel, ne? Das sind die Dragon-Riding-Tierchen hier. Ah, okay. Okay, okay. Dann nehme ich den grünen, der passt zu mir. So. Tantchen, wo fliegen wir heute hin? Wo fliegen wir heute hin? Junge, ja, wenn man Bock hat, dann geht das auch so, ne? Dann kann man tatsächlich auch ganz normal rumfliegen. Ausgezeichnet. Okay. Wir wollten uns aber gerade noch die Talente angucken. Und maybe, maybe finden wir da noch ein bisschen was Schönes. Mal sehen. Das wechselt beim Mount automatisch in die Antlitzgestalt, dachte ich. Dachte ich auch. Dachte ich auch. Ist es ein Bug? Ist es ein Feature? Man weiß es nicht. Das haben die geändert mit dem Drachen. Okay. Gucke da. Alles ist stets im Wandel, ne? So, hier oben haben wir schon Punkte reingebuttert. Desintegration wird 20% schneller kanalisiert. Obsidian-Schuppen. Verstärkt eure Schuppen, was eure Rüstung um 200% erhöht und euren erlittenen Magieschaden um 20%. Tät 12 Sekunden lang an. Aha. Und entgiften. Jee. Na, das kill ich nicht, Lull. Und hier haben wir auch unterdrücken. Okay, also das ist standardmäßig schon mal fest. Das ist auch ganz nett, weil einen Kick sollten wir, glaube ich, schon haben. Gebirgsschmied. Verringert die Abklingzeit von Erdrutsch um 30 Sekunden und hält 200% mehr Schaden aus, bevor der Effekt bricht. Das klingt eher nach PvP. Ich gehe mal hier drüben rein. Ja. Rückruf. Ihr könnt tiefer Atem innerhalb von 3 Sekunden nach der Landung erneut aktivieren, um durch die Zeit zurück zu eurem Ausgangsort zu reisen. Wow. Das ist ja ultra stark. Und hier haben wir zwei zur Auswahl. Einmal umhauender Feger. Die Abklingzeit von Schwanzfeger ist um 45 Sekunden verringert. Und verringert die Abklingzeit von Flügelstoß um 45 Sekunden. Boah, ich finde beides sehr stark, aber ich glaube, Schwanzfeger als Knock-Up beziehungsweise Stun ist insgesamt interessanter. Der ist glaube ich universal nützlicher. Ich meine gut, mit dem Wind kann man auch sagen, wenn irgendwas in einer blutigen Pfütze steht oder so, ja. Oder im PvP natürlich schön vom Sägewerk in Arati rums. Das geht auch, ja. Absolut. So, ich muss aber noch mehr Punkte reinbuttern. Hier oben nehmen wir den Dev-CD mit. Eure blauen Schadenszauber verringern die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels für 3 Sekunden lang um 50%. Das ist aber nicht ohne. Lebende Flamme verursacht mehr Schaden und Heilung. Abklingzeit vom Dev-CD wird verringert. Nö, wir gehen erstmal weiter. War? Wir gehen erstmal weiter. Gebrüll des Freudentau Die erfolgreiche Unterbrechung eines Gegners durch Unterdrücken erzeugt eine Essenz. Nicht schlecht. Euer verursachter Magieschaden wird erhöht. Ja, geil. Dann können wir hier gleich weiter zu Schmelzofen. Der sofortige Schaden von Feueratem um 10% erhöht. Ausdauer um 2% erhöhen Zeitdruck. 2 Minuten CD. Komprimiert die Zeit um euren nächsten ermächtigten Zauber sofort mit maximaler Ermächtigungsstufe einzusetzen. Oh, wow. Das ist ja ultra strong. Vor allem wenn du irgendwie geile Procs hast von deinem Schmuck oder so und dann kombinierst du da zweimal hintereinander einen voll aufgeladenen Feueratem quasi mit rein. Also innerhalb der Wirkungsdauer weil du dann nicht nochmal komplett Position checken musst und so ist die Chance ja viel höher dass du das dann so on the run einfach raus bekommst. Das ist schon cool. Das ist sehr sehr cool. Nehmen wir mit. Schweben hält länger an, Magieschaden verringert Ausdauer erhöhen Ich geh mal hier in den Schaden noch rein von Feueratem Nehme ich hier oben was mit Kauderisierende Flamme Kauderisiert die Wunde eines Verbündeten Entfernt sämtliche Blutungsgift Fluch und Krankheitseffekte und heilt beim Entfernen von Effekten fast um 5000 Gesundheit Natürlich auch nicht schlecht Retten Fliegt zu einem Verbündeten und heilt ihn Speichert 20% eurer effektiven Heilungen bis zu 8000 Euer nächster Einsatz von lebende Flamme der Schaden verursacht Verbraucht sämtliche gespeicherte Heilungen um den verursachten Schaden zu erhöhen Junge brauchst ja halbes Studium für die Fähigkeiten hier Holla Wegen dem Aufmauten gerade Entsprechend gab es schon Vorschläge Bug Reports und Ideen aus der Alpha Community Die Entwickler haben jetzt reagiert und enthüllt welche Änderungen deswegen in die Alpha kommen Deutlicher wird es bei Plänen zum Antlitz der menschlichen Formen der Trakteur im nächsten Alpha Build Update werden da werden Trakteuren nicht mehr zu ihrem Antlitz wechseln wenn sie auf ein Reittier steigen oder Flugmeisterdienste nutzen naja da haben wir es nochmal zusammengefasst Dankeschön Tevte Fahe macht der Rufer Spaß bisher auf jeden Fall weiß aber nicht wie es aussieht wenn man da noch dieper reingeht außerdem werden sie über eine neue Volksfähigkeit namens auserwählte Identität verfügen diese kann man Antlitz zu verwenden wenn man den Kampf verlässt oder nach dem Trakteur Flugmanöver die auserwählte Identität bleibt eingeschalten bis sie manuell deaktiviert wird das ist denke ich auch ganz nett was das betrifft schön dass sie da so ein bisschen rumzaubern ist denke ich eine gute Sache lebende Flamme mehr Schaden mehr Heilung schweben erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit in den ersten 4 Sekunden um 70% ja aber dass sie schon so ein bisschen mehr auf Heilung gehen also die rechte Seite die feiere ich gerade sehr bedingt das ist immer irgendwie Heilung 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 ja deswegen bleiben wir glaube ich hier drüben Ausdauer erhöhen solange eure Gesundheit über 75% liegt ist die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht aha aber möglicherweise sehe ich mich eher beim Schweben Quell der Magie wäre noch ein CD leitet eure überschüssige Magie 30 Minuten lang auf einen verbündeten Heiler um wenn ihr einen ermächtigten Zauber einsetzt stellt ihr pro Ermächtigungsstufe 0,5% des maximalen Manas wieder her oh boy wow das das ist fucking stark jo was da zusammenkommt das ist ja fucking Pflicht alter im Raid Heilermahner wiederherstellen über maximale Ermächtigungsstufen vor allem noch mehr die du ja sowieso haben willst das ist big jo wird sich gegönnt ähm ich brauche noch 4 Punkte wo knalle ich die rein hier noch in die Ausdauer oder hier das mit dem Unterbrechen na ich nehme den verlängerten Flug einfach wenn ihr euch mit lebende Flamme heilt wird die Zauberzeit beim nächsten Einsatz von lebende Flamme um 40% verringert ja das wird ja auch ganz nett beim Quessen oder im PvP aber sonst weiß ich nicht Vannel 38 Monate vielen Dank Dankeschön ist schwierig gerade ich glaube ich nehme hier einfach mehr Schaden und Heilung noch mit ja und dann haben wir die letzte Reihe was haben wir da zunichte machen zerreißt die schützende Magie eines Gegners und fügt Absorptionsschilden 6700 Zauberfrostschaden zu Boy mhm ausgefahrene Krallen Azurstoß fügt einem zusätzlichen Gegnerschaden zu tyrannisierendes Brüllen 2 Minuten CD entfesselt ein markerschütterndes Brüllen auf Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor euch und erhöht 10 Sekunden lang die Dauer von Kontrollverlust Effekten bei diesen Gegnern um 50% Wow zusätzliche Aufladung sehr cool sehr cool was sind denn die Endtalente tiefer Atem betäubt Gegner für 3 Sekunden das ist fett Zeitspirale gründ die Zeit so dass ihr und eure Verbündeten in den nächsten 10 Sekunden einmal eure wichtige Bewegungsfähigkeit einsetzen könnt auch wenn diese von ihrer Abklingzeit betroffen ist damn ja das passt ja zu den Bronzenen sehr interessant dass wir die gemünzt haben also die Bronzenen auf diese Movement Fähigkeiten so ähnlich ist ja unser Buff eben auch drauf und C4 befördert Mitglieder eurer Gruppe innerhalb von 25 Metern mit einem Aufwind in die Lüfte verringert den durch Flächenangriffe erlittenen Schaden um 20% und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30% Yo was in die Lüfte und verringert dann den erlittenen Flächenschaden Yo das ist ja über sick was die für CDs haben wow okay das ist krass hier haben wir springende Flamme da würde unser Feueratem dafür sorgen dass die lebende Flamme dann ein Zusatzziel trifft ist halt auch so stark ne ich glaube ich würde erstmal das hier nehmen und hier runter gehen das klingt gerade erstmal am am simpelsten ja und momentan komme ich da ja eh nicht noch runter ne Zwillingswächter Fly with me also flieg mit mir beschützt mich und den Verbündeten den ich trage und da gibt es noch so ein Schild ne ein schönes Schild oben drauf oder komme ich da noch ran ich komme noch ran wow okay ja das ist sick das ist sick und wie viel schon übersetzt war ne für eine Alpha wollte ich nur mal anmerken wenn du bei anderen Games in der Alpha bist dann wäre unser Draktür so eine graue Säule auf der Draktür steht ne damit sie nicht vergessen das später einzufügen und hier sind fucking die Talente schon mal eingedeutscht ey mega okay das war die linke Seite wollen wir ein bisschen Animation checken bevor wir mit der rechten Seite weitermachen ich würde sagen ja Tigerauge vielen Dank für die Bits und Granack 20 Monate ne 20 Monate Dankeschön vielen Dank so wir hatten hier Zeitdruck das war das Komprimieren der Zeit damit der nächste Zauber direkt ready ist das heißt wenn ich den drücke ja haben wir so pulsierenden Sand und der bleibt auch aktiv also netterweise haben wir durch die Fähigkeit keinen Zeitdruck das finde ich schon mal sehr sympathisch und dann könnte ich jetzt sagen Rums den Atem sofort auf höchster Intensität sehr sehr nice gerade wenn man ein bisschen kiten muss oder so ne ist das schon durchaus nett dann haben wir hier den Def CD Obsidian Schuppen ja okay wir rauchen so ein bisschen ne wir haben uns jetzt quasi dem schwarzen Drachenschwarm verschieben und die haben ja ein bisschen mit Feuer und Co zu tun schicke Animation wir hatten Quell der Magie das war wo ich es auf dem Verbündeten umleite ne da müsste ich jetzt hier mal wieder runterfliegen gerade oh vielleicht finden wir einen um das mal anzugucken haben wir eine Prüfung bestanden Daywalker Glückwunsch dickes geht's das ist doch der wahre Loot den wir haben wollen oder freut mich freut mich zu hören Wikinia was geht okay wir haben C4 noch ah ja und dann können alle so ein bisschen in der Luft rumhängen das sah ja auch sehr cool aus wie wir die Energien so bündeln kann ich jetzt irgendwie gerade mal buffen ungültiges Ziel scheiße muss in meiner Gruppe sein ne ja okay nicht so tragisch und flieg mit mir ich denke da kann ich jetzt auch kein Random mitnehmen wie geil wär das wie geil wär's wenn ich mir Random einschnappen könnte und dann fliegen wir da rüber ne aber theoretisch wär das so ne ich kann jetzt hier irgendwie einen Zielort bestimmen und dann würde ich mir quasi einen greifen aber ist ja keiner da na gut so viel zu diesen Animationen ob Zeitdruck auf dem Global Cooldown liegt müssen wir gleich mal gucken noch 27 Sekunden Cooldown dann können wir das auf jeden Fall mal testen und dann gehen wir in den rechten Baum rein ne das war jetzt nur der generelle Klassenbaum und das heißt wir haben jetzt noch den Spezialisierungsbaum wo dann die Verheerungstalente drin sind mal sehen Sansomelia hi fängt an zu regnen bei dir drücke ich die Daumen dass es irgendwie nicht nur schwül wird oder so ne das geht ja auch dann ganz schnell okay ähm was würg ich denn was würg ich denn ich brauch ein Ziel mhm hatten wir hier nicht irgendwelche Käfer oder so wobei ich kann ja heilen warte mal ich kann ja heilen ne ist es nicht ist es nicht nö kann man quasi zwischenballern wenn man möchte wir sehen die paar Fähigkeiten die nicht betroffen sind in den Leisten und Zeitdruck ist wie es aussieht nicht dabei nice okay haben wir das auch gesehen gut dann haben wir noch Verheerungspunkte Scheiterhaufen das war dieser Feuerball den wir auskotzen und wenn er einschlägt gibt es auch ein bisschen AOE Schaden ja wir haben dann hier automatisch drin die Rubin Essenz Explosion das war das lebende Flamme eine Chance von 20% hat Fähigkeiten wie Scheiterhaufen keine Essenz kosten zu lassen also ist dann quasi kostenlos ne wie dann beim Demolock da haben wir ja auch so ähnliche Mechaniken ne wenn da gut was prockt Junge erstmal raus scheppern ja ohne dass wir irgendwie Zauberzeiten haben oder whatever dann ist sie so ähnlich nur eben mit den Kosten die da schön wegprocken können aber wir haben auch eine Azur Essenz Explosion Azur Stoß hat eine Chance von 15% eine Essenz Explosion zu verursachen die durch die eurer nächsten ne warte was zu verursachen durch die euer nächster Einsatz von Desintegration Scheiterhaufen oder geladener Schlag keine Essenz kostet ist quasi dasselbe nur dass wir dann weniger aufs Feuern gehen als vielmehr auf diesen Azur Stoß den wir dann nach vorne projizieren auf bis zu drei Gegner ne Interessant ist erstmal die Frage ob man beides mitnimmt oder ob es Sinn macht sich auf eins zu spezialisieren wir hätten hier dann Scheiterhaufen hat eine Chance von 15% aufzulodern und bei einem Ziel in der Nähe erneut zu explodieren sehr stark 30% sind nicht wenig Desintegration verursacht mehr Schaden und tiefer Atem würde mehr Schaden machen man will einfach alles mitnehmen es sind alles einfach nice Perks verdichtete Energie verringert die Essenzkosten von Scheiterhaufen um eins oh das ist natürlich stark jetzt ist die Frage nehme ich hier die Chance mit für die anderen Procs ich weiß nicht ich weiß nicht oder gehe ich hier lieber runter Essenzexplosion ist zweimal stapelbar Junge dann nehmen wir das lieber mit scheiß auf die Azur-Clown die ignorieren wir einfach Fähigkeit rausgebotet Rubin-Affinität rote Zauber verursachen 5% mehr Schaden und Heilung ah gucke das meinte ich eben werden wir uns hier so ein bisschen spezialisieren oder werden wir das beides verschmelzen und man kann sie auf jeden Fall sehr zügig spezialisieren und den blauen Bums dann fast rausschmeichen rausschmeißen blaue Zauber verursachen 5% mehr Schaden dann war das ganz gut das oben auszulassen in der Mitte aber haben wir Drachenwut 2 Minuten CD lässt drakonischen Zorn aus euch ausbrechen sodass durch euren Atem Scheiterhaufen durch euren Atem Scheiterhaufen bei 3 Gegnern innerhalb von 25 Metern auflodern ah die Chance dass Essenzexplosion ausgelöst wird ist 14 Sekunden lang auf 100% erhöht ok das heißt durch unseren Atem aktivieren wir Scheiterhaufen und dann wird auch noch Essenzexplosion garantiert ausgelöst das ist natürlich schon sehr fett damn wir sind bei Pokémon ganz genau Mattel hi Drachenwut Junge nehmen wir mal mit kann ich das schon runterziehen oder ah ja muss ich nicht mal bestätigen sehr gut kann ich schon reinballern die Ermächtigung von Zaubern erhöht eure Essenz Regenerationsrate um 50% hält pro Ermächtigungsstufe 2 Sekunden länger an boah das ist ja schon eigentlich Pflicht Animosität Drachenwut hält 6 Sekunden länger an bevorstehende Zerstörung Ermächtigte Zauber erreichen das Maximum in 20% weniger Zeit Bruder das ist doch so geil gerade alles Scheiße das ist halt nur nice Rote Zauber verursachen mehr Schaden und Heilung nehmen wir auch mit ok was wäre hier drüben Ewigkeitswoge konzentriert eure Energien und setzt eine Salve purer Magie die einem Gegner 5100 Zauberfrost Schaden zufügt natürlich dann auch verstärkt und ermächtigt bei den blauen Zaubern so wie wir es jetzt bei den roten haben ok was haben wir hier zur Auswahl packende Lohe lebende Flamme verursacht 40% mehr Schaden und Heilung aber die Zauberzeit ist um 0,5 Sekunden erhöht oder Rubinglut lebende Flamme fügt Gegnern 300 Schaden im Verlauf von 12 Sekunden zu oder heilt Verbündete bis zu 3 mal stapelbar oh boy ok ich wollte gerade sagen 300 klingt nicht so viel aber dann sind wir schon über 1000 na ja das klingt beides sehr lecker ich meine 40% mehr Schaden für eine halbe Sekunde ist not bad aber was bringt dir der Scheiß wenn die halbe Sekunde dann bei vielen Movement Geschichten dazu führt dass du den Zauber nicht mehr durchbekommen dann könnte so ein Dot der so ein bisschen tickt interessanter sein bin ich gerade größerer Freund von muss ich gestehen was haben wir hier unser Kick Cooldown ist das glaube ich ne der ist reduziert um 20 Sekunden maximale Essenz auf 6 erhöhen klingt sehr nice Feuersturm Alter Glurak ist am Start Leute 20 Sekunden Abklingzeit eine Explosion bombardiert den Zielbereich mit weißer Glut die Gegner an fast 2000 Feuerschaden im Verlauf von 12 Sekunden zufüllen holy shit würde ja sowas von mitgenommen Junge dann haben wir kaskadierende Macht Essenzexplosion hat eine Chance von 10% nicht verbraucht zu werden wir haben den Quell der Magie die maximale Stufe eurer ermächtigten Zauber ist um 1 erhöht jo was und jetzt habe ich noch einen Punkt tja den werde ich hier nicht loswerden war was wäre da drüben geladener Schlag 2 Essenz 18 Sekunden Cooldown lässt einen Blitz konzentrierter Macht aus eurem Schlund strömen und verursacht fast 2000 Schaden Azur Stoß erhöht den Schaden von geladener Schlag 4 Sekunden lang um 100% bis zu zweimal stapelbar das ist ja auch geisteskrank dann aufeinander aufgebaut ich hatte gerade das Gefühl dass der blaue Baum so ein bisschen abstinkt weil diese Azur Stöße die sind vom Schaden ja auch eher verhalten gewesen wenn wir nicht gerade ein paar Eds weggepfeffert haben ja und deswegen hatte ich ein bisschen Schiss aber ne das wird ja sowas von verstärkt Junge 200% können das dann sein alter Keldan hi außerdem außerdem haben wir zur Auswahl Kausalität Essenzfähigkeiten verringern die verbleibende Abgelinkzeit von Ewigkeitswurge um eine Sekunde und kritische Treffer mit Ewigkeitswurge gewähren euch Essenzexplosionen auch sehr nett mehr Krit Leute aus meinem Schlund kommen auch manchmal Blitze ja gerade wenn es so warm ist da bleibt das nicht aus okay ein Punkt tja hier drüben wäre sinnfrei oder blaue Zauber darum gehen wir mal hier in den Kick mit rein muss ich mich nur noch mal richtig hinsetzen hier alla so bin schon wieder zusammengesackt hier wie so ein Traktürgegner der vom Feuersturm getroffen wurde Blitzfeuer lebende Flamme hat eine Chance von 12% die Abklingzeit von Feuersturm abzuschließen sowie den nächsten Einsatz zu einem Spontanzauber werden zu lassen der 40% mehr Schaden verursacht Junge einfach vom Stuhl geschmolzen ist so sehr lecker auch die Flamme nähren Scheiterhaufen verringert die verbleibende Abklingzeit von Feueratem um 2 Sekunden muss man natürlich aufpassen dass man jetzt nicht durcheinander kommt Feuersturm Feueratem Feuer deine Mutter das ist eine ganze Menge Hitzewelle fühle ich Feueratem verursacht 20% mehr regelmäßigen Schaden auch sehr fett da sind wir dann bei 40 weil 0 von 2 feuriger Schub wäre dann noch drin wir kriegen ja nicht alles ausgeskillt Feueratem verringert die Zauberzeit von lebende Flamme 4 was 4 lang um 4% Sekunde das ist noch ein bisschen kryptisch hier geschrieben aber das nehmen wir mit und hätten dann das Endtalent ewig lodernde Flamme Pyre und Living Flame die verringern die Dauer vom Feueratem oh man kann den Dot verlängern mit den anderen Feuerfähigkeiten oh wow das ist natürlich auch stark das ist auch sehr sehr stark ok krass das wäre jetzt erstmal so die Skillung die ich jetzt genommen hätte schön feurig auf jeden Fall cool und dann können wir mit den weiteren Punkten hier quasi rüber gehen so ein bisschen in die Mitte das wäre wieder Schaden von Azur Stoß pushen das ist irgendwie die Möglichkeit zweimal zu treffen das ist auch ganz nett geladener Schlag hat eine Abklingzeit äh hat eine Chance von 40% seiner eigenen Abklingzeit sofort abzuschließen oder geladener Schlag verursacht 10% mehr Schaden und trifft zwei Gegner mehr auch sehr lecker Gamehead dann haben wir hier Ruin deren tiefer Atem und Drachenwut aktiv sind profitiert hier unabhängig von der Gesundheit des Ziels maximal von Meisterschaft Riesentöter oh boy und das war ja dass wir zielen mit hoher Gesundheit mehr Schaden zu fügen ne Junge und wenn wir da unsere CDs richtig timen boy dann buffen wir uns quasi allein über unsere Meisterschaft sogar in der Execute Phase oder so wo die dann nicht mehr so knallen dürfte Mitchell hi und daraus resultiert dann Tyrannei als Passivtalent mit zwei mit zwei möglichen Punkten Feueratem und Ewigkeitswoge verringern die verbleibende Abklingzeit von tiefer Atem und Drachenwut pro Ermächtigungsstufe um eine Sekunde dann sicherlich zwei Sekunden klingt erstmal wenig summiert sich aber natürlich sehr heftig auf und hier drüben dann müsst ihr ja jetzt für den blauen Baum sein Desintegration erhöht euren verursachten Schaden gegen das Ziel vier Sekunden lang um fünf Prozent und schillern jedes Mal wenn Desintegration Schaden verursacht besteht eine Chance von sechs Prozent Ewigkeitswoge mit Stufe eins gegen euer Ziel einzusetzen ja ist schon krass ne wie sich das aufsummiert boy habt den blauen Baum auf jeden Fall unterschätzt aber Feuer ist trotzdem geiler so jetzt zeig mal Animationen hier Feuersturm geht los oh yo das ist lecker wow so hab ich's mir definitiv nicht vorgestellt aber sehr sehr geil da kann der Blizzard aber einpacken vom Mage Junge und Drachenwut drakonischer Zorn ja ok wir funkeln so ein bisschen ne wir funkeln bam Junge Feuersturm ne Rums cool sehr sehr coole Nummer big fan auf jeden Fall von den Talenten und top Ebayer gerne wieder würde ich sagen so würde ich meinen auf jeden Fall skillen ja nice ok Leute das zum Traktur haben wir das auch mal gesehen ich bin definitiv noch nicht fit was jetzt irgendwie Prio Liste und Co angeht ne ich bin mir auch noch nicht sicher ob man dann jetzt wenn man die rote skillung nimmt das blaue Zeug komplett rauspfeffert oder ob man das dann je nach Situation doch noch in greifbarer Nähe hat weil wir haben jetzt ja abgesehen von unserem CD Zeitdruck haben wir ja doch viele Fähigkeiten die vor allem mit den Cars aufeinander aufbauen und wenn wir dann mal laufintensive Phasen haben dann könnte man natürlich wenigstens mit diesem Azurstoß beim Laufen überbrücken ne und das könnte deswegen noch sinnig sein das irgendwie zumindest im Blickfeld zu behalten ja ah ja und man kann die Talente jetzt auch speichern hier und posten und teilen ne ganz genau also das geht mittlerweile auch mit diesem Interface jo das ist im Grunde wie mit dem T-Mog ne wenn ihr eure T-Mogs manchmal gespeichert habt habt ihr ja auch so einen Reiter und dann gebt ihr dem Namen meinen nenne ich jetzt Huhn und dann könnt ihr die quasi so abspeichern ne und jetzt sehen wir hier habe ich den Reiter Huhn und wenn ich jetzt noch 20 machen will dann kann ich das quasi auch machen kann ich Punkte einfach so wieder raus machen kann ich mit Rechtsklick drauf kann ich jetzt hier auch meine Skillung wieder rückgängig machen kann aber dann auch schnell sagen hoppala ne bring das mal wieder in die Form wie ich es eben hatte ne das wäre ganz schön okay das zu den Talenten nice was